Herzlich willkommen zu Harry Potter und der Orden des Phönix und ohne großes Gequassel geht's auch direkt ins Spiel. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hey, Big D. Wieder ein 10-Jährigen verprügelt? Wenigstens jammer ich nicht im Schlaf. Lass Cedric leben! Was meinst du damit? Hey! Was machst du da? Ich mach gar nichts. Oh nein! Hör auf damit! Drücke, um den Zauberstab herauszunehmen. Okay, und jetzt? Verwende mehrfach. Oh nein, ich hab nicht zu Ende gelesen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich spame jetzt einfach die linke Maustaste, um den Patronus-Zauber heraufzubeschwören. Ja. Hä, wie oft soll ich das tun? Dudley wird schon angesaugt. Hä? Boah, was? Wie viel muss man denn da drücken? Ah, okay, ich muss so ein bisschen hin und her wegeln und shaken. Ah, okay, okay. Gut, dann ist das ja hier perfekt mit meiner zittrigen Kaffeehand. Das, äh, endlich hat es einen Sinn. Oh, Patronum! Zauberer Minderhieriger am Gegenwart von Muggel. Ist der Untertitel mitten im Bild? Exklusiv ist Potter ein Verschwörer. Eine Gefahr für die Gemeinschaft der Zauberer? Das war Selbstverteidigung! Hallo, Harry! Schön, die anderen Mitglieder des Ordens haben dich sicher hierher gebracht. Ja, nachdem er endlich gepackt hat. Bis dann, Harry! Ja, danke, Tonks. Die Stimmen sind die echten. Zumindest von Harry. Willkommen am Grimauplatz Nummer 12, dem Hauptquartier des Ordens des Phönix. Was für ein Orden? Eine Geheimgesellschaft. Die Leute, die das letzte Mal gegen Voldemort gekämpft haben. Komm, ich zeig dir alles. Was hast du gemacht? Spielt doch keine Rolle, solange ihr euch hier im Hauptquartier des Ordens bestens amüsiert habt. So aufregend war das gar nicht. Die meiste Zeit haben wir Mom beim Putzen geholfen. Mrs. Weasley ist mit sehr viel Eifer bei der Sache. Kannst du mir helfen? Ich muss alle Sachen an die Wand stellen, damit Mom den Boden wischen kann. Mach nur, Harry. Du bist jetzt nicht mehr bei den Dursleys und darfst Magie verwenden. Versuch's mal mit Aktion und Depul so. Schön und gut. Aber diese Zauber beherrsch ich noch nicht. Mach's mir einfach nach. Üben wir als erstes Aktion. Ich zeig's euch mit diesem Stuhl. Wenn du einen Gegenstand bewegen möchtest, musst du zuerst zielen. Wirke dann den Zauber. Aktion! Warum dürfen die zaubern? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das wird übel. Es ist sauschwer. Es ist sauschwer. Kommt mal! Flitterig wird begeistert sein, wenn er das sieht, Jenny. So komme ich viel schneller voran. Vielleicht bin ich sogar vor dem Nachmittagsteh fertig. Mit Aktion kannst du Dinge zu dir ziehen und mit Depulso kannst du sie wegdrücken. Alles, was du tun musst, ist zielen, deinen Zauberstab so schwenken und Depulso sagen. Depulso! Warte mal, dass ich das hier verstehe. Wir schmeißen jetzt hier Möbel durch die Gegend und freuen uns, dass wir dann schneller fertig sind, anstatt was zu tun? Sie wegzuschieben? Keine Sorge, du schaffst das schon. Üb einfach weiter. Ja, das mach ich. Den Pulso! Gut gemacht, Harry. Jetzt versuch's doch mal. Achtet mal auf den Arm. Wau, 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 wau. Okay. Du machst den Dreh raus. Jetzt noch ein letztes Mal. Wir müssen also alles von hier nach dort drüben stellen? Genau. Okay. Um was zu tun? Um den Teppich zu reinigen? Warte. Oh, 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 oh. Jetzt muss ich mit den Pfeil tasten und mit den Pfeiltasten arbeiten. Das wird knifflig. Warte, oder? Ich mach das einfach so. Ich schleudere einfach wild durch die Gegend. Wird schon passen, weil ist ja offenbar hier auch allen... Warum drehst du dich, Harry? Lauf geradeaus. Warum dreht er sich? Einfach so. Hör auf. Du läufst in die falsche Richtung. Nein. Hä, was stimmt mit dir nicht? Ich hab auch gar nicht geholfen. Ich hab auch ganz schön mit Arbeit eingedeckt. Sie müssen hier irgendwo sein. Suchen wir sie. Bis bald, Jenny. Wie war dein Sommer? Ihr habt euch bestimmt toll amüsiert, während ich bei den Dursleys fest saß. Wir mussten schwören, dass wir dir nicht schreiben. Dumbledore dachte wohl, das sei das Beste. Er war echt wütend, als er von den Dementoren gehört hat. Wenn ich nicht bei den Dursleys festgesteckt hätte, wäre das vielleicht nicht passiert. Musst du Molly auch beim Aufräumen helfen, Hermine? Ich soll das hier reparieren. Dann helfen wir dir. Dafür brauchen wir Reparo. Sieh ganz genau hin. Ziele auf den kaputten Gegenstand. Dann schwenkst du deinen Zauberstab so und sagst Reparo. Reparo. Okay, also bis jetzt haben wir Schubsen, Ziehen und Kreiseln. Und der Patronus war so hin und her wackeln. Miau, 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 miau. Das war mein Ding. Okay. Ah, okay. Ich kann es aber doch hier mit den Falltasten. Zeichnet. Na los, Hermine. Mach ihr Ordnung. Dann hört Molly vielleicht endlich auf zu schimmeln. Warum sind die überhaupt alle zerstört, die Sachen? Wer hat denn da gewütet? Ich dachte, die würden da schon länger wohnen. Ist das deren Art, den Tisch abzuräumen? So. Tschuh. Tschaui. Ah, okay. Warte, ich helfe dir. Also in diesem Let's Play kann ich nicht verhindern, dass man mich körperlich aktiv hier rumhantieren sieht. Und wie ich verzweifelt versuche, mit aller Kraft meine Maus nach rechts und links zu schieben, um irgendwas zu reparieren. Oh. Ich finde es immer so geil, wenn man da reinläuft und man weiß genau, die haben nur diesen einen Take aufgenommen, so. Und jetzt stöhnen nochmal, damit wir das dafür verwenden können, wenn du irgendwo reingelaufen bist. Okay. Das passt schon. Okay, aber das ist echt laut, ne? Es tut mir leid. Ich hoffe, man hört es nicht. Ich hier repariere. Ne, da war nichts zu reparieren. Dann haben wir es doch schon fast. Ach, da hinten noch. Aber die Steuerung ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hier würde sicher nicht so ein Chaos herrschen, wenn Creature ein wenig Hilfe hätte. Creature würde es nie zulassen, dass ein anderer Hauself das Haus seiner Herren besudelt. Wer ist Creature? Ein nichtsnutziger Hauself. Deine anderen Freunde möchten dich bestimmt sehen. Suchen wir sie. Was ist denn passiert mit den Dementoren? Ich dachte, du wärst bei den Moggeln sicher. Sei froh, dass Lupin dir Ex-Pacto-Patronum beigebracht hat. Und wie froh ich bin. Vor allem darüber, dass ich von Hogwarts verwiesen werde, weil ich einen Dementor davon abgehalten habe, mich zu küssen. Du wirst schon früh genug wie dein Hogwarts sein. So schnell auch wieder nicht, denn ich werde eine Weile zum Packen brauchen. Dann helfen wir dir. Alles hängt von Ron ab. Wingardium Leviosa. Der Schwebezauber. Sie genau hin. Ziele mit dem Zauberstab auf die Kleider und schwenke ihn dann so. Hä, aber ich dachte so... Wingardium Leviosa. Wenn die Kleider erst einmal in der Luft sind, kann man sie so herumbewegen. Unterbricht den Zauber, um die Kleider in den Schrank zu räumen. So, jetzt das Wutschen und Wedeln mit meiner Maus. Ja, schrei erst einmal rum, Harry. Schon in Ordnung. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hä, die Maus-Sensibilität konnte man aber nicht einstellen, ne? Okay. Ah, ich glaube, ich nehme das hier zu genau. Muss gar nicht so genau sein. Ich kann die einfach über die Kiste ziehen und da grob abwerfen. Also ich muss es nicht exakt machen. Das ist gut. Wie, da liegt noch mehr Wäsche? Das sind alles dieselben Oberteile, guck mal. Ah, nicht ganz. Okay. Aber er nimmt einfach nur Pyjama-Oberteile, man. Hä? Ehrlich. Wieso herrscht hier eigentlich so ein Chaos? Vengardium Leviosa. Nützlich, um Dinge herumschweben zu lassen. Und Rons Socken nicht anfassen zu müssen. Oh, Hermine hat sich schlau gemacht. Sie können dich nicht von der Schule verweisen. So, so. Was wollten die Dementoren eigentlich? Das würde ich auch gerne wissen. Ich muss zu einer Versammlung des Ordens. Bleib du bitte bei deinen Freunden, Harry. Klar. Den Tarnumhang benutzen, aber es wird immer schwieriger, sich zu verstecken. Voldemort scheint die Sache sehr wichtig zu sein. Wir müssen einen Weg finden. Voldemort ist hinter irgendeiner Waffe her. Etwas, mit dem man viele Leute ermorden kann? Psst. Die Versammlung ist zu Ende. Schnell ins Bett, bevor Marmur's erwischen. Ich hoffe, unsere Leute kriegen es. Was immer es ist. Ja. Ich dachte, gerade zoom doch noch näher rein. Aber es ist so eine Art. Ich bin fast da. Ich bin fast da, Harry. Gerichtsraum 10? Vor dem gesamten Zaubergamot? Und wegen Zauberrei Minderjähriger? Ruhe! Ruhe! Alle, die für eine Verurteilung sind! Potter entgeht Bestrafung. Zaubereiministerium schickt! Wir müssen unsere neue Wehrerin für Verteidigung gegen die dunklen Künste begrüßen. Professor Dolores Umbridge. Sie... Herr Direktor, danke, viermals danke. Das Zaubereiministerium hat der Ausbildung immer die allergrößte Bedeutung beigemessen. Und doch muss dem Fortschritt um des Fortschritts willen eine Absage erteilt werden. Sie ist davon und von falsch. Sie war bei der Anhörung. Ich bin gerade reizüberflutet. Es ist so viel. So viel Story. Auf einmal so, ne? Aber trotzdem gut. Was machen deine Halluzinationen? Hau ab! Ach, das ist der Teil, in dem Harry die ganze Zeit voll frech ist und voll gemein und unerträglicher, pubertierender Teenager. Was ich sagen wollte, ist, dass die, also die Stimme von, ähm, Professor Umbridge, das hat mir, also das war jetzt gerade auch nicht die echte, aber es wäre egal. Aber ich fand die echte halt so unglaublich gut im Film, ne? Dieses Fortschritt um des Fortschritts willen. Und dieses... Ne, warte, was macht die? Die gluckst doch immer so witzig, dieses... Wo du dir denkst so... Unangenehm! Okay, dann gehen wir mal hier gucken. Und wenn ich die Maus berühre und gleichzeitig den Pfeil, dann dreht Harry sich einfach um. Hallo? Bin empört. Okay. Also, ja, manchmal zieht die Kamera so ein bisschen schlecht nach. Können wir rennen? Er rennt automatisch. Ne, man rennt auf Shift, okay. Oh, hallo? Sie haben doch sicher zu lernen, oder? Gehen Sie! Ja, gut. Wollte dann Ihnen auch noch einen schönen guten Morgen, Mann. Krass. In Teil 5 sind aber auch alle unfreundlich. Was ist mit der Quidditch-Mannschaft? Oh nein, Snape! Wo wollen Sie hin, Potter? Sie sollten im Gryffindor-Gemeinschaftsraum sein und sich auf ein neues, erfolgloses Jahr vorbereiten. Der Sprecher ist, glaube ich, auch schon tot übrigens. Schade. Das ist die falsche Richtung, Potter. Ihr Orientierungssinn ist genauso schlecht, wie Ihre Kenntnisse über die Schulorten. Ist alles gewollt. Ähm. Wer ist die Rothaarige? Die stellt sich einfach dreist in meinen Weg. Mein Supporter hat recht mit dem, was er über ihn sagt, dessen Namen nicht genannt werden darf, sagt. Äh, ich hab viel über ihn gelesen. So böse war der gar nicht. Was? Das war auf jeden Fall ein Kommentar von Slytherin. Äh, 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 äh. Holzläuse? Hallo, Harry! Hi. Habt ihr schon bemerkt, dass Hagrid weg ist? Er ist sicher im Auftrag des Ordens unterwegs. Psst, nicht so laut. Leise, George, sonst zieht er uns Punkte ab. Und jetzt beeil dich, sonst hält dir Hermine wieder eine Standpauke. Wie kann ich euch helfen? Nicht gerade der Hellste, was? Ich schwöre feierlich, dass er nicht der Hellste ist. Ach so, die Karte des Rumtreibers. Drücke, um die Karte des Rumtreibers, äh, zu öffnen. Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tunichtgut bin. Ach, wie süß. Das ist ja voll süß gemacht. Okay, da bin ich. Drücke, um die Aufgabenliste anzusehen. Mach ich. Geh zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Drücke, um... Was? Wo ist diese Taste nochmal? Ich bin verwirrt. Ich sollte sie kennen, ja. Ähm... Hä? Hermine auswählen. Ach, das ist die Enter-Taste. Da musst du auch erstmal drauf kommen, ne? Okay. Also, für mich sieht das nicht aus wie die Enter-Taste. Drücke, um die Karte des Rumtreibers zu schließen. Okay. Unheil angerichtet. Geh besser nach oben. Du weißt, wie Hermine reagiert, wenn du zu spät bist. Sollte mal machen. Ach, guck mal, mit den Füßchen. Oh. Oh Gott, das ist aber eine Liebe zum Detail, die ich hier wirklich zu schätzen weiß. Ich glaube, es gibt es nicht auf uns. Ich wette Tausende. Hey, hey. Hey. Jo, hi. Geht ab. Hi. Hi. Ich weiß nicht. Ja, reicht jetzt mit Begrüßung. Ich weiß nicht, ob man hier eigentlich... Oh, dass der sprechende Hut mich nach Slytherin geschickt hat. Ja. Ob man hier auch... Ob man hier auch zaubern kann? Meinst du, ich könnte im Quidditch-Team mitspielen? Ich habe jetzt sechs Wochen jede Nacht geübt. Was hat das hier zu bedeuten mit diesem... Das ist ja also wie so eine Kinderzeichnung. Hier kannst du jetzt noch nicht rein. Ich wollte, aber ich habe die Flasche verloren. Wie schmeckt das denn? Kannst du welches besorgen? Tut mir leid, aber da musste jemand anderem fragen. Ist da Alkohol drin? Das frage ich mich bis heute. Hallo, Harry. Ähm, hallo, Joe. Nun, ich wollte nur mal Hallo sagen. Hattest du einen schönen Sommer? Natürlich abgesehen von der Anhörung und dem beinahe Verweis. Ähm, ist das ein Tornados-Abzeichen? Du bist doch kein Tornados-Fan, oder? Doch, bin ich. Bis später, Harry. Oha. Wieder eine halbe Weltreise. Die sind doch nur Tornados-Fans, weil die Meister geworden sind. Gehen wir in den Gemeinschaftsraum. Wir sollten Hermine nicht warten lassen. Oh, ich weiß überhaupt nicht. Kann man jetzt schon hier Sachen entdecken? Darf ich hier rumlaufen und einfach mal nicht dem Weg folgen? Oder bin ich so daran gebunden, das zu tun? Weil ich würde unglaublich gerne in dieser, ich sag mal, Qualität meiner alten Schrottmöhre... Das läuft noch auf meinem alten Uralt-PC. Habe ich wieder angekriegt. Weil erneut das Problem mit Hardware, aber egal. Ähm. Ob man hier frei rumlaufen kann, oder ob ich jetzt hier Story... Also muss ich mich daran halten? Und muss ich dann jetzt auf jeden Fall zu Hermine laufen? Und kann ich hier von der Treppe fallen? Das ist eine wichtige Frage, finde ich, weil... Geht ja doch ganz schön weit. Kann ich hier runterfallen? Ich probiere das. Kann ich nicht. Okay. Schade. Zweiter Stock. Was ist mit dem Bild? Kann ich hier irgendwas machen? Das leuchtet so komisch. Vielleicht kann ich den anquatschen. Oh, das ist ja so cool. Auch wenn er nur schnarcht, aber ich... Das ist ja so cool. Ich glaube, das wird auch mein Lieblingsspiel. Ah, immer abwarten. Ich bin ja immer noch Fan von Teil 2. Also bis jetzt ist Teil 2 mein unangefochtener Platz 1. Ich bin sehr gespannt, was wir hier noch erleben. So, jetzt renne ich aber mal ein Stück. Also wirklich. Okay, den kann man auch noch anquatschen. Mach mal. Sonst noch was? Nee. Okay. Schade. Hallöchen, Harry. Wer ist das? Ist das Neville? Das ist Neville, oder? Du bist Harry Potter, stimmt. Ach, nee. Hehehe, ja. Warum, was gibt's? Drücke, um mit der fetten Dame zu sprechen. Passwort. Ich kenne es nicht, du? Ich dachte, Vertrauensschülern wird es vorab mitgeteilt. Nun, es war irgendwas mit, ähm... Ich hab keine Ahnung. Sie haben uns so viel erzählt. Super. Wie kommen wir jetzt rein? Kein Passwort, kein Zutritt. Ja, ja, klar. Los, lass uns einen anderen Griffen machen. Und ihn nach dem Passwort fragen. Was? Oh, Ron. Schlecht vor... Da, den. Den. Halt. Kennst du das Passwort für den Gemeinschaftsraum? Ähm, Mimbulus, Mimbletonia. Gut. Test bestanden. Jetzt stopp. Ah, ist klar. Passwort. Mimbulus, Mimbletonia. Richtig. Richtig. Aber das, äh... Äh... Da ist... Ist das Bild repariert worden? War doch in Teil 3 kaputt? Bin verwirrt darüber. Müsst ihr mir mal kurz erzählen. Hab ich vergessen. Wo habt ihr denn gesteckt? Sieh mal auf dem schwarzen Brett nach. Drehe das schwarze Brett mit Magie um. Okay, das war ein bisschen heftig. Steckt eine Menge Power in dem kleinen Stock. So. Oh nein. Hast du eine Entdeckung gemacht, Harry? Weiß ich noch nicht. Ähm, nun, ich hab was gefunden. Sag ich doch eine Entdeckung? In ganz Hogwarts sind Dinge versteckt. Du solltest sie suchen. Bei unserem Glück finden wir eine zweite Kammer des Schreckens. Nur dieses Mal voller Spinnen. Keine Spinnen! Besondere Dinge. Dinge, die die meisten Menschen niemals zu sehen bekommen. Du meinst, es gibt noch eine Kammer? Keine Kammer. Eher ein Raum. Ich habe ihn gefunden, als ich mich im Kanal versteckt habe. Immer wenn jemand eine Entdeckung macht, erscheinen dort Dinge. Hä? Geheime Dinge? Klasse! Wo ist dieser Raum der Belohnung? Oh, na klar! Fragt einfach Myrte. Myrte wird euch schon verraten. Es ist ein Geheimnis. Ihr müsst es selbst herausfinden. Wow! Die maulen die Myrte. Die waren heute aber gut drauf. Zum Erforschen. Enter drücken. Unfassbar, nicht wahr? Eine Doppelstunde Zaubertränke am Montag. Unfassbar! Wir sollten Neville suchen. Er hat sich den Stundenplan sicher noch nicht angesehen. Und als nächstes haben wir diese Umbridge in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Vielleicht sollten wir mal auf deiner Karte nachsehen. Ähm. Was ist denn jetzt hier genau? Was habe ich denn entdeckt? Hey, ihr müsst entschuldigen. Ich bin A echt krass davon. Also es ging ja in der Story jetzt gerade so. Zack, 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 zack. Dann war die Anhörung. Das war alles schon. Bla, bla, bla. Dann bist du in Hogwarts. Das fand ich ein bisschen intensiv. Aber jetzt, dass sie jetzt hier auch alle ständig reinlabern. Also weil ich finde diese Fetzen halt auch interessant. Und man will so ein bisschen von dieser Atmosphäre, weil das jetzt halt auch das erste Mal so ein bisschen belebter erscheint, Hogwarts. Und nicht nur irgendwer, der winkt und schreit, Harry, Lust auf ein Geschäft? Oder willst du irgendwas kaufen? Sondern endlich mal cool belebt. Und das finde ich gerade sehr interessant. Deswegen bin ich gerade so geflasht und weiß gar nicht so genau, was ich jetzt hier noch alles dazu erzählen soll. Weil es gibt hier eine Menge zu entdecken. Und ich habe jetzt schon Spaß und ich spiele das Ganze noch nicht so lang. Und der Typ ist mein absoluter Favorit. Das Bild finde ich, also das ist einfach... Ich glaube, das ist der Mann, den wir vorher... Die Fette Dome ist auch nicht gerade ein Rembrandt. Okay. Okay. Hast du Lust, mit mir Schach zu spielen? Jetzt sofort? Prima, nimm ruhig weiß. Ich habe nicht Ja gedrückt. Äh. Zauberschach besiegt den Gryffindor Champion im Zauber... Ja! Erste Runde und ich besiege direkt den Gryffindor Champion. Drücke, um eine Schachfigur zu wählen. Beenden? Wo ist sie beenden? Ist sie beendet? Wo? Hallo? Figur ziehen? Ich muss das jetzt hier machen, ne? Es gibt kein Zurück. Oh nein! Aber es sieht süß aus. Mal gucken, wie brutal das wird. Ich weiß, dass er jetzt wieder laufen kann. Uh, uh. Okay. Das hätten... Diesen... Diesen Hinweis hätten die mir definitiv mal früher geben können, dass man so da rauskommt. Das war total cool. Ich wünschte, ich wäre so gut im Zaubererschach wie du. Frag mal Ron. Der ist noch besser. Uh! In der letzten Folge hatten wir uns damit beschäftigt, was auf dieser Wand hier drauf ist. Und ich bin immer noch etwas verwirrt, weil man sich das nicht angucken kann. Also, man kann es nicht noch näher heranzoomen. Aber es scheint, als würde hier unten so ein Stundenplan hängen. Und da ist irgendwie noch so eine Liste vielleicht für irgendwelche Clubs, wo man sich eintragen kann. Und dann hast du da noch das Bild. Und hier links war ja das Schachtteam. Und... Genau, ich werde jetzt hier noch ein bisschen um... Ich nenne es mal um möblieren. Und gucke mich mal noch ein bisschen hier um. Wer war das? Hä? Oh, Mikro. Wer war was? Was zur Hölle? Und was bringt mir das jetzt? Oh. Wie werde ich das denn wieder los? Ach, wie schön. Okay, cool. Es hat sich also doch wieder ins Regal verkrochen. Okay, den gucke ich mir noch an. Oh Gott, das ist echt schwer. Aber habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, dass ich hier noch ein bisschen Prübung brauche? Ne, das mit dem Buch machen wir jetzt nicht nochmal. Nein. 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 Aber ich finde es echt noch nicht so leicht. Okay, also es ist ja eigentlich ganz einfach zu merken. Ich muss... Jetzt fliegen hier schon zwei Bücher rum. Hilfe! Okay, gucken wir doch mal, was Krummbein da so macht. Was? Das wollte ich hören. Nein! Überhaupt nichts ist klar. Hilf mir mal. Ich habe Bücher zum Fliegen gebracht. Und ich weiß nicht, ob das so gut war und wie man das widerlässt und... What the fuck? Alles, was ich wollte, war... Ein bisschen erforschen. Okay, wir verlassen mal den Raum, als wäre nichts gewesen. Ich hätte mir so gern diese Bilder hier angeguckt. Was mache ich jetzt noch? Ich werde ziehen mit der Pulsung. Ha! Okay, ich habe herausgefunden, dass es immer so ein paar Pünktchen hier gibt, wenn man was erforscht hat und zum Beispiel Schränke aufgemacht oder irgendwelche Tafeln umgedreht oder vielleicht, wenn man auch so ein Gryffindor-Schach-Champion besiegt hat, wie wir letztens im ersten Teil. Und dann kriegt man so ein paar Punkte. Und ich weiß aber nicht, was dann passiert, wenn man die voll hat. Da stand ja jetzt irgendwie... So schnell war ich auch nicht mit Lesen, ist immer relativ schnell wieder verschwunden. Ich kämpfe mich mal hier die Treppe hoch. Okay, hier kann man offenbar noch nicht rein. Und ich wünschte, Harry würde... Ah, okay, jetzt hat er den Zauberstab weggepackt. Das ist direkt angenehmer. Lass mich hier raus. Hallo, geh weg! Ah, Ron! Nein! Ah, gut. Der ist süß, ne? Das ist ein Herzchen. Und dieser kleine, süße Schnatz da oben in der Ecke. Ich finde es ganz besonders. Schnucklitsch. Aber es ist bestimmt auch, das wollte ich beim letzten Mal sagen, dass es der Typ ist, der mit dem langen Bart, der diesen riesigen Hut aufhatte, das ist bestimmt das Bild. Das haben die jetzt halbiert, rangesoomt, einen Schnatz in die Ecke retuschiert, der jetzt fliegen kann. Und dann haben die das recycelt. Ich beobachte das, diese Wiederverwendung. Ich finde es aber gut. Keiner wurde angegriffen oder verstümmelt. Und niemand ist verschwunden. Was? Okay, ich gucke mal ganz kurz hier in die Karte des Rundraens. Sie beschuldigen mich, ich hätte den ganzen Schokoladenlikör getrunken. Verheiratheit! Aber irgendwo muss er ja hin sein. Okay. Wie ging das jetzt noch? Ne, so ging es rein und raus in die Karte. Kann man hier draufklicken? Ne. Mist, wie öffnet man das Logbuch? Ich werde wieder alles ausprobieren. Oh! Ach, guck mal, das... Ach, okay. Dieter entdeckt hier. Die Technik. Die wundersame Technik. So funktioniert eine Tastatur. Nein, Quatsch. Okay, das habe ich jetzt alles gesehen. Pokalzimmer sogar. Sogar ein Pokalzimmer. Ah, mit, das Badezimmer. Da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das verändert hat im Vergleich zum zweiten Teil. Wie das jetzt aussieht. Wahrscheinlich wie im Film, aber ich will es trotzdem sehen. Krankenflügel, Kräuterkunde. Kräuterkunde. Ihr wisst, wie ich über Kräuterkunde denke. Und mein letztes Trauma aus dem Harry Potter Vierteil mit den Mosten. So, der Kerkergang. Der Kerker. Hagrids Hütte. Hängebrücke. Oh, die Hängebrücke gibt es auch. Cool. Griffin, du Gemeinschaft... Äh, Jungschlafsaal. Gemeinschaftsraum. Große Treppe. Große Treppe bin ich dann jetzt, oder? Ja, genau. Eine Etage, ein paar Etagen da drüber. Große Halle. Und der Glockenturm. Gepflasterter Innenhof. Fünfter Stock. Eulerei. Ey, man kann hier wirklich überall hin. Okay, Freunde, wir werden sehr viel Zeit hier in Harry Potter 5 verbringen. Ich hoffe, ihr seid bereit und habt noch Bock. Ja. Ich erinnere mich so. Waage. Da war doch was. Hm, aber ich wollte ja trotzdem auch wissen, wie jetzt die nächste Quest, was wir jetzt genau tun müssen. Ich hab's gleich. Es kann sich hier nur noch um Stunden handeln. Okay, ich werd's erfahren, wenn's soweit ist. Ich werd's anscheinend nicht jetzt rausfinden. Gut, dann geh ich mal ganz kurz noch ein Stückchen nach oben und will wissen, was hier oben noch so abgeht. Mit dem kann man nicht sprechen. Hat nicht grad irgendwer gesagt, wir müssen zur ersten Unterrichtsstunde bei Professor Umbridge. Und mit der Dame oder vielleicht von... Nee, man kann hier wirklich nicht runterfallen. Okay. Aua! Aua! Ich möchte zum Raum der Belohnungen. Ich möchte auch viel, wenn der Tag lange ist. Bitte nervt jemand anderen. Brauche ich ein Passwort, um eintreten zu können? Seid ihr taub? Ich sagte, ihr sollt verschwinden. Okay, wenn Sie meinen. Wir könnten aber auch hierbleiben, bis Myrte zurückkommt. Myrte mag Harry. Ich wette, wenn Harry sie bittet, wird sie gerne für immer hierbleiben. Was? Sie können uns entweder reinlassen oder Harry wird Myrte bitten, hier rumzuspuken. Für immer. Du, mein Mädchen, bist bewundernswert hartnäckig. Tretet ein. Und sagt dieser Heulsuse, sie soll mir vom Hals bleiben. Bewundernswert hartnäckig? Ich würde das wahrscheinlich eher verflucht-erpresserisch nennen. Aber hat ja gewuckt. So, was kann das Bild hier noch? Das kann doch auch irgendwas, ne? Nee? Okay, dann nicht. Immer wenn du Sachen findest, wird meine Fiole schwerer. Du hast wirklich Glück, dass Porträts nicht fluchen können. Okay. Das ist quasi hier unser... Es gibt so viele interessante Dinge hier. Was hier wohl noch so alles erscheinen wird? So, jetzt sind wir hier im Belohnungsraum angekommen. Das scheint also der Ort zu sein, wo ich alle meine... Bin der alle fliegenden Geschöpfe von Hogwarts? Okay. Wo ich offenbar so ein paar Quests erledigen muss. Und wenn ich das geschafft habe, dann tauchen diese Belohnungen hier auf. 185 Punkte, um diese Belohnung freizuschalten. Was ist das? Ich will ja auch wissen, wofür ich meine Punkte dann ausgebe. Aber ich erkenne das nicht mal. Was soll das sein? Sieh im Pausenmenü... Sieh im Pausenmenü nach. Je mehr Entdeckungspunkte du sammelst, desto... Je schneller die Textnachricht durchs Bild fliegt, desto hütender werde ich. Ich hätte gerne mehr Zeit zum Lesen, Mann. Ich bin alt. Was glaubt ihr denn? Also ich kann diese ganzen Gefäße hier füllen. Hausgeister von Hogwarts. Okay. Sind die dann gefangen? Du hast 18 von 58 Spielcharakteren gefunden. 500 Punkte, um diese Belohnung hier freizuschalten. Ja, da hat man ja ganz schön lange was zu tun. Aber es sieht eigentlich alles sehr interessant aus, ne? Und das hat ja wirklich mal... Das ist ja mal ein krasses Upgrade zu diesen ganzen verpixelten, kleinen, viereckigen Säulen, die wir jetzt so im Laufe der Jahre so gesehen haben. Von Teil 1 bis Teil 4 und Teil 5 zeigt nun endlich, dass diese Säule nicht ein einziger sandfarbener Block ist. Sondern ein paar Eulchen drumherum mit einer schönen kleinen Flamme obendrauf. Süß! Mit so ein paar Füßchen und ein paar mehr Details. Und holy shit, dieser Raum ist riesig. 1275 Punkte habe ich gerade gelesen. Wie viele Stunden Spielzeit hat das Spiel? Ich habe mich gar nicht erkundigt. 2800 Punkte? Wirke, alle defensiven Zauber in einem einzigen Duell. Oh, das wird ja zu schaffen sein. Erledige alle Hausaufgaben. Das habe ich ja nicht mal gerne gemacht im normalen Leben. Ne, also... Da müssen wir aber mal diskutieren, ob ich dieses... Was? 10% der bekannten Orte von Hogwarts gefunden. Also die Eingangshalle. Okay, über die Hausaufgabensache müssen wir nochmal reden. Wobei eine Freundin, die war 1er, Kandidatin, die hat tatsächlich zu mir gesagt, sie hat niemals für Klausuren gelernt. Sie hat immer nur ihre Hausaufgaben gemacht. Und die stand immer in allen Fächern 1, ne? Ich weiß nicht, wie die das gemacht hat. Also, ja, die hat halt ihre Hausaufgaben gemacht. Und sie sagte, wenn sie das regelmäßig tut, dann braucht sie halt keine Lernvorbereitung. Weil das war sie dann. Und dann dachte ich mir so, oh, schön, dass du mir das in der 13. Klasse sagst. Schade. Dann hätte ich, ähm... Ja, äh, hätte ich alles anders machen können. Egal. Erreiche in allen Fächern ein... Oh! Für ohnegleichen, ne? So, dann mach mal Platz. Er muss sie halt die ganze Zeit so halten. Auch das von meinem Belohnungsraum? Das finde ich aber nicht sehr nett. Brauchst noch 25 Punkte, um die nächste Belohnung freizuschalten. Und kann ich hier irgendwo sehen? Fortfahren, Option, Zauberliste. Tipps und Tricks, Abenteuer speichern. Das mach ich mal kurz. Ja. Boah, die Maus-Sensibilität ist der Wahnsinn nicht. Ähm. Okay. Ich guck mal kurz auf die Zauberliste, weil mich das ja doch interessiert. Ich glaub, das war's auch schon dann, ne? Ah, ne. Guck mal, hier oben geht's weiter. Kampfzauber. Expelliamus. Stupor. Protego. Rictusempra. Da, da ist es wieder! Rictusempra. Petrificus Totalus. Levicorpus. Was war das nochmal? Ja. Irgendwas mit Körper. Egal. Gucken wir dann. Okay. Keiner wurde angegriffen oder verstümmelt und niemand ist verschwunden. Also ein paar ganz normale Ferien. Okay, ich renne mal kurz die Treppe runter. Und jetzt müssen wir ja... Huch, die Treppe. Sagt gerade aber so aus, als wäre sie... Müssen wir hier rein? Offenbar. Dritter Stock. Okay, ich folge den Füßchen. Ich hoffe, ich laufe richtig. Füßchen, wo seid ihr? Da. Vielleicht sehe ich hier noch irgendwelche tollen Sachen, die ich kaputt hauen kann und dafür Punkte kriegen. Auf dem Weg zu... Verteidigung gegen die dunklen Künste. Gedrückt halten, um zu laufen. Ja, Moment. What? Warum hasst mich hier je... Ah, okay. Ich bin ja so ein Verschwörer-Futzi, ne? Vielleicht hassen sie mich deshalb. Äh. Keine Zeit. Die war aber wenigstens mal nett. Okay, da... Also auch in Teil 5. Sie stresst immer noch rum. Aber ich brauche noch eine Minute, weil ich muss mich erst mal hier zurechtfinden. Ähm, die Nachricht von dem Mädel hatten wir ja schon mal. Mit den Holzläusen. Hallo. Trimagischer Trottel. Hau ab. Also... Hm. Ich hätte das gerne beiseite geschoben, das Bild. Oh, es geht wieder los mit dem Arm, ne? Krass. Okay, aber man kann hier offenbar nichts machen. Also die Gegenstände leuchten dann auch blau, wenn ich sie dann quasi auch verzaubern kann oder mit denen irgendwas machen kann. Wir sollten zum Gemeinschaftsraum gehen. Wir sollten zum Gemeinschaftsraum gehen. Hier läuft mir zu viel Packung. Noch fühle ich mich nicht heimisch und noch fühle ich mich unwohl. Einfach weil... Die Hater in Hogwarts sind einfach gerade... Inflationär. Okay, die Pulsung geht anscheinend immer. Das ist so ein Evergreen. Und das andere kann sie vergessen. Okay, ich will jetzt hier aber mal... Ich gebe es gleich auf. Ich glaube, es ist noch nicht so weit. Es ist noch nicht an der Zeit, dies zu benutzen. Wie jedes Spiel sagen würde, was man so kennt. Okay. Hier ist ein schrottiger Haufen. Hier kann ich bestimmt reparieren. Ich fühle das. Ich fühle, dass das hier repariert werden will. Ich möchte das reparieren. Wenn das jetzt nicht klappt, bin ich aber sauer. Ich kann es noch. Juhu. Cool, dann probiere ich das da hinten auch. Bis zum nächsten Upgrade. Okay. Gott, das wird übel. In den Duellen... Man muss ja auch Duelle machen. Okay, das funktioniert nicht. Die Nachricht habe ich verstanden. Das ist angekommen. Warum das da hier ständig explodiert. Den kann man auch nicht reparieren. Okay, auch nicht. Der wird wach, ne? Ich gehe mal lieber. Das könnte gruselig sein, wenn man hier nachts allein durch die Gänge laufen muss. Und dann hast du so eine Rüstung, die so... ...dich auf einmal anguckt. Du denkst sie nur so. Aber es ist ja eine Magiewelt. Also wird dir das ja wahrscheinlich sowieso irgendwann passieren. Als wäre das nicht alles schon gruselig genug. Hallöchen. Hi. Alles okay bei dir? Alles klar. Das geht, ne? Wir haben gerade so unser Päckchen zu tragen. Aber schön, dass du noch mit uns redest und uns nicht beleidigst. Wie die anderen. Okay, ach ja, ich kann ja rennen. Voll vergessen. Wie immer. Ja, hier ist noch so Halte gedrückt, um in der Entdeckungsansicht zu wechseln. Zieh. Oh. 4%. Okay, ich muss das hier erst reparieren, so scheint es. Glaube ich. Jetzt noch den nächsten Haufen. Kann ich das dann auch wieder kaputt machen? Entdeckungslevel abgeschlossen. Deine Zauber sind nun mächtiger. Ein paar Sachen in unserem Geheimraum zeigen. Die anderen brauchen nicht mitzukommen. Ich möchte jetzt nicht von dir privat belästigt werden, Mirte. Das ist jetzt nicht so mein allergrößter Wunsch. Ich komme später vorbei. Schon ein bisschen creepy. Muss ja nicht 1A hier sein. Ich bin ja auch erst in der fünften Klasse. Also da ist ja noch Luft nach oben, Freunde. Irgendwie muss man sich ja verbessern. So. Bitteschön. 100 Punkte gesammelt. Hm. Okay, sehr schick. Ich vermisse ein paar Bohnen, wenn ich ehrlich bin. Den kann ich aber auch nicht mehr anquatschen. Okay. So, Harry, dann pack mal den Zauberstab weg, weil der ist gerade echt irgendwie störend. Zauberstab weg! Hey, was machen die denn jetzt mit? Und was sind das für Geräusche? Weint hier jemand? Er scheint in Schwierigkeiten zu stecken. Armer Neville. Richte deinen Zauberstab auf sie! Und dann? Hey! Was willst du? Deinen Freund retten, Potter? Hermine! Das sag ich meinem Vater! Danke. Ich wollte sie abhalten, ein paar Erstklässler zu ärgern. Aber dann sind sie auf mich losgegangen. Du hast es zumindest versucht, Neville. War das nicht gegen die Schulordnung, Hermine? Gehen wir zur Verteidigung gegen die dunklen Künste. Das war für einen guten Zweck. Ich weiß zwar nicht, was da gerade... Also ich habe anscheinend meinen Zauberstab gezückt und gedroht, ne? Ja, habe ich doch nicht gemacht, oder? War das schon gegen die Schulordnung? Ich habe ja noch gar nichts gezaubert. Ja, Hermine, wenn du mir sagst, wohin bin ich dabei? Ich suche, ich suche. Okay, wir gucken mal kurz hier auf die Karte. Steht das da? Verteidigung... Ach, wir sind da am guten Weg. Ich habe da so ein Gefühl. Da sind wir gleich bestimmt. So, und hier so diese Vorhänge, die laden... Oder was auch immer hier hängt. Diese... Ach nee, das sind Steine. Es sind Mauern. Und ich habe es für Vorhänge gehalten. Ah, da sind auch wieder die Fußabdrücke. Ich muss schon sagen, diese Figuren hier fand ich immer ein bisschen creepy. Zum Erforschen... Enter drücken. Okay. Dann mal los. Wie gesagt, ich bin immer noch ein bisschen überreizt davon, dass hier viele Leute einfach quasseln. Und das Spiel ist voller anderer Charaktere, die ja viel... Also, die viel Redebedarf haben. Das ist ungünstig für jemanden, der auch was dazu erzählen möchte. Kann ich das hier erforschen? Nee. Gehen wir zur Verteidigung gegen die dunklen Künste, Harry. Ja, Hermine, ich bin dabei. Kann sich jemand an die anderen Zutaten erinnern, die wir noch brauchen? Okay. Wann wird hier geschubst? Habt ihr das gesehen? Habt ihr von dem Squid gehört, der eine halbe Million Galleon gewonnen und alles in Kleingeld getauscht hat? Sein Name ist Knudel! Ja. Wo geht's denn hier hin? Das weiß nur Hermine, ob wir das haben oder nicht. Das scheint hier oben zu sein. Hau ab, Potter! Guck mal, der Besen. Kann man damit irgendwas tun? Und jetzt? Was passiert? Also, was muss ich denn jetzt hier mit dem Besen tun? Ich glaube, das war nicht der Sinn der Sache. Okay, dann gehe ich jetzt hier lang. Zauberstäbe weg, Kinder! Nun zu den Zacks, den Zaubergrade-Prüfungen. Z.A.G. Lernen Sie konzentriert, dann werden Sie von mir belohnt werden. Wenn Sie es nicht tun, werden die Konsequenzen möglicherweise hart werden. Hier steht kein einziges Wort darüber, wie man defensive Zauber wirkt. Zauber wirken? Ich kann mir nicht vorstellen, wozu Sie einen defensiven Zauber brauchen. Oh, keine Ahnung. Vielleicht, weil Lord Voldemort wieder da ist? Das ist eine Lüge. Das ist keine Lüge. Er stand vor mir. Ich habe ihn bekämpft. Nachsitzen, Mr. Potter. Nachher. In meinem Büro. Also. Jetzt lesen Sie bitte Kapitel 1. Allgemeinheiten für Anfänger. Das war ja super. Ich fasse es nicht, dass sie in unserem Zackjahr keine Zauber mit uns übt. Darüber zerbrichst du dir den Kopf? Dass ein Lehrer mich Lügner genannt hat, ist dir wohl völlig egal. Fragen wir doch mal Fred und George. Sie haben die fünfte Klasse schließlich schon hinter sich. Die beiden? Die haben doch eh nichts als Blödsinn im Kopf. Wir haben doch nichts zu verlieren, stimmt's? Na los, suchen wir sie. Also ich finde ehrlich gesagt Ron ziemlich cool in diesem Spiel. Der hat irgendwie so eine gechillte Art, ne? Also der hat so... Ach komm, ich reg mich nicht auf. Sieh auf der Karte nach, dann müssten wir sie finden. Ich frag erst mal. Lass erst mal Fred und George fragen. Und so, das ist schon ziemlich lustig. Also besser, also der hysterische Harry. Und der entspannte Ron. Und die clevere Hermine ist da wieder ein gutes Trio. Und jetzt bin ich grad verwirrt. Wie soll ich auf der Karte nachgucken, wo die sind? Soll ich jetzt hier jedes Gebäude abklappern? Oder was? Keine Ahnung. Also ich hab jetzt einmal da durchgezappt. Und das verstehe ich auch noch nicht. Weil hier kann ich nur Vingardium Leviosa machen. Aber ich schmeiß den Besen jetzt hier einfach in die Kammer. Vingardium Leviosa! Sollen wir mal da reingehen? Geh mal da rein. Oder kann ich hier fegen? Das war ja nicht geplant. Es tut mir leid, Besen. Sorry. Wenn ihr auch Gefühle habt hier. Okay, ich laufe mal hier lang. Ich weiß nicht. Hier war ich noch nicht. Das kommt mir richtig vor. Hi, Harry. Hallo. Okay, so renne ich hier auf jeden Fall schon mal die Treppe runter. Das sieht doch einladend aus hier, ne? Kann ich einfach dahinter laufen? Ah, okay. Das war ja dann in dem Fall der Spruch und nicht der andere. Das muss er auch erstmal wissen. Aber wir tasten uns ran. Aber jetzt kann man damit auch nichts mehr machen, ne? Okay. Also nicht, dass man was entdeckt hat und dann muss man das irgendwie noch antriggern. Okay, mit den Hinweisen habe ich verstanden. Danke, Ron. Läuft. Ah. Er hat auch ein Ich-laufe-in-hinein-Geräusch. Schaffe ich jetzt nicht. Okay, Ron ist doch nicht mehr so gechillt. Ich nehme alles zurück. Ich habe hier zu tun. Ich muss hier Verstecke lüften. So, die noch. Genau, genau, genau. Und das hier, wie ging das? Muss ich das reparieren? Muss ich da irgendwas mitmachen? Okay, also, warte. Das habe ich ausprobiert. Und Wingardium Leviosa habe ich auch ausprobiert. Jetzt nehme ich Actio. Ipulso. Nichts davon geht. Dann kann ich das vielleicht noch nicht. Okay, hier gehe ich gleich runter. Ich gehe nochmal eben hier den Korridor weiter lang. Sekunde. Oh, wie schön der Boden aussieht, ne? Also gerade diese Spiegelung. Und sie? Okay, ich will nicht stören. Schlafen Sie ruhig mal ein Gründchen. Oh, der Teppich. Okay, ich gehe mal vom Teppich runter. Vielleicht klappt es ja dann. Also man muss sogar den Teppich anheben, um Punkte zu sammeln. Das ist schon... viel, ne? Viel zu... an zu. Ich habe heute Fortfindungsstörungen. Tut mir leid, geht wieder los. Also es ist auf jeden Fall viel zu entdecken, viel zu tun. Deswegen bin ich auch hier nicht sicher, ob ich hier wieder die 100%... Weil sowas hier, ne? Das sind so Aufgaben, die sich wiederholen. Wo ich mir denke... Jetzt nicht. Ich hänge jetzt noch das Bild hier auf. Oh Gott sei Dank. Alter. Oh. Ist sie gerade durch mich durchgeflogen? Ist ja charmant. Bisschen kalt, ne? Du hast einen neuen Haus... Ich weiß nicht, was ich habe. Es geht einfach zu schnell. Hausgeist entdeckt wahrscheinlich. Oh Gott. Zum Erforschen, Taste drücken. Enter-Taste. Das weiß ich ja jetzt. Dammit. What? Wie? Ich muss darauf einfach Enter drücken, weil dann muss ich jetzt gleich zurücklaufen. Sieh auf der Karte nach, dann müssten wir sie finden. Moment, ich muss kurz zurücklaufen. Ehrlich. Das finde ich ja nie wieder. Wir haben jetzt Muggelgründe. Ich bin mal gespannt, was wir heute durchnehmen. Na los. Suchen wir Fred und George. Also wenn... Also eigentlich ist ja... Komm. Okay, das funktioniert nicht. Na gut. Ähm. Was ich sagen wollte war, wenn... Ähm... Zauberer hier Muggelkunde haben. Sie sind sicher draußen. Dann ist das ja eigentlich für die, die aus Muggelfamilien stammen, schon eigentlich so ein kleiner, unfairer Vorteil, oder? Wobei wiederum Zauberkunde. Okay. Da haben ja die anderen dann wieder einen Vorteil. Gibt's Zauberkunde? Warte, ich bin verwirrt. Gibt's was? Nee, Zauberkunst. Bestimmt gibt's sowas wie Magiekunde oder so Kram. Ron nervt schon ein bisschen rum. Aber er hat ja recht. Machen wir auch gleich. Jedes Porträt ist hier müde, ne? Ja. Hilfe. Hoa. Okay, schade. Diese Haus... Diesen Hausgeist haben wir offiziell jetzt noch nicht entdeckt, weil der war jetzt einfach gerade weg. Guck mal hier. Wie geht's denn so? Alles klar. Also es wäre unglaublich cool, wenn dieses Spiel ein Remake bekommt. Tut mir leid. Ich spiele demnächst gegen den Meister der Slytherins. Wenn du gegen mich spielen willst, musst du ihn vor mir schlagen. Uh, jetzt hätte ich fast jemanden zum Schach herausgefordert. Das war auch gar nicht meine Absicht. Das wollte ich nicht. Okay. Okay. Ach, guck mal. Hier ist was hinter. Ich weiß nicht, was das jetzt war. Ich hab was gefunden, aber ich weiß nicht, was. Gucken wir bestimmt nachher im Raum der Belohnung. Vielleicht wird das da eingetragen. Es ist einfach wirklich zu schnell weg. Und angeblich wird mir das doch hier angezeigt, ne? Ich muss mal eben speichern. Tipps und Tricks Hauptmenü. Zauberliste Optionen. Optionen. Untertitel Ja. Ja, ja, ja. Spielinfo. Ah! Oh! Das sind aber viele Punkte. In Hogwarts entdeckt 4%. Porträtpasswörter gefunden. Acht. Geister entdeckt. Zwei von vier. Fliegende Geschöpfe. Eins von fünf. Lunas Kleider gefunden. Ach, die Arme. Das ist auch das Mobbing-Opfer in Harry Potter. Die tut mir auch so leid. Die ist eigentlich so cool und so weise für ihr Alter, ne? Die ist so dick. Also, das ist so krass. Ich bin ein Luna-Fan, muss ich auch noch sagen. Na los, suchen wir Fred und George. Ich hätt's mich nicht. Ja, ich geh mal raus. Ach, hier ist es zu. Hier komm ich nicht durch. Von. Bitte. Shut up. And let me go. Okay, hier gibt's gar kein Durchkommen. Ach, das ist die verbotene Abteilung. Klar, wo wollte ich denn da gerade hin? Hallo? Oh nein, das Buch. Hallo. Warum liegt das hier so alleine? Und macht auch gar nichts. Okay, wir müssen das Buch ja jetzt nicht noch zusätzlich quälen. Ich mag die nämlich eigentlich voll gerne, diese Bücher. Wir sind sehr süß. Also, weil die, die, also ich fand's so süß, wenn man, wenn, äh, als Hagrid sagte, sie schnurren, wenn man sie krault. Da haben sie mein Herz erobert. Sieh auf der Karte nach, dann müssten wir sie finden. Ich weiß leider noch nicht, wie das geht, aber ich bin bereit, das gleich nochmal in Erfahrung zu bringen. Okay, das kann ich doch bestimmt auch wegzaubern. Ich glaub, du bist verrückt. Wenn du so weitermachst, wirst du noch genauso irre wie Harry Potter. Ich hab hier viele Fans in Hogwarts in diesem Jahr. Waren das nicht nur zwei? Hat da einer eine Null dran gehen? Okay, da scheint nichts hinter zu sein. Dann probieren wir den. Da ist auch nichts, nur Stein. Nein, Stein. Nee. Ich räum hier schon mal alles ab. Ihr mit euren Geheimgängen. Wird gleich keiner mehr übrig bleiben, wenn ich hier fertig bin. Drei Karten, mehr nicht. Hast du sie? Aber es ist echt... Guck da. Oh, die sehen irgendwie creepy aus, ne? Die Statuen. Also so. Ich hab noch nie Butterbier getrunken. Ich wollte, aber ich hab die Flasche verloren. Wie schmeckt das denn? Kannst du welches besorgen? Tut mir leid. Aber da muss jemand anderes... Er sucht immer noch nach jemandem, der ihm Butterbier besorgen kann. Na los. Also wenn da nicht schon eine Abhängigkeit besteht, dann weiß ich es auch nicht. Okay, da ist nix. Kann man hier rein? Ja. Hier sind so viele Gänge und... Flure. Ich bin gleich hier fertig und vermute auch draußen. Und dann treffen wir garantiert Fred und George. Was ist das denn hier? Das sieht aus wie so ein Schlüsselbrett. Ich glaube, das ist irgendwas mit so Auszeichnungen. Was haben wir jetzt? Ich hab meinen Stundenplan verloren. Am ersten Tag. Das ist natürlich eine gute... Echt eine gute Sache. Am ersten Tag. Boah, was ist das da? Das ist ja gruselig. Wie geht's? Warum nur ein Auge? Hä? Okay, ich will das Target wechseln. Wie geht das? C, ne? C! C! Ah, ne. Mann! Gut, dann stelle ich mich halt irgendwie dahinter. Ey, man darf hier nichts gleichzeitig machen. Ich wollte nur laufen und dann nebenbei ein bisschen zaubern. Boah, diese... Diese Steuerung ist Krieg. Ich sag's euch. Die ist Krieg. Okay, sagen wir nicht Krieg. Ist ja gerade unangebracht, aber sie ist anders wild. Echt. Sag mal was. Sag was, Kurt. Hallöchen. Hallöchen. Hi. Okay. Dann geh ich jetzt hier raus. Na los. Suchen wir Fred und George. Wehe, ich treffe auf Mosten. Ich möchte das nicht. Huch, ist das hier eine Schlange, die hier rausguckt? Oder eine Wurzel? Teufelsschlinge. So ein Ding hat doch Boat aus dem Ministerium umgebracht. Die wächst einfach fröhlich von sich hin. Was mich wieder zu der Aufsichtspflicht führt. Hallo. So viel kann da doch noch gar nicht drin sein. Ich hab doch noch gar nicht so viel gefunden. Hm. Aber ich komm gleich. Komm, wir werden jetzt hier gießen. Nicht gießen? Okay. Offenbar nicht gießen. Aber. Ich verstehe das mit dem Zaubern jetzt wirklich noch nicht so ganz. Und ich find's ehrlich gesagt ein bisschen komplizierend. Aber das hab ich jetzt schon 30 Mal gesagt. Sorry. So, was ist das? Verstehe. So, was kann ich damit machen? Wie wechsle ich das Ziel? Das guck ich jetzt nach. Wie wechsle ich das Ziel, wenn ich etwas anvisieren will beim Zaubern? Nee. Ich wollte nur wissen, wie man das Ziel wechselt. Vielleicht weiß das einer von euch auf der Tastatur. Wie man das macht. Das ist da vielleicht. Okay. Das ist da vielleicht. Nix, ich gehe hier raus. Ich habe hier in diesem Spiel offenbar keinen grünen Daumen, Mann. Das ist die kleine Pflanze. Ich bin Groot. Kann die irgendwas? Ich will sie nicht kaputt machen, aus Versehen. Aber ich gehe jetzt hier raus. Holy! Mein Ohr. Alter, das war aber übel jetzt. Und das war doch ein Schrei der Allraunen. Ja. Gleich, gleich, gleich. So, wir rennen jetzt erstmal hier weg. Ich habe die Schnauze voll vom Gewächshaus, Mann. Da war ich schon. Aber jetzt habe ich auch endlich mal verstanden, wie das Gewächshaus so eingebunden war in die ganzen Unterrichtsseele, weil, also in diesen ganzen Schulkomplex. Ich habe nämlich immer gedacht, hä, wo müssen die dann dafür hin? Die Statue hier, die immer noch nörgelt. I love it. Warum mussten die mich ausgerechnet hier aufhängen? Ich möchte jetzt gerne diese Rüstung da... Ich will diese Rüstung aufheben. Suchen wir Fred und George. Nicht ohne meine Rüstung. Ich habe die Nasse voll von dem ganzen Gelaber. Frag mich mal. Okay, ich kann das wohl nicht aufräumen. Ich gebe es auf. Gut. Diese Ecke werde ich niemals clearen. Könnt ihr euch merken. Hey, wie scheiße kann man sein und manche Schüler hier nur... Ja. Richtig fies. Ich bin sprachlos. Da bin ich mal sprachlos. Ehrlich. Sieh auf der Karte nach, dann müssten wir sie finden. Das mache ich jetzt, Ron. Aber nur, weil... Damit du aufhörst zu reden. Ah. Okay, ja, hier sind sie nicht. Hier sind sie einfach nicht. Okay, ich mache diese Ansicht hier weg. Ah. Ah. Fred und George Weasley. Where are you? Okay, da bist du. Okay. Fred und George sind beim Duelliertraining und das werden wir dann jetzt auch machen müssen. Okay. So, Füßchen. Wo muss ich hin? Ach, da muss ich hin. Okay. Und jetzt? Sieh auf der Karte nach, dann müssten wir sie finden. Hier runter. Nee, Karten lesen, damit habe ich es nicht so. Ich laufe lieber Füßen hinterher, die hier an Geisterhand den Weg beschreiben. Aber so. Also diese Lüge mit diesen 20 Dementoren, es waren ja zwei. Wo kommt die Null denn her? Das ist aber so geil an Geschichten, dass sie sich immer mehr so stillepostenmäßig so selber verändern und aufbauschen, ne? Nächste Woche sind es 200. Oh, Entschuldigung. Ach, da. So. Was ist denn das für ein Move, Harry? Was willst du, Harry? Wer hat den jetzt gerade auch echt unverschämt angeguckt, so? Komm doch! Ich wollte mal kurz fragen, ob wir, äh, also, warum sind wir überhaupt hier? Ich habe es schon wieder vergessen. Hey, was hängen da für Zettel an der Wand? Ach, da sind keine Zettel. Auch echt eine Brille. Okay. Was wollten wir denn jetzt von? Du hast doch die ganze Zeit rumgenervt. Jetzt sag doch mal was zu deinen Brüdern. Ich frage die mal. Was möchtest du uns fragen? Es geht um Umbridge. Sie weigert sich in Verteidigung gegen die dunklen Künste Zauber mit uns zu üben. Wissen wir. Und wir sollen euch helfen? Was meinst du, George? Bei diesem armseligen Haufen fangen wir lieber ganz von vorne an. Zauberstäbe raus! Oha! Der beste Gegner ist ein Gegner ohne Zauberstab. Zeigen wir es ihm, George? Aber gerne, Fred. Seht genau her! Expelliarmus! Superb, George. Ich dachte eigentlich immer, du hättest im Unterricht geschlafen. Jetzt bist du dran, Harry. Expelliarmus! Klasse! Okay. Ja, wenn das Ziel so vor mir steht, ist das okay, aber das... Jetzt bringst du den beiden bei. Expelliarmus! Gut gemacht. Sogar Ron hat beinahe den Dreh raus. Klappe. Expelliarmus habt ihr also drauf. Aber wenn ihr wollt, dass einem Slytherin das Grinsen vergeht, gibt es nichts besseres als du, Por. Fred macht's euch vor. Hm. Stupor! Hier, das Reparo war in die andere Richtung. Stell dir einfach vor, ich wäre Malfoy. Das schafft. Stupor! Jetzt bringst den beiden bei. Du hast den Bogen raus. Das ist ja wirklich ein Bogen. Also man macht hier einen Kreis auf dem... Klasse! Auf dem Mousepad. Ein Kreis nach links. Gar nicht so übel. Tschüss dann. Wir haben noch viel zu tun. Leute treffen, Geschäfte machen. Du solltest die Zauber bei Gelegenheit üben. Aber womit sollen wir denn üben? Mit jedem Slytherin, den ihr seht. Bis später! Oh nein! Harry, sag mal, musst du nicht zum Nachsitzen? Wir warten vor Umbridges Büro auf dich. Okay, bis später. Das hatte ich ja beinahe vergessen. Ich muss ja nachsitzen. Schon am ersten Tag. Da ist schon einer von den Slytherins, oder was? Direkt hier die... ins kalte Wasser geworfen. Oh nein, das ist wie beim Pokémon-Kampf. Oh Gott, wie geht nochmal Expelliarmus? Ach klar. Ha! Her mit dem Zauberstäbchen. Oh nein, ich seh nichts. Zu viele Blätter. Los, beweg dich. Warum teilt sich denn mein Zauber? Ich hab hier doch gar keinen Doppelfluch angeklickt. So wie im letzten Spiel. Ha! Nice! Jetzt noch hier schön das Dingens draufhauen. Hä, warum... Okay, das ist gar nicht mal so einfach, ne? Stell ich fest. Bis jetzt mal... Hab ich dich jetzt genug fertig gemacht? Ich weiß, du liegst schon am Boden, aber hey. Mit Expelliarmus kannst du den Gegner entwaffnen. Ich hab den jetzt entwaffnet, hab ihn auf dem Boden liegen lassen und bin weggelaufen. Guten Abend, Mr. Potter. Sie wissen, weshalb Sie hier sind? Ja, weil ich die Wahrheit sagte. Ich entscheide, was die Wahrheit ist. Ich soll keinen Lügen erzählen. Was ist mit deiner Hand? Umbridge hat sich doch nur schreiben lassen. Reden wir mit Hermine. Sie weiß sicher, was für deine Hand... Misshandlung. Misshandlung. Hermine, sieh nur, was Umbridge Harry angetan hat. Diese Frau ist wirklich ein Monster. Ist sie. Du musst Dumbledore davon erzählen. Nein, das gönne ich Umbridge nicht. Nun, eine Essenz aus eingelegten und filtrierten Mordlab-Tentakeln würde helfen. Aber ich muss nachlesen, wie man sie herstellt. Lass mich raten. Wir müssen zur Bibliothek. Ich weiß, dass du allergisch gegen Bücher bist, Ron. Hey, du da unten. Ich? Nein. Ähm, drücke. Um die Karte, das machen wir gleich. Ja, krass, was die Umbridge da mit den Händen von den Kindern macht. Also, mit der ganzen... Also, diese ganze Thematik ist brutal. Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tunichtgut bin. Die Umbridge hat definitiv irgendwie sehr mittelalterliche Lehrmethoden. Okay. Dann müssen wir in die Bibliothek. Mal ganz kurz hier... Drücke... Hm, um die... Oh, hat's... Ach so. Ich habe übrigens heute so ein bisschen... Also, ich habe generell gerade so ein bisschen weniger... Die Chance zu reden. Ich habe nämlich eine Wandelentzündung, eine leichte. Ich versuche deshalb nicht, alles zu kommentieren. Aber ihr kennt mich. Ich kann meine Schnute ja sowieso nicht halten. Aber, ähm... Ich sollte vielleicht nicht so viel sagen. Aber... Ich wollte trotzdem gerne weiter Teile rausbringen. Und wo ist jetzt hier die Bibliothek? Raum der Belohnung, überdachte Brücke. Hä? Ich war doch schon mal da. Kräuterkunde? Ich glaube, wir gehen mal kurz in den Raum der... Ich weiß nicht, was die Myrte von mir wollte. Warum die will, dass ich zu dem Raum hier gehe. Aber das machen wir jetzt. Sonst gibt die ja nie Ruhe. Und dann stalkt die mich auf dem Gang. Der Knopf geht nicht, um rauszugehen. Ich muss jetzt hier so lange blättern, bis ich die Bibliothek für Negritz-Hütte, für den Gemeinschaftsraum, große Treppe, große Halle, Blockenturm, fünfter Stock, Eulerei, erster Stock, Eingangshalle, dritter Stock, Bootshaus, Bibliothek. Oh Gott sei Dank. Okay. Okay, dann habe ich jetzt die Bibliothek gefunden. Im zweiten Stock der großen Treppe gibt es hinter einem der Porträts einen Geil. Zweiter Stock, große Treppe. Ach, eine Abkürzung dann, oder wie? Ich bin mir sicher, dass ich genau da schon war. Das ist doch der einfache... Also genau der Weg, wo wir... Magst du mich denn nicht, Harry? Du hast mich eine Ewigkeit hier allein gelassen. Und ich will dir so viel zeigen. Okay. Wenn wir dann jetzt eh schon hier sind, kann ich ja mal kurz... Immer wenn du Sachen findest, wird meine Fiole schwerer. Du hast wirklich Glück, dass Porträts nicht fluchen können. Sagt er das jetzt immer, wenn ich da rein möchte? Ich meine, es sei ihm gegönnt, aber... Ah, okay. Also um solche Art Belohnung handelt es sich. Um Ausschnitte, was die Leute, also die jeweiligen Schauspieler, die ja auch Teil des... Die ja auch Teil dann des Spiels geworden sind, weil man sie ja dann quasi, ich weiß nicht, sagt man, gecaptured hat. Für das Spiel. Oder so nachmodelliert, ne? Dass die, ähm... Dann auch was zu dem Game sagen konnten. Ich, ich... Habe jetzt nicht herausgefunden, ob die das selber auch gespielt haben. Aber sie haben es zumindest gesehen, wie es aussieht. Also Hermine, die Schauspielerin, meinte ja... Emma Watson meinte, dass sie krass findet, wie realistisch ein Spiel sein kann. Und ich habe gedacht so, boah, wenn die wüssten. Das war 2007. Und heute kannst du die Spiele manchmal nicht mehr vom echten unterscheiden. Du möchtest doch, dass jemand deine Schmerzen lindert, oder? Ja, ich möchte das. Das stimmt. Will aber auch hier raus. Wer hat mir diesen Fluch auf den Hals gehetzt? Immer wenn du etwas entdeckst, tut mir der Arm weh. Ich bin ja nur noch zwei Jahre hier. Du brauchst noch 145 Punkte für die nächste Belohnung. Okay, jetzt weiß ich, wie gesagt, was die Belohnungen sind. Und ich plane... Also dadurch, dass sie bei mir am Computer so ein bisschen lecken, habe ich gedacht, wäre es eigentlich ganz gut... Ne, hier bin ich falsch. Wenn wir uns die vielleicht am Ende angucken. Aber ich weiß halt nicht, wie flüssig die dann laufen. Vermutlich nicht so flüssig. Du möchtest doch, dass jemand deine Schmerzen lindert, oder? In erster Linie möchte ich, dass du die Klappe behältst. Hallo, kann ich bitte Ihre Abkürzung benutzen? Der Mann mit den Gesichtern dreien soll mir etwas leihen. Was soll das bedeuten? Schreite langsam voran. Sonst liegst du da. Der Nase lang. Okay. Warte, heißt das? Die haben jetzt hier gefehlt? Wollte der nur uns drei durchlassen, oder wie? Ich bin kein Mann. Können Sie mir bitte das Passwort sagen? Er ist verstummt. Du sollst drei Gesichter finden. Oder hier verschwinden. Ich habe keine Ahnung. Aber ich arbeite an der Planung. Hier müsste mal geputzt werden. Ja, komm doch raus. Mach das. Sie dürfen. Bewachen Sie einen Geheimgang? Oh, ich würde dir gerne helfen. Aber ich bin viel zu hungrig. Oh, pardonne moi. Brauche ich ein Passwort, um eintreten zu können? Oh, ich bin ja so hungrig. Könntest du vielleicht, Gifford Abbott, das Porträt am Ende der großen Treppe bitten, mir ein wenig Essen zu bringen? Nichts Besonderes. Nur ein paar Koteletts, eine Lammkohle, ein bisschen Hühnchen und Rind. Und vielleicht noch ein Stückchen Kuchen. Nicht zu viel. Ich bin so hungrig. Ich werde es versuchen. Ganz schön verfressen. Und auch nur Fleisch und Kuchen. Sehr gesund. Ich werde auf jeden Fall noch ein Stückchen Brokkoli mit dabei legen, damit auch was Grünes dabei liegt. Sonst wird das Porträt nämlich nicht so alt. Okay, nee. Okay, wie komme ich zu diesem Bild? Jetzt muss ich auf die Treppe hier warten, ne? Dann fliege ich so eine halbe Runde. Leute, ich habe mich hier so was von verrannt und verlaufen. Es tut mir so leid. All diese Aufgaben hier. Nee, warte. Dann geht es ja wieder hoch. Ist ja Quatsch. Ich stelle mich mal hier auf die Treppe und mal gucken, wo es hier hingeht. Nee, warte. Was mache ich denn hier? Schnell, 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 schnell. So. Wenn sie weiter so viel isst, wird sie noch ihren Rahmen sprengen. Aber gut. Sagen sie ihr, ich werde tun, was ich kann. Danke. Sie wird ihren Rahmen sprengen. Richtig gut. Okay. Also ich brauche jetzt dieses Kraut, ne? Und vorher gehe ich nochmal bei der Dame vorbei und sage ihr Bescheid. Nein, ich möchte gerne noch vorher den Bescheid sagen. Sonst ist das wieder eine Aufgabe, die ich noch nicht vollendet habe. Ey, diese Shift-Taste funktioniert einfach manchmal nicht. Ja. Ich habe mit ihm gesprochen. Er will Essen organisieren. Oh, du bist mein Lebensretter. Tritt ein, du darfst den Gang benutzen. Sag beim nächsten Mal einfach, Kotelitz und Bratensauce. Und Brokkoli. Okay. Kotelitz und Bratensauce. So, wo komme ich jetzt hier hin? Ach, das kann ich jetzt auch noch wieder da raus prüfen. Hier gibt es echt eine Menge zu tun. Was ist das? Zum Erforschen drücken. Und hier noch? Hauptsache, ich kriege die Punkte, ne? Also, weil ich bräuchte auch stärkere Zauber. Und das schaffe ich halt so am besten eigentlich. Du möchtest doch, dass jemand deine Schmerzen lindert, oder? In den Glockenturm will ich jetzt noch nicht. Ich bin mal gespannt, was wir heute durchnehmen. Ich folge jetzt mal nur den Fußspuren. Ich möchte sehr gerne endlich... Hä? Hier habe ich doch draufgedrückt. Okay, auf den Back kann man hier auch noch ziehen. Das habe ich nicht gesehen. Ja. Okay. Dann möchte ich bitte wieder hier raus. Über dieser Mückenstich. Ich habe einen Rückenstich am Rücken. Ich leide. Ich leide so sehr. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich kann hier hier auch nicht sitzen so. Hier müsste mal geputzt werden. So, jetzt geht es aber ab in die Bibliothek. Voran, voran. Ich werde jetzt erstmal nur noch die Geheimnisse lüften, die sich mir sowieso zufällig offenbaren. Und nicht mehr exzessiv danach suchen. Auch wenn es mich immer in den Fingern juckt, wie ich das so gerne machen würde. Und hier rumlaufen und erforschen, aber ein bisschen weiterkommen in der Story wäre vielleicht ganz gut. Okay, das kann ich noch reparieren. Das mache ich noch. Hier komme ich zufällig vorbei. Das zählt. Okay, also wenn man zu schnell zaubert, dann verhunzt man sich das mit den Punkten. Das funktioniert auch nicht. So, jetzt noch die hier. Okay. Ich renne, ich renne. Bibliothek, da war ich ja schon. Aber warum war das denn jetzt gerade kaputt? Ich habe das doch repariert. Beim ersten Mal schon. Jetzt auch nicht die Sachen gehen wieder kaputt. Und jedes Gemälde, was wir hier treffen, ist müde. Ist wirklich so, ne? Und es ist aber mitten am Tag. Ach, die Story. Was ich damit sagen will ist, okay, wenn sie nicht anwesend sind, schlafen sie. Also sie können den ganzen Tag da abhängen. Wo kommen die Bilder her? Hä? Wo müssen die denn hin? Hier oben? Achso, da. Achso. Okay. Das mache ich jetzt noch schnell. Das ist, glaube ich, von diesem Mönch. Von diesem Geist. Ah, da ist er. Yo. Ja, moin. Zählt das als gesehen? Bestimmt, ne? Oh, du hast einen neuen Hausgeist entdeckt. Ja, cool. Das geht ja doch relativ flott mit den Punkten. Ja, das kann man jetzt hier nicht machen. Du möchtest doch, dass jemand deine Schmerzen lindert, oder? Ich folge nur den Fußspuren. Weiß nicht, was hier los ist. Ich wollte doch eigentlich in die Bibliothek. Wo sind wir denn jetzt? Verdammt. Ich dachte, ich kann wenigstens euch vertrauen. Alles klar. Ich denke, wir werden Ravenclaw um mindestens 200 Punkte schlagen. Hm. Gehen wir zur Bibliothek. Hallöchen. Huch, pardon. Ich kann nicht laufen mit der Maus. Also so. Nur manchmal. Das möchte ich auch später. Ein Porträt von mir, das irgendwo in so einem Korridor hängt. Und das man anklickt und es schnarcht. Ich bin mal gespannt, wie die das in Hogwarts Legacy machen. Und ob es dann auch voll ist mit Porträts, die irgendwas sagen. Und schnarchen. Gehen wir zur Bibliothek. Und ob man die alle erforschen kann. Ich bin schon richtig wild darauf. Oh mein Gott. Ich habe euch ja schon mal gesagt. Ich werde dann dort leben. Oh Gott, warte. Da war irgendeine fiese Argumentation hier gegen die Gryffindors. Oder irgendein fieser Kommentar. Das ist bestimmt der erste Teilnehmer an dieser Großinquisition. Okay. Was? Was ist die denn drauf, Alter? Das ist doch richtig krass hier. Oh nein. Ich weiß. Oh, ich stehe hier absolut ungünstig. Boah, die ist einfach so cringe, die Alte. Du warst fleißig. Hört auf, ich habe Reizüberflutung. Hermine, du musst mal was tun. Wo ist denn jetzt hier die Bibliothek? Ich weiß. Aber auf eine positive Art. Was klopft denn hier so? Hört ihr das? Irgendwas hämmert. Will hier irgendwas raus? Ah, die Fußspuren wollen mir glaube ich gerade sagen, dass ich in die falsche Richtung gehe. Ich habe es verstanden. Es hat ein bisschen gedauert. Deine Schmerzen lindert, oder? Das ist korrekt. Du bist bekloppt, als er kann man gar nicht aussehen. Was meinst du? Ich habe eine Schuluniform an. Also du hast dich gerade selber beleidigt. Weil die müssten wir alle tragen. Das finde ich übrigens gut an Schuluniformen. Ich hätte gerne einfach jeden Tag mir keine Gedanken um meine Klamotten machen müssen. Was für ein entspanntes Leben ist das denn bitte? Als Krankenschwester weiß ich Dienstkleidung sehr zu schätzen. Gehen wir zur Bibliothek. Und ähm... Ich bin mir sicher, ich wäre einigen Mobbing-Attacken früher dann auch nicht zum Opfer gefallen, wenn ich die anderen... Also wenn ich dieselben Klamotten angehabt hätte wie jeder dort. Das war auch ein bisschen traurig, aber... Menschen können sehr grausam sein. Ja. Ähm... Erforschen. Cool, da kommen so Pünktchen rausgeflogen. 175 noch? Ich möchte jetzt meine Schmerzen lindern. Wir gehen jetzt hier durch. Ich habe gehört, was du mir sagen möchtest. Der Mienchen. Der Mienchen. Und dann, äh... Warte, hier lang, ne? Ach, hier lang. Nee, okay. Dann doch hier lang. Die Füße haben sich umentschieden. Spontan. Und hier ist auch noch was. Hallo. Okay. Das hat mich gerade alles sehr an meinen Freund erinnert, weil der auch genau so schnarcht. Okay, dann hier lang. Ach jo. Genau, wir sind durch. Ich werde mir das niemals merken können. Ich bin froh, diese Fußstapfel hier zu haben. Ich habe meinen Stundenplan verloren. Alles okay, Harry? Absolut. Ah. Was? Wie geht's? Alles klar. Hi, Harry. Geht weg. Ich versuche hier zu laufen. Wie geht's? Okay. Okay. Ähm. Es geht mir okay. Der sieht auch so, also der gehört doch hier nicht hin. Den können wir doch mal umhängen. Der ist ja selber auch hier sehr unglücklich, oder? Hallo, siehst du mal. Würden Sie bitte aufhören, das Porträt dort drüben anzustarren? Es ist nicht meine Schuld, dass ich hier festsitze und den alten Kauz anstarren muss. Ich hänge hier. So ist das halt. Nächstes Mal will ich unbedingt nach Hogsmeade. Kommst du mit? Ich vermittle mal zwischen den beiden Porträts. Bitte lassen Sie mich rein. Die Wände haben Ohren und Augen. Sorgt dafür, dass er nicht mehr her sieht. Deck ihn zu. Ach, wie gemein. Das ist doch fies. Kann ich nicht. Ja, ich muss mal ganz kurz hier noch was erkunden. Jetzt geht das nämlich. Ach, das reicht. Guck mal hier. Absolut überreagiert. So, jetzt noch die hier. Ah, deswegen konnte ich die nur... Was ich sagen wollte, ist, ich konnte sie gerade nicht reparieren, weil es noch nicht sozusagen der Auftrag war. Ich hätte mit dem Porträt reden müssen. Danke, danke. Er ist einer von Ihnen. Da bin ich sicher. Komm schnell durch. Sag beim nächsten Mal lodernde Ohrwürmer. Loco. Wir fehlen drei Karten, mehr nicht. Hast du sie? Nein. Äh. Ich, äh. Ich hab keine Karten. Ich hab mich grad angesprochen gefühlt. Ich suche die Bibliothek. Hatte ich das dieses Jahr überhaupt schon? Zaubertränke? Ich glaube nicht. Okay, da muss ich nicht rein. Wo war das denn nochmal? Dann laufe ich jetzt hier hoch. Huch, huch. Was ist hier los? Victor Sembra. Hi. Hallo. Hi. Hi. Ist das so eine Art Volkskrankheit? Demenz bei Zauberern, also so in jungen Jahren? Oder sind die alle so gestresst, dass die immer ganz viel vergessen? Weil es hier einfach sauschwer ist, in Hogwarts irgendwie mitzuhalten. Also wenn ich Amine manchmal so burnout-technisch reden höre, dieses, ich muss noch 30 Seiten schreiben und diese 500 Seiten habe ich auch noch nicht gelesen. Also dann glaube ich das schon. Dass das auch sehr, 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 sehr anstrengend ist in dieser Schule hier. Und die haben ja auch quasi... Nie Pause, ne? Alles im Lack? What? Okay, mit denen möchte ich auf keinen Schein. Ja, ist das dort oben. Das brauchen wir. Wie kommen wir da rauf? McGonagall hat uns noch nicht beigebracht, wie man sich in einen Vogel verwandelt, oder? Wie man sich in einen Vogel verwandelt? Was? Wir können doch auf den Tisch hier laufen. Oh. Fliegende Tische, damit kenne ich mich aus. Pardon. Ich muss hier kurz hin. Ich kann also hoch. Hat jemand ein Netz? Jetzt fliegt das Buch davon? Ey, nee. Gehen Sie in das Regal zurück. Hallo. Ist ja alles völlig normal, was ich hier mache. So, dann nehme ich jetzt den Tisch. Entschuldigung. Ja, da muss ich kurz hin. Das muss so sein. Das muss wehtun. Alter, was... Ich muss es ganz kurz ausreizen. War es nie wieder passiert. Wuhu, ist das geil. Warte. Pst. Richtig lustig. Achtung, fliegender Tisch. Boah, der habe ich voll eingegeben. Hier, du bist doch Slytherin, ne? Der ist für dich. Warte, das ist so ein Malfoy-Tip. Jetzt rennt er weg. Jetzt rennt er weg. Okay. Sorry, der Tisch ist unkontrollierbar. Den hat wohl jemand verflucht. Tut mir leid. Tut mir leid. Oh, Ron, sorry. Wollte ich doch nicht. Okay, das ist jetzt aber wirklich evil, was ich hier mache. Ich beruhige mich mal kurz wieder. Zwar war schon... Hat mir geholft beim Stress abbauen. So, kann ich nur jedem Hogwarts-Schüler hier empfehlen. So. Ja, mit dem Buch. Achtung, es bewegt sich wieder. Und Sache, es fliegt nicht in die verbotene Abteilung. Wenn er mich gewinnen lässt. Absolut. Warte, auf der Seite oder auf der anderen? Wo ist es? Warum kann ich das jetzt nicht sehen? Dieses kleine Kackbuch. Wo bist du? Ach, da hinten. Okay. Jetzt weiß ich auch schon nicht mehr, wo ich den Tisch hingestellt habe. Habe ich gerade Punkte bekommen? Achso, ich habe die Feder auf dem Tisch angetriggert. Okay. Okay, Leute. Also, das ist das Game. Man macht ja anscheinend Aufgaben in Hogwarts. Und, ähm... Hier und da hat man mal ein wenig Unterricht. Ich weiß nicht, ob sich das gleich noch ändert. Okay, es bleibt jetzt aber hoffentlich auf dem Boden. Ja. Okay. Das ist nicht das richtige Buch. Das ist aus der verbotenen Abteilung. Es muss ausgebüxt sein. Wir sollten uns irgendwo hin verziehen, wo wir es ungestört lesen können. Wie wäre es mit der Toilette der maulenden Myrte? Tolle Idee. Hä? Also, wir nehmen jetzt einfach random dieses Buch mit, weil es aus der verbotenen Abteilung ist, muss es was cooles sein. Und lesen das? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Na gut. Es war Hermine, die das vorgeschlagen hat. Ich, äh... Da mache ich natürlich mit. Natürlich. Es ist absolut alles im Lack. Und wenn mich das gleich noch mal einer fragt... Hau ich hier die Schränke um. Schon dabei, schon dabei. Wir wissen ja jetzt, wie das geht. Ich habe dazugelernt. Das war es nicht. Toilette, Toilette, Toilette. Glockenturm, Glockenturm. Große Halle, Treppe. Hagrid, nein, 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 nein. Da. Myrtes Badezimmer. Ja. Okay. Ich hoffe doch sehr, dass ich auch so ein bisschen... Also bis jetzt ist so Schwerpunkt des Spiels viel rumgerenne. Ich hoffe, dass sich das noch so ein bisschen legt. Und dass ich gleich mal an irgendeiner Sache... an irgendeinem Ort bleiben kann. Und mal ein bisschen... Da sein kann. Und einfach mal genießen kann, da was zu erledigen. Und ich ständig hin und her geschickt werde. Das wäre mir wichtig. Aber ansonsten gefällt mir das hier schon alles sehr gut. Ich frage mich wirklich, warum das so etabliert ist, bei denen hier so rumzumobben. Das finde ich schon übel. Ah, guck mal, jetzt laufen wir hier durch. Wahrscheinlich nur als Abkürzung. Ja. Okay. Gehen wir zur Toilette der maulenden Myrte. Schon dabei. Oh, da sind wir schon. Oh, das ist praktisch. Den kann ich schon. Den kann ich schon. Den habe ich schon mal gelernt. Bei wem? Warte. Warte mal. Hoch und runter rubbeln. Also auf dem Mausbett. Ich mache keinen Kreis. Ich mache hier nur hoch und runter. Habe ich das nicht im ersten Schuljahr gelernt? Habe ich gerade, aber okay. Gut. Also die, achso, die habe ich ja jetzt, klar. Das brennt ja dann. Lampen? Lampen. Die? Ey, checkt mal aus, wie klein sind bitte diese Häuschen zum... Da kann Harry locker drüber gucken, um jemanden beim Pinkeln zuzusehen. Also es ist... Ganz easy. Warum dreht denn der sich jetzt so? Ich weiß nicht, welche Lampen die meinen. Ach, die. Hat es denn geklappt? Man sieht überhaupt nichts. Das Game braucht ein Remake. Licht aus! Ich habe Kopfschmerzen! Krass, dass sie das kann, ne? Du bist Harry. Du hast versprochen, mich zu besuchen. Hallo, Merte. Hm. Dieses Buch ist wirklich nützlich. Wirst du uns zwingen, es zurückzubringen, Hermine? Bibliotheksbücher sind zum Ausleihen da, also tun wir nichts Unrechtes. Verlasst euch auf mich. Gehen wir zurück zum Gemeinschaftsraum. Wir müssen uns auf unseren Hogsmeade-Besuch vorbereiten. Also, willkommen zurück. Wir sollen Lampen anzünden. Bei mir ist das Spiel beim letzten Mal an dieser Stelle leider abgeschmiert. Und ich bin sehr gespannt, ob das jetzt heute auch so sein wird. Und gucke jetzt mal... Ihr müsst jetzt gleich Merte auftauchen. Oder? Die dann schimpft, dass hier alles zu hell ist. Sekunde. Mal kurz die Lampe hier noch anmachen. Mit Incendio. Einen Spruch, den ich ja schon kann. Eigentlich. Seit dem ersten Teil. Darüber bin ich immer noch etwas verwundert, dass ich das hier lernen muss. Aber okay, okay. Ich bin ja ein braver Schüler und mache, was Hermine mir sagt. Die linke Maustaste und hoher und runter, ne? Okay, ich stehe zu nah dran, glaube ich. Ach, die ist schon an. Okay. Dann die da noch. Genau. Das hatten wir beim letzten Mal gesehen. Sie macht jetzt alles aus und findet es einfach viel zu hell. Du bist Harry. Du hast versprochen, mich zu besuchen. Hallo, Merte. Er guckt sie gar nicht an. Wirst du uns zwingend zurückzubringen, Hermine? Bibliotheksbücher sind zum Ausleihen da, also tun wir nichts Unrechtes. Verlasst euch auf mich. Gehen wir zurück zum Gemeinschaftsraum. Wir müssen uns auf unseren Hogsmeade-Besuch vorbereiten. Oh, es hat funktioniert. So, Umbridge macht also Schwierigkeiten. Immer. Zaubern. Tja, weil Fudge denkt, dass Dumbledore in Hogwarts eine Zauberarmee aufbaut. Da kommt jemand. Tut mir leid, ich muss jetzt hier weg. Man verflixt. Klasse. Voldemort ist auf dem Vormarsch und Fudge hilft ihm noch dabei. Was sollen wir bloß machen? Oh, sag nur, wir können jetzt auch in Hogsmeade rumlaufen. Das wäre ja natürlich mega cool. Wir müssen uns selbst verteidigen können. Und wenn diese Umbridge uns das nicht beibringt, muss ein anderer uns unterrichten. Wer will schon von mir was lernen? Wenn du sowas wirklich erlebst, ist das nicht wie in der Schule. Wenn du um ein Haar ermordet wirst. Oder wenn ein Freund stirbt direkt vor deinen Augen. Du hast recht, Harry. Deswegen brauchen wir deine Hilfe. Wir haben sonst nicht die geringste Chance gegen Voldemort. Warte mal, wer will mit mir reden? Warum schreien die immer so merkwürdige Sachen hier rum? Das sind doch... Mit denen haben wir doch schon mal gesprochen, oder? Warte mal. Ich quatsch den mal an. Hi. Hi. Kann ich mir vielleicht deinen Geschichte der Zauberei-Aufsatz leihen? Ich bin letzte Stunde eingeschlafen. Nein, tut mir leid. Na los, stell dich irgendwo drauf. Wieso nicht? Der schreibt den doch bestimmt um. Also er will ihn ja nicht abschreiben. Boah, das finde ich aber frech vom Harry. Hier drüben, bei der Tür. Nicht sehr solidarisch. Fies. Du bist Harry Potter, stimmt's? Hä? Der sieht jetzt nicht aus wie ein Erstklässler. Und ich glaube, wir kennen uns schon länger, oder? Krummbein. Was sagst du dazu? Miau. Okay. Ich wollte mal ganz kurz ausprobieren, ob man hier auch in den Jungs-Schlafsaal hineinkommt. Weil auf der Packung hinten drauf, auf der Hülle steht, entdecke ganz Hogwarts. Und ich will wissen, ob man auch in den Jungs-Schlafsaal kommt. Weil dann ist es wirklich ganz Hogwarts. Und dann stimmt es, was sie sagen. Ich will hier rein. Los. Okay, da ist die Mädchen-Ecke hier. Hallo? Komm ich hier gar nicht rein? Dann finde ich ja die Packung jetzt aber gelogen. Finde ich nicht fair. Feststecken in Harry Potter 5. Okay. Also wie gesagt, beim letzten Mal, deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen Abenteuer speichern. Bin ich gerade so ein bisschen nervös. Hat es, wie gesagt, einfach... Es ist abgebrochen, das Spiel. Und deswegen werde ich jetzt nach jedem kleinsten Event, auch egal, ob ich nur in den Fluren rumgelaufen bin und irgendwas angetriggert habe und... Er wollte zum Kräuterkunde-Gewächshaus. Los, suchen wir ihn. Nein, kein Kräuterkunde. Ich werde jetzt auf jeden Fall an jeder Ecke speichern. Egal, was passiert. Weil ich musste jetzt gerade noch mal ein paar Sachen neu machen. Und mir sind natürlich dann auch ein paar Sachen jetzt noch entgangen. Ich habe zum Beispiel noch nicht mit dem Bild gesprochen, hier mit der dicken Dame. Also mit der Dame, die so viel Hunger hat, falls ihr euch erinnert. Die habe ich jetzt noch nicht angequatscht. Dementsprechend habe ich ja die Abkürzung noch nicht freigeschaltet. Und ich werde mal ganz kurz gucken, wo wir zwei Kräuterkunde können. Kräuterkunde. Langsam werde ich mit der Steuerung auch warm. Das ist gut. Es gibt also schon Regeln von Umbridge, habe ich gerade gehört. Sie reden ständig von mir. Langsam wirst du hinaus, wie Harry in den Spotter. Was? Hallo. Ich traue mich ja schon. Ich traue mich schon gar nicht mehr, irgendwie Hallo zu sagen. Nachher denkt noch jeder, ich rede nur von mir. Sag ich nicht. Keiner will wissen, wie es mir geht. Tja. So, was ist hier los? Ich habe auch übrigens alle Zauber schon wieder so gut wie vergessen. Die ganzen Handbewegungen. Kann ich alles nicht mehr. Ich hoffe, da gibt es irgendwie... Ach, das ging nicht. Okay. Oh nein. Okay. Halb... Also Kreis war Reparo. Und der Kreis in die andere Richtung war Stupor. Und das hier weiß ich nicht mehr. Das ziehe ich jetzt einfach mal so nach unten. Aber ich stehe hier auf dem Teppich, ne? Natürlich auch doof. Warte, ich ziehe von oben nach unten. Okay. Das gucke ich mir an. Ich wollte es mir angucken, aber... Ob man es anzünden kann? Man kann es anzünden. Feuer auf dem Korridor. Was sagen die Lehrer dazu? Okay. So, meine Fußspuren sagen, ich muss geradeaus. Der Typ ist... Das ist mein absolutes Lieblingsporträt. Der Typ ist so loko. Ich finde ihn einfach so genial. Sie beobachten uns. Sie beobachten uns. Ja. Also noch sind es 20 Dementoren. Von dem ganzen Gelaber. Nächste Woche 200. Ich weiß nicht, was schief gelaufen ist. Ich habe Drachendung mit Dünger gemischt. Jetzt wächst die Teufelsschlinge immer weiter. Professor Sprout rastet aus. Wir helfen dir aus der Klemme. Oh. Danke, Harry. Ich habe versucht, sie mit Incendio zu verbrennen, aber ich bin nicht schnell genug. Mal sehen, was wir viel zustande bringen. Mit Incendio kannst du Dinge anzünden. Gut. Okay. Mal sehen, was wir viel zustande bringen. Ich glaube, das wird mich sehr viel besser abwarten. Incendio! Moment. So, die anderen zaubern jetzt mit, ne? Ich habe jetzt auf STRG gedrückt. Jetzt müssten die eigentlich mit zaubern. Es ist wie Sport. Und den habe ich halt schon gemacht. Mann. So, go, go, go. Nein, sie wächst nach. Verdammt. Ist das jetzt deren Ernst? Das kann ja wieder eine Weile dauern. Wie legen wir los? Ich bin schon voll dabei. Ich bin schon rot im Gesicht. Das ist doch nicht wahr. Ich glaube, ich stehe doch ganz gut. Ach so. Ah, okay. Ich verstehe jetzt, wie es läuft. Das hat ein bisschen gedauert. Sorry. Ich muss einfach die ganze Zeit weiter wutschen und wedeln. Geschafft. Da drin ist noch was. Wir haben es nicht geschafft. Na los. Äh. Ja. Ich wollte den Arm tag skippen, aber hey. Incendio. Incendio. Wir haben es fast geschafft. Okay. Alles klar. Ich habe immer wieder neu auf die linke Maustaste gedrückt. Und das war ja Quatsch. Also. Habe ich jetzt feststellen müssen, das war... So ging das nicht. Die gießt keine, gießt immer noch da hinten von alleine. Was? Ach so. Ich wollte nochmal ganz kurz hier nach den Pflanzen gucken. Sekunde. Aber am letzten Mal konnte man sich die angucken. So. Oder wir verbrennen die jetzt einfach mal ganz frech. Professor Sprout wird uns dafür wahrscheinlich anschreien. Incendio. Das habe ich aber nicht gezaubert. Sekunde. Okay. Ich sehe schwarz für meinen Unterricht hier. Für meine Kenntnisse. Aber nicht schon wieder jetzt. Okay. Folgen wir Neville. Und ich gucke mal ganz kurz nach der Wollte. Genau. Okay. Ich folge Neville. Zum Raum der Wünsche. Hoch wurde ich jetzt gerade gebeamt? Wurde ich jetzt gerade gebeamt? Wurde gebeamt, oder? Da bin ich doch nicht selber hingelaufen. Hier sind wir falsch. Ja, Moment. Wir gehen hier lang. Ne, da wollte ich auch nicht hin. Mein Bein schläft ein. Au. So, jetzt einmal wieder hier runter oder hoch? Eigentlich doch hoch. Na los, Harry. Okay. Ah, okay. Los, Harry. Na, da bin ich jetzt aber mal gespannt, wie das aussieht. Ich will gar nicht so viel rennen, weil ich will Atmos... Oh, seht! Eine Tür. Ja. 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 Das endet immer so abrupt, diese Sequenzen. Ich drück da nix. Wollte ich nur mal so sagen. Bin selbst immer ganz baff. Ich habe alle DA-Mitglieder auf dem schwarzen Brett aufgelistet. Sieh nach, wenn noch fehlt. Wir können sie alle auf der Karte des Umtreibers sehen. Such einfach alle DA-Mitglieder. Ich habe versucht, Protego zu lernen, aber ich bekomme den Zauber nicht hin. Hilfst du uns? Ja, natürlich, Neville. Hast du das Zauberbuch, Hermine? Das ist gar nicht so einfach. Mal sehen, was im Buch steht. Man muss den Zauberstab ausrichten und ihn dann so schwenken. Protego! Oh mein Gott. Oh Gott, die Auswahl an Gesten ist begrenzt. Ich gucke mir einfach nach. Keine Sorge, Neville. Du schaffst das schon. Harry wird es dir zeigen. Ich gucke jetzt erstmal aufs schwarze Brett. Ganz kurz einmal speichern. Bin, wie gesagt, paranoid geworden. Wir haben an dieser Stelle übrigens schon 15% des Spiels durch. Für alle, die es gerne wissen möchten. Wie mich. Okay. Protego! Protego! Stupor! Cool! Einmal, dann kann ich es mir bestimmt werken. Zeig es mir nochmal, Harry! Okay, also ich wäre quasi Stupor ab. Stupor! So sollte es sein. Aber ich glaube, ich habe es vermasselt. Das ist irgendwie manchmal skurril, diese Gesichter von denen zu sehen, weil das manchmal so wirkt, als würde man die durch so ein Bullauge angucken, ne? Und die sind dann so richtig nah. Hallo! Und du denkst dir so, hä, okay, wow, zu nah. Ja? Ja? Wie macht man das jetzt? Ich inspiziere, aber es tut sich nichts. Muss ich irgendwas drücken? Mal alle Zauberäume ausprobieren hier. Das klappt nicht. Ich gucke mal ganz kurz auf die Karte. Oh nein. Jetzt sag nicht, ich muss denen allen Bescheid sagen. Wie viel sind denn das? Bitte nicht. Ich muss denen doch jetzt nicht allen Bescheid sagen. Das wäre doch verrückt. Das tut mir das Spiel doch bitte nicht an. Ich laufe jetzt einfach mal zu der ersten Person auf der Liste hin. Und gucke einfach mal, ob ich wirklich allen Bescheid sagen muss. Das wäre richtig übel. Aber dann würden wir gleichzeitig die Chance haben... Oh, guck mal hier. Mr. Weasley, waren Sie kürzlich noch mal im Gemeinschaftsraum? Ihre Schwester Ginny scheint sich große Sorgen über Irgend etwas zu machen. Hört, hört. Da gehen wir dann gleich auch noch mal hin. Kurz mal eben reparieren. Weil wir müssen ja, wie gesagt, auch die Punkte sammeln. Nicht nur, um Hogwarts irgendwie anscheinend zu renovieren oder aufzubauen. Sondern, äh... Damit wir... Mächtiger werden. Sonst sind unsere Zauber ziemlich lame. Und die Musik, die ich hier gerade höre, die kenne ich aus dem ersten Harry-Potter-Spiel. Und ich kriege gerade so leichte Erinnerungs-Flashbacks. Guck mal, hier ist Schimmel an der Wand. Ich habe es gewusst. Hogwarts schimmelt. Schwarzer Schimmel. Echt übel, das Zeug. Okay. In der Welt voll Chaos und Grauen muss man auf die Dichtkunst vertrauen. Wohl wahr. Ich bin heute so müde. Genau, das kann ich zurückgeben. Meine Woche war krass voll. Schreite langsam voran, sonst liegst du da. Der Nase lag. Oh Gott. Ich dachte... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Doch, das geht. Warte mal, habe ich jetzt mit der Dame schon gesprochen? Ich glaube nämlich nicht, weil wie gesagt, mein Rechner ist abgeschmiert. Ach doch. Und Brokkoli. Ne, aber das ist jetzt gerade für mich noch keine Abkürzung. Ich laufe mal den Fußspuren nach, wie gesagt. Äh, diese Treppensache dauert ganz schön lange, ne? Ob die das morgens einplanen müssen, wenn die zum Unterrichtsraum gehen? Und laufe ich hier gerade im Kreis? Ich bin verwirrt. Aber dass die sich so denken, ja, Viertelstunde Treppe, weil... Weil es halt sein kann, dass die Treppen gerade woanders unterwegs sind oder ihren Moment brauchen. Oh, da war ich noch gar nicht die große Halle. Oh mein Gott. Hallo. Ach, wie schön. Oh, das ist schön. Das ist echt wie nach Hause kommen. Hallo. Moin. Hallo. Ach krass, guck mal. Hier wollte ich immer schon mal stehen. Und ne Rede halten. Was? Wer schreit denn hier? Wer will wo raus? Wer hat hier denn wen eingesperrt? Okay, Harry bewegt sich nicht. Ich drücke zwar die Taste, aber... Der steht da einfach. Harry, lauf! Okay, das ist blöd, Hermine. Ja. Hier, ne? Das Ding hier beiseite schieben. Doch, ich höre dich, aber ich... Ich weiß nicht, wie ich dich hier rausholen soll. Da hinten. Da hinten könnte das sein. Okay, wer auch immer hier eingesperrt ist... Ich krieg's grad nicht hin. Ey, wer brüllt denn hier rum? Warte mal. Und das kann ich jetzt auch eigentlich nicht so stehen lassen. Was für ein schönes Detail. Dieses Hilfeschreien im Hintergrund macht alles kaputt. Und ich weiß auch immer noch nicht, wer hier brüllt. Ich würde gerne diese Regale beiseite schieben. Ich habe aber das Gefühl, dass das gar nicht geht. Also es sind ja auch keine richtigen Regale. Ich laufe mal hin. Ach so! Hallo, Hermine? Ich bin Angelina. Ein paar Slytherins haben ein Fokalzimmer gebütet und ein Filch alarmiert. Ich bin eingesperrt. Wir sollten sie rausholen. Wenn Filch sie erwischt, wird Umbridge Gryffindor vom Quidditch ausschließen. Und das wäre der Weltuntergang, was? Na los, holen wir Angelina irgendwie da raus. Das fände ich schon nicht so cool. Okay, dann rutschen wir mal hier diesen Stuhl beiseite. Incendio! Nein, Quatsch. Warte, wie machen wir das am besten? Ja, also am besten wäre ja die Pulse von der Seite, oder? Wie willst du den Rotz hier sonst verschieben? Okay, wir lassen ihn fliegen. Okay. Cool, hier wollte ich auch immer schon mal hin. Ich wusste noch nie, was hinter dieser Ecke hier, hinter diesem Tisch, wo die Lehrer essen, was sich dahinter verbirgt. Und ich bin gerade verwirrt darüber, dass sie nicht direkt hinter der Türe stand, weil... Hä? Wie laut kann die schreien? Äh, Reparo, Reparo, Reparo! Reparo! Brauchst du Hilfe? Wir müssen Reduktio wirken. Wieso? Hat er das gerade kaputt gemacht? Ich habe das repariert. Was zur Hölle, Hermine? Ich dachte, wir arbeiten miteinander. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir können Reduktio auf die Schränke wirken, aber wir müssen sie nachher mit Reparo reparieren. Pilsch kann jeden Moment kommen... Wo ist der Sinn? Alter! Ich verstehe es nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie Reduktio geht. Nein! Hermine? We need to talk. Ich weiß auch gar nicht, wie man Reduktio... Ich muss mal ganz kurz nachwirken. Äh, nach... Nachwirken? Naja, geht schon los. Ich muss mal ganz kurz nachgucken, wie man überhaupt Reduktio wirkt. Ich nehme dafür einen leeren Slot für dieses... Für diese Speicherei. Zauberliste. Ich kenne kein Reduktio. Was wollen die von mir? Hier! Ich kann kein Reduktio. Da! Ja! Mit Reduktio kannst du Dinge zerstören. Bin ich hier falsch reingelaufen? Ist das noch gar nicht... Bin ich hier zu früh? Ich kann sowas immer gut. So, den... Tue ich jetzt mal... ...ganz vorsichtig... ...hier rein. Ich wünschte, ich hätte. Aber die Zeit hatte ich leider nicht. Okay. Wir stellen also die Pokale da rein. Ich habe verstanden. Wir müssen Reduktio wirken. Nein. Äh, Wingardium Leviosa, ne? Ja. Ups. Das war ein bisschen zu hektisch. Da? Der ist echt hypersensibel. Wenn wir uns erwischt, sind wir dran. Gold muss in die goldenen Schränke, Harry. Oh, excuse moi. Ich hatte ja keine Ahnung. Sekunde, das werde ich aber dann natürlich sofort beheben. Hätte ich doch nur meinen Zauberstab. Hätte ich doch nur Freunde, die mir vorher Bescheid sagen. Ob ich hier alles richtig mache oder nicht. Wenn ich Reduktio wirke, kannst du die Pokale rausnehmen. Du musst dir der passenden Farbe zuordnen, Harry. Schneller, du weißt doch, dass Umbridge einen Grund sucht, das Wirken der Team auszuschließen. Ich raste gleich aus. Okay, okay, okay. Brauchst du Hilfe? Schon. Ich kann jetzt hier nicht mehr rum Vingadio levisieren. Das ist jetzt auch nicht der Weltuntergang. Naja, für manche schon. Das war gut, ne? Jetzt muss aber der hier nochmal ran. Oh nein. Was tut er? Was tut er? Falsche Richtung. Oh Gott, oh Gott. Warte, das ist auch Silber. Das sieht Silber aus. Ich glaube, es ist aber Gold. Ja, es ist Gold. Okay. Einmal hier rein. Mit Termine rede ich heute nicht mehr. Ich komme klar. Stimmt, das Pokal... Das Pokalzimmer sieht man ja beim Feuerkelch, also nicht im Spiel. Aber im Film. Ähm. Oh Gott, es dreht durch. Oh Gott, oh Gott. Alter. Wildes Gekreisel. Das ist definitiv nicht der richtige Zauberstab für Harry. Also nicht für Harry, wenn ich ihn spiele. Wir sind einander nicht grün. Das wird nichts. Halt die Backen. So. Einmal hier rein. Bitteschön. Oh Gott, oh Gott. Nein. Stopp. Schneller. Du weißt doch, dass Umbridge einen Grund gibt, das Wirkendor Team auszuschießen. Nur die Ruhe. Nur die Ruhe. Ihr ahnt nicht, wie schwer das ist. Mit der Maus. Ich habe das auch probiert mit dem Tipp mit den Tastaturen, den ich hier bekommen habe. In den Kommentaren. Das habe ich auch nicht hingekriegt. Und ich bin jetzt echt kein schlechter Spieler eigentlich so. Aber es ist einfach sau alt. Sie ist hier drin. Kapp ich dich. Was ist los, Mr. Filch? Ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber ich werde euch im Auge behalten. Danke, Harry. Schon gut. Wir haben einen Raum für die DA-Treffen gefunden. Im siebten Stock. Das ist großartig. Ich bringe Alicia und Katie mit. Bis dann. Ja, cool. Dann haben wir jetzt schon von der Liste jetzt ein paar... Oh, warte. Sieben von 28 Mitgliedern. Wenn die jetzt immer jemanden mitbringen, dann könnten wir... Oh, falsche Richtung. Haben wir vielleicht Glück und die rekrutieren sich quasi selbst. Severus Snape? Snape Hausaufgabe. Oh. Susan Bones Rettung vor den Slytherin. Aufspüren des Raums der Wünsche. Zacharia Smith Hausaufgabenhilfe. Aufspüren vom Raum der Wünsche. Cho Chang. Unfug in der Eulerei. Unfug. So kann man das auch nennen. Ja, ja. Unfug. Ähm. Colin Creevey. Hol die Kamera. Ähm. Dean Thomas. Finde die Wasserspeier. Ginny Weasley. Ärger mit den Zwillingen. Dolores Umbridge. Hä? Ernie McMillan findet die Zaubertrankzutaten. Blitwick Hausaufgabe. Aber hier stehen manchmal andere Sachen, ne? Fred und George. Und Lee Jordan versteckt die Feuerwerkskörper. Da gehen wir jetzt mal hin. Darauf habe ich Bock. Klingt vernünftig. Das machen wir. Und denen müssen wir dann eh Bescheid sagen, weil die sind ja auch Teil unserer DA-Gruppe. Und dann haben wir gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Harry ist voll begeistert. Hi. Mich? Ach ja, die Tröte. Ich gehe auch mal hier raus. Ey, manche... Du hältst dich wohl für was Besonderes, weil deine Tante im Ministerium ist. Ergo, du hältst dich wohl für was Besonderes, weil deine Tante Beamte ist? Hm. Okay. Ich hoffe, die Sperren sammeln. Harry! Hermine! Ron! Hey! Harry, bitte hilf mir! Oh, guck mal! Sie wollen ihre kleine Freundin retten! Und Potter? Was willst du jetzt machen? Wie kommen wir da vorbei? Benutze deinen Zauberstab! Verfluchen wir die Rotzellöffel! Wir müssten sie Susan vom Leib halten, damit wir mit ihr reden können! Hauptsache, die hören zu und gucken so... Wie? Okay, was können wir tun? Duell? Zeit für ein... D-d-d-d-d-duell! Protego! Ist noch gar nichts passiert, aber Protego! Expelliamos! Green! Oh, nice! Wer hat richtig gesessen? Ja, ich glaube, Duellieren finde ich ganz gut. Macht Spaß. Aber ich könnte doch auch mal Stupor, ne? Wie ging das noch? Aufstehen! Aufstehen! Okay, was muss ich tun? Das verstehe ich noch. Expelliamos scheint so der Schiff zu sein, den man nicht hinkriegt. Auf alle Fälle. Ey! Frech! Habe ich jetzt gewonnen, oder was? Danke, du warst spitze. Du hättest sicher dasselbe für uns getan. Ach, wäre ich doch nur so gut wie du. Dann komm doch zu unserem D-A-Treffen im Raum der Wünsche. Siebter Stock. Toll, danke! Aber es ist... Privat. Also... Hermine schreit das so rum, als wäre das so ein Club. Ein Voll-Okay. Komm doch auch zu unserem D-A-Treffen. Wir laden dich herzlich ein. Wir schmeißen auch noch demnächst hier mit ein paar Flyern rum. Aber weißt du schon mal Bescheid, ne? Raum der Wünsche. Dann sag ich dir auch noch genau, wo du hin musst. Nee. Nicht ganz. Alles klar. Alles klar. Am besten war der Typ, der meinte, alles im Lack. Ja. Alles im Lack. So, warte. Ist hier kaputt. Gut. Äh. Habe ich das jetzt gerade auf die Schülerin gerichtet? Okay. Einfach mal Wildschüler beschießen. Kann ich das auch hier machen? Hermine, richtet ihr einen Zauberstab auf mich? Klappe. Klappe, ich versuche euch zu stuporisieren. Du gehörst nach St. Mungo. Ja, ja. Lass die mich da alle in an Klapsen sehen wollen, ist auch hart, ne? Wir haben Lande nur bei einem. Was? Wir sind hier auch alle nicht mehr ganz sauber. Echt übel. Okay. Hier stand vorher Snape. Er wollte mich hier nicht durchlassen. Aber wir gehen jetzt trotzdem hier durch. Auf der Suche nach Fred und George. Ja, Harry. Gönn dir doch. Wollte gerade sagen, warum läuft der so langsam? Ich habe den Knopf gedrückt. Manchmal macht der selber Pausen. Ist noch ein bisschen komisch, aber... Oh. Das sieht sehr gut aus, ne? Das ist richtig cool mit der Brücke da hinten. Oh mein Gott. Ich hatte ja keine Ahnung, dass in Teil 5 wirklich... Also fast das komplette Hogwarts-Gelände hier ausgearbeitet wurde, ne? Richtig schön. Und dass man das alles auch so entdecken kann. Boah, und hier spiegelt sich auch der Berg im Wasser. Boah, mega. Okay, da hinten sind sie. Du hast ein neues fliegendes Geschöpf entdeckt. Was habe ich? Ach, ne Möwe. Jawohl. Hallo. Erstmal in sie hineinlaufen. Wir haben euch gesucht. Wir haben einen Raum für die D.A. gefunden. Ich hoffe, ihr verstoßt nicht gegen die Schulordnung. Sowas würden wir doch nie tun, nicht wahr, Fred? Nicht mit so vielen Vertrauensschülern in der Nähe. Wir verstauen lediglich ein paar Sachen, sodass überempfindliche Leute sich nicht gestört fühlen, wie Umbridge und Filch. Hilfst du uns? Jemand muss ins Bootshaus klettern. Wir reichen dir die Kisten und du kannst sie in die Boote legen. Das wäre sehr nett von dir. Äh. Ja. Dann mache ich das doch, aber... Ist das eine Abkürzung? Ach, ich soll jetzt hier klettern? Oder wie? Habe ich richtig verstanden? Ich kann hier hoch. Okay. Da kommt Harry Potter. Er überquert die Startlinie und klettert die Leiter hoch. Du musst alle Abdeckungen wegnehmen. Leg die Kisten hinein und deck sie ab. Dann leg die Abdeckung wieder zurück und die Mission ist beendet. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich das hier mache. Achso, ja gut. Alles ist besser, wenn es fliegt. Okay. 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 Warte, nein. Nicht laufen. Ich laufe mal kurz hier rum. Boah, wie gut die Boote aussehen, ne? Also, für damals. Leg sie einfach in die Boote! Ja, 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 Boote! Erstmal drankommen. Äh. Akio? Akio meine ich? Boah, Harry Potter 4 hat mich richtig verkorkst. Wir müssen das verstecken. Weil da haben sie immer alle Akio geschrien. Wie ging denn nochmal Akio? Ich werde wahnsinnig. Zauberliste. Akio. Drücken, ziehen. Habe ich gemacht. Nur kurz speichern. Mitten in der Aufgabe. Ja, hier so. Rücken und ziehen. Okay, was soll ich nicht machen? Gut dann. Ich sollte echt nur Wingardium Leviosa machen. Du darfst nicht mitdenken. Du musst einfach nur handeln. Ja! Ganz toll. Übrigens hat der, ähm, eine von den beiden, ne, hier der, Lee, Lee Jordan, ich weiß nicht. Der hat, glaube ich, die Stimme von einem Charakter aus dieser kleinen Kinderserie hier. Angelou. Die musste ich immer früher gucken. Also, ich habe die nicht für mich geguckt. Ich habe die geguckt, weil zu der Zeit nichts anderes Gutes kam. Falls ihr die noch kennt. Die läuft, glaube ich, auch immer noch. Auf jeden Fall, der hat die Stimme davon. Ich finde das immer so krass. Und einer meiner größten Leidenschaften ist definitiv irgendwie Schauspieler, also Stimmen zu irgendwelchen Rollen zuzuordnen. Das mache ich immer richtig gerne. Und wenn man dann so überlegt, so, ach krass, der war auch der und der in dem und dem Film. Ich glaube, ich muss die Seite wechseln. Nee, oder so. So, den packen wir jetzt hier rein. Wie viel haben wir denn noch? Das war's, hoffentlich. Okay. Doch, das hätte schon funktioniert. Ich glaube, ihr seid einfach Korinthen-Kacker. Auf dich kann man sich verlassen. Nicht wahr? Okay. Okay, jetzt aber, ne? Sechs Stück? Muss reichen. Super! Okay, wir decken jetzt die Kisten mit der Plane. Sonst noch irgendwer? Any wishes? Weil jetzt bin ich gerade hier oben. Okay. Andere Seite noch. Super! Komm runter! Tu's nicht! Nein! Oh mein Gott! Wirke einfach Reduktio oder Incendio auf die Kiste. Bin dran, bin dran. Arbeite dran. Wirke einfach Reduktio oder Incendio auf die Kiste. Alter, ich hab Incendio. Wirke einfach Reduktio oder Incendio auf die Kiste. Wirke einfach Reduktio oder Incendio. Ich hab das doch... Incendio. Okay. Hab ich gemacht. Ich bin einfach null einsichtig, ne? Ich hab das gemacht. Sensationell! Das finden wir auch. Und das ist für eure Hilfe bei unserem Test. Was für ein Test? Du hast bewiesen, dass das Feuerwerk idiotensicher ist. Wir sollten gehen. Wir sehen uns beim TA-Treffen. Siebter Stock, Raum der Wünsche. Cool. Wir kommen. So, jetzt geh ich mal ganz kurz das Porträt hier anquasseln. 11 von 28 haben wir jetzt schon da. Salut! Ach, der pennt. Okay, dann müssen wir laufen. Was ist mit Harry los? Voll so wie so bei Walking Dead. So Zombies, die immer gegen die Wand laufen. So hat es gerade gewirkt. Ich wollte gerade noch irgendwas anderes sagen, aber ich hab's wieder vergessen. Kann passieren. Egal. War da nicht wichtig. Bestimmt. Ey, wie gut das aussieht. Ich komm nicht klar, ne? Das sieht wirklich richtig gut aus. Und mein Laptop ist extrem alt und mein Laptop ist von 2011. Das hab ich ja schon mal erzählt. Also, ich bin ja eigentlich ein MacBook-User. Ich spiel ja eigentlich auf Mac. Werd dafür immer hart verachtet. Zu Recht, weil auf Mac spielen ist auch einfach richtig Müll. Also, wenn man ein Spiel findet, was gut läuft, dann sieht's auch gut aus. Aber es läuft halt einfach kaum was, ne? Ist schon echt krass. Aber das hier sieht noch ganz gut aus auf der alten Kiste. Und das freut mich. Ich hab allerdings überhaupt keine Ahnung, wie das mit den Nachfolgespielen wird. Hab die noch laufen werden. Drückt mir die Daumen. Bisher hat's ja immer irgendwie geklappt und ich hab mich durchgemogelt mit irgendwelchen Tricks. Zum Beispiel hab ich angefangen das Spiel, weil es hat nicht gestartet im normalen Modus. Aber dann, wenn du dich mit dem Admin einloggst, dann geht das irgendwie. Frag mich nicht, warum. Aber das sind so halt die kleinen Sachen, ne? Viadukt. Okay. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo ich jetzt hin muss. Ach, hier lässt sich die Karte wieder öffnen. Kommen, wir gehen mal zu Genie. Wobei, die knutscht bestimmt gerade, oder? War das nicht der Teil, wo die vergeben ist? Kommst du mit in die Eulerei? Ja, gerne. Vielleicht ist das auch nur so ein Code, so kommst du mit in die Eulerei? Zum Vökeln. Nein, stopp. Das geht in die ganz falsche Richtung hier. Das ist ja ein Kinderspiel. Das tut mir leid. Okay. Jetzt aber wieder der Ernst der Lage. Einmal zurück zum Ernst. Und, äh... Jetzt suchen wir, wie gesagt, Genie Weasley. Ah, die Musik. Schön. Wobei gleichzeitig muss ich auch mich daran erinnern, dass ich bei dieser Musik immer so eine leichte Gänsehaut hatte. Ich glaube, das ist entweder aus dem ersten oder aus dem zweiten Teil. Aber ich habe das ja als Kind gespielt. Als wirklich sehr, sehr junges Kind alleine. Im Keller auch. Am PC. Und... Also jetzt nicht den Teil, sondern Teil 1 und Teil 2. Und, äh, das war alleine so krass gruselig, ne? Das war richtig gruselig. So, jetzt laufen wir hier hoch. In den vierten Stock. Äh, da nicht. Hier rein. Ah, ich speichere mal eben, Freunde. Jo. Warte mal, hat der jetzt gespeichert? Nein. Hat der nicht. So, jetzt aber, ne? Oder? Nee. Okay, dann speichere ich mal eben hier drauf. Okay, keine Ahnung. Äh. Treppe, bitte. So. Äh, Fußspuren sagen hier lang. Das machen wir auch. Das ist der Beste. Ach, es gibt so viele coole Gemälde hier. Okay, Ginny. Die ist hier, ne? Offenbar. Ja. Hallo? Oh nein. Wer ruft denn hier? Na los, stell dich irgendwo drauf. Wie? Wir haben noch nicht alle gefunden. Schau auf die Karte. Da müssten die anderen zu sehen sein. Bin reizüberflutet. Ich will mit dir reden. Wer spricht denn da? Was macht mich kirre? Ich soll mich irgendwo drauf... Ich will vielleicht deinen Geschichte der Zaubereiaufsatz leihen. Ach, den hatten wir schon. Ich bin in der letzte Stunde eingeschlafen. Nein, tut mir leid. Hier drüben, bei der Tür. Wie, bei der Tür? Bist du gelaufen? Gerade war es noch beim Kamin. Okay, ich gebe es auf. Vielleicht ein ganz, ganz kleiner Mensch oder so. Okay, wo sind denn jetzt diese Doxy in Umbridge Büro? Wie komme ich da rein? Mal ganz kurz gucken. Raum der Belohnung. Da gibt es das Stock. Überdachte Brücke. Umbridge. Umbridge. Umbridge's Büro. Jo. Da gehen wir jetzt hin. Also das ist ja sagenhaft. Ich finde es mega cool, dass man hier einfach alles sehen kann. Sogar Umbridge's Büro. Also da waren wir gerade schon drin, aber da hat sie mir ja mit dem Tintenfüllerhalter in die Hand geritzt, wenn du so willst. Aber es ist so krass, dass man wirklich hier alles sehen kann. Das ist so krass. Ich komme nicht klar. Ihr wisst nicht, was das für mich bedeutet, weil ich kannte immer nur Spiel 1, 2 und 3. Und bei 4 bist du ja so gefangen in dem, in diesen. Da war ich auch so traurig, als man bei 4 rausgefunden hat, also ich, dass ich mich da nicht frei bewegen kann, sondern nur diese komische Ansicht hatte. Das war so scheiße. Das hier ist viel besser. Oh mein Gott. Aber da haben die sich dann auch die Meinungen und die Kritik von den Leuten, die das Spiel davor gespielt haben, also Teil 4, und das wahrscheinlich aus diesen Gründen auch scheiße fanden, haben die sich dann wahrscheinlich gedacht so, okay, jetzt bauen wir ganz Hogwarts nach. Jetzt reicht's. Dann kann sich auch keiner mehr beschweren. Huch. So, jetzt gehen wir hier lang. Immer schön den Füßchen nach. Ey, das ist aber auch echt eine Weltreise. Sie ist ja sehr weit weg von dem Gryffindor-Turm, was gut ist. Also von dem Schlafsaal. Ja, das frage ich mich auch. Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich habe leichte Moody-Flashbacks. Aus Teil 4. Hat nichts gebracht, okay. Kann ich das hier irgendwie anmachen? Okay, kann ich nicht. Schade. Weasley fängt doch nie ein Ding. Schützt ja keinen Eins-Kind-Ring. So singen wir von Slytherin. Weasley ist unser King. Weasley ist dumm wie ein Fluchtful-Ding. Lässt ihn koppelt durch den Ring. Weasley sorgt für unseren Gewinn. Weasley ist unser King. Das hat mir gerade noch gefehlt. Legen Sie den Zauberstoff weg, Potter. Nein, 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 Mr. Potter. Solche an Benehmen können wir nicht dulden. Ja. Was ist da gerade passiert? Was ist da gerade passiert? Wieso? Wieso? Wieso 50 Punkte Abzug? Okay, jetzt sehe ich auch gerade mal das erste Mal, wer hier mit mir reden will. Dieser komische Typ da auf dem Gemälde. Keine Zeit für Quidditch. Mann. Okay. Was muss ich jetzt machen? Das war Doxy. Das Doxy-Gift doch da rausholen, oder? 50 Punkte. Ich komme nicht klar. Ginny Weasley ärgert mit den Zwillingen. Okay. Okay, ich laufe da jetzt nochmal hin. Ich will es ja wissen. Ich will ja wissen, ob man sich da irgendwie anschleichen muss, oder ob man da irgendwie... Ach ja. Ach ja. Oh nein. Ich hätte den Tarnumhang mitnehmen müssen. Das habe ich voll vergessen. Oh nein. Wie konnte ich das vergessen? Ich bin einfach so hingelaufen. Okay, nochmal. Oh nein. Okay, wo habe ich den denn hingelegt? Der müsste doch hier oben im Schlafzimmer sein. Komme ich da jetzt rein? Einmal mit Profis. Komm. Rein da. Oder kann ich jetzt hier rein? Ah. Ach, wie süß. Okay. Boah, ich liebe ja diese Betten, ne? Die sind einfach so schön. Und kuschelig. Und mit diesen Vorhängen. Einfach richtig cool. Und du hast sogar ein bisschen Privatsphäre. Mr. Weasley. Waren Sie kürzlich nochmal im Gemeinschaftsraum? Ihre Schwester Ginny scheint sich große Sorgen über irgendetwas zu machen. Ja, mit dir haben wir gerade gesprochen. Da ist schon alles klar. Ich schlafe... Wo schlafe ich denn? Da? Ja. Für Dienstverhältnisse sind das noch relativ wenige West-Temposter. Okay, da schlafe ich offenbar nicht. Warum ist Hermine hier drin? Die darf doch gar nicht hier rein. Ach, guck mal, die Kröte. Das ist bestimmt Trevor. Oh. Der ist einfach spitze. Denk dran. Wir müssen jetzt unbedingt leise sein. Also. Spon. Wieso ich? Du hältst es doch keine 20 Sekunden aus, ohne zu nörgeln. Hier drunter sollten wir keine Zauber wirken. Es ist nicht genug Platz. Man könnte uns sehen. Okay. Okay. Also. Wir passen anscheinend alle hier drunter. So, jetzt speichere ich aber doch nochmal. Man kann gar nicht speichern. Die Porträts können mich aber doch sehen, oder? Gab's denn nicht so eine... Konnten die einen sehen? Wisst ihr das noch? Das würde ich ja gerne mal wissen. Ich muss mal ganz kurz hier schnell durch die Korridore flitzen. Ach, hier muss ich lang. Okay. Hui. Magic. Mal kurz von hinten anrempeln, aber es war ja gar keiner da. Boah, und hier bist du richtig schön schnell. Au. Sorry. Bin noch nicht so ganz. Zufrieden mit dem Tarnumhang. Zu spät. Okay. Jetzt kann man aber doch hier lang flitzen. Das ist schon echt cool. Das ist auch sehr cool gemacht, ne? Für, also wie gesagt, für damals. Ich finde es richtig cool. Einer hat mir irgendwie letztens unter... Unter, äh... Teil 2 irgendwas geschrieben. Von wegen echt tolle Grafik. Und ich denke mir so... Ja. Aber die Grafik mag heute scheiße aussehen, aber für 2002 war das echt richtig cool. Und das hier, überlegt mal, das ist 2007. Ich hoffe, sie lässt uns nicht auch mehr Vasen putzen. Wenn ich noch eine einzige Vasen sehe, wird mir schlecht. Warum? Ist ja nicht so, als würden Vasen stinken oder so. Wie kommen wir an ihr vorbei? Wir müssen sie irgendwie ablenken, damit sie von Umbridges Tür weg geht. Hm. Wir sollten nicht zaubern, während wir unsichtbar sind. Okay. Verzeihung. Aber was soll ich denn sonst hier... Ich muss da einfach nur langlaufen, oder wie? Wir sollten nicht zaubern, während wir unsichtbar sind. Okay, dann schubst das mal um. Au! Wer da? Au! Was war das? Au! Oh, die rennen hier durch mich durch. Schnell, kick mal den Stapel Bücher. Ich habe gesagt, keine Zauber unter dem Umrat. Was kann ich noch hier machen? Kann ich noch irgendwas umschmeißen? Wir sollten nicht zaubern, während wir unsichtbar sind. Und sichtbar sind. Hast du das gehört? Ist da jemand? Bla, bla, bla. Au! Ich habe was gehört. Leute, ihr steht mir hart im Weg rum. Kann doch nicht sein. Oh Mann. Die klettern auch nicht auf den Tisch. Okay, dann kicken wir jetzt noch die Vase hier um. Warum ist die umgefallen? Pass auf. Was war das? Reparo! Hä? Oh ne. Die können das ja auch. Reparo. Okay. Bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich die jetzt hier da weglocken soll. Zumal ich ja dieses Klapper hier auch gar nicht mache. Zumal ich ja dieses Klapper hier auch gar nicht mache. Geh doch mal da weg. Okay, wir sind schon mal an denen vorbei. Und jetzt schleiche ich mich einfach hier rein, oder? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah, jetzt muss ich hier hinten lang. Praktischerweise. So viel Zeug. Ob überhaupt noch was zum Beschlagnahmen übrig ist? Wie sollen wir hier die Flaschen finden? Axio Doxy Gift. Ja, das hatte ich auch vor. Klar. Verschwinden wir hier. Wo muss ich denn hier hin? Hier sieht es aber echt abgefahren aus. Und hier sind sogar die kleinen Katzenbilder. Oh, wie süß. Also. Die Einrichtung über Geschmäcker, Geschmack lässt sich streiten. Aber ich finde süß, dass die sich so detailgetreu darin... Also die haben das ja echt liebevoll nachgebaut, ne? Richtig cool. So, was ist jetzt hier mit den... Stehen die noch hier? Da. Geschafft. Und da Fett und George nicht in der Nähe sind, kann sie sie auch nicht beschuldigen. Wenn sie vorher ein wenig nachdenken würden, kämen sie gar nicht in eine solche Lage. Los, gehen wir zurück zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Hm. Ja, cool. Dann können wir jetzt raus aus dem Umhang. Und vorher möchte ich, glaube ich, hier noch Trevor streicheln. Aber der ist jetzt weg, ne? Verdammt. Ach, hier. Doch, da war er noch. Wieso? Wir haben alle drei drunter gepasst. Was hast du vor? Willst du zunehmen oder was? Okay, das können wir vielleicht noch anmachen. Dann machen wir mal Incendium. Wenn ich noch weiß, wie das geht. Offenbar nicht. Okay. Dann speichere ich jetzt. Okay, dann laufen wir mal eben zurück. Die Uhrzeit stimmt auch nicht, also speichert ihr nicht. Das ist ein Problem. Ach, guck. Hier noch? Ja, sehr schön. Dann haben wir auch mal alle gemachte Betten. Ey, wenn das mal so einfach wäre. Ich schüttel mir morgens immer einen Krampf in die Arme. Und die müssen einfach nur die Stäbchen schwingen. Ich bringe sie zu Fred und George. Sag ihnen, sie sollen vorsichtig sein. Ich finde ihr Verhalten zwar nicht gut, aber ich will nicht, dass sie verwiesen werden. Dass sie von der Schule fliegen, wäre nicht das Schlimmste. Moms Heuler wären viel schlimmer. Genau. Ja. Ronald Weasley, wie kannst du es zulassen, dass deine Brüder von der Schule fliegen? Wir sehen uns beim VA-Treffen. Hey, Taube Nuss. Ich bin hier oben. Hey, Harry. So, willkommen zurück zu Harry Potter und der Orden des Phönix. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich hatte das Spiel aus und logge mich gerade ein. Und jetzt sehe ich hier, stehe ich hier plötzlich im Raum der Wünsche. Und ich bringe euch jetzt was bei. Okay. Hier sind so Figürchen erschienen. Die kannte ich auch noch nicht. Offenbar ist das so, dass man, wenn man speichert, dann wohl automatisch im Raum der Wünsche wieder geboren wird, sobald man das Spiel startet. Oder zumindest hier startet. Und wenn noch einer mich hier begrüßt, ne? Ja. Ähm. Oh, hier ist ein Spiegel. Ich habe kein Spiegelbild. Ich bin ein Vampir. Okay. Äh, mal eben mit denen quatschen. Entscheide du, was wir machen. Äh. Was sollen wir heute spielen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Sag du was. Ob ich bei Fred und George arbeiten kann, wenn ich mit der Schule fertig bin? In dem Laden? Die sind ja auch noch, also da sind sie ja noch in der Schule. Die Puppe? Ist das der Todesser? Korrekt. Habe ich mir jetzt so gedacht, oder? Das kommt dem Ganzen sehr nah. Aber wir haben auch Holz im Kopf, so wie die echten. Äh, okay. Gut, versuchen wir es mal. Ich werde jetzt hier mal was drauf zaubern. Kann ich das überhaupt? Kann ich nicht. Okay, dann quak ich. Ich werde jetzt noch hier Neville anquatschen. Ich wünschte, ich könnte so gut zaubern wie du, Harry. Lernen wir was Cooles, Harry? Bitte. Ich denke mal drüber nach. Na komm schon, Harry. Irgendwas Tolles kannst du uns bestimmt beibringen. Ich kann den Zauber nur vom Hörensagen. Aber wie wär's damit, Harry? Reduktio. Hast du den nicht im Trimagischen Turnier benutzt? Hier steht, man soll zielen. Den Zauberstab gegen den Uhrzeigersinn schwenken und Reduktio sagen. Ich glaube, ihr braucht keine Hilfe. Ihr könnt das doch. Die müssen wir gleich eh reparieren. Wart ab. Schleim, 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 Schleim. Schau mal bei der zukünftigen Einschleim. Oh, jetzt sind sie weg. Es befinden sich was? Noch nicht alle Mitglieder? Ich glaube, ich muss ja noch ein paar Leutchen hier rekrutieren, ne? Warte mal, was ist denn mit ihr? Hier ist jeder Zauberrecht. Hauptsache irgendwas. Hauptsache zaubern. Ja. Okay. Gut, dann rekrutieren wir jetzt die anderen. Hauptsache mir ist jeder Zauberrecht. Hauptsache ich muss nicht mehr auf dem Schulhof mit den anderen abhängen. Gut, ich guck mal gerade, wie das nochmal ging. Ne, so. Ähm. Wir werden jetzt Colin Cree, den, darauf bin ich gespannt, wie der aussieht, den werden wir jetzt rekrutieren. Okay, wo muss ich hin? Fußspuren? Fußspuren? Wo sind sie hin, die Fußspuren? Hallo? Wahrsagen? Boah, da gehen wir jetzt auch mal eben kurz rein. Da habe ich Bock drauf. Auf den Turm. Ich renne hier hoch. Ich weiß übrigens nicht, ob es jetzt vielleicht besser aussieht und nicht mehr so viel ruckelt. Ich habe was an der Einstellung geändert. Weil ich war ja doch nicht ganz zufrieden. Auch weil das Intro geleckt hat. Übrigens, sorry dafür. Doch, ich möchte hier rein. Aber ich kann gar nicht. Schade. Ach, Mensch. Ich dachte, ich könnte mich bei Wahrsagen ein bisschen umgucken. Und ein paar Kugeln durch die Gegend rollen. Wie, ihr seid erst hier? Ah, da war ein Fuß. Jetzt ist er weg. Okay. Ja, wo muss ich denn hin? Manchmal kommen hier die Füßchen und manchmal nicht, ne? Wollt ihr mir auch was erzählen? Ich habe aufgehört zu zählen. Es sind einfach zu viele. Nein. Hä, ich dachte, das wäre ein fairer Sport, wenn die sich hier gegenseitig auf dem Besen verzaubern. Ist das aber nicht mehr so fair, oder? Oh, das kann ich noch reparieren. Wenn ich noch wüsste, wie das geht, das weiß ich leider nicht. Ach doch. Ach ja, das war mit dem Uhrzeigersinn. Ich sammle die Punkte, damit ich mächtiger werde. Und ich brauche nur noch 55, Gott sei Dank, bis zum nächsten Upgrade. Und hier kann ich nicht rein, habe ich gerade gesehen. Ey, das ist jetzt aber ein bisschen doof, dass ich die Fußspuren nicht sehe. Oh. Mal eben reparieren. Wo ich gerade schon mal hier bin. Letzten Meter versagt. So. Kann man auch vor den Punkten weglaufen? Nein, kann man nicht, okay. So, den noch schnell. Ja, ich habe ganz schön Muskeln im rechten Arm gekriegt, sage ich euch, seit ich das spiele. Trainieren muss ich da nicht mehr. Ach, jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Aber ich muss sagen, die Korridore sind schon sehr cool gemacht, ne? Also es sieht alles sehr nice aus. Ach, das war jetzt der Raum der Wünsche? Wo kommst du denn her, Ron? Ich brauche auf jeden Fall diese Fußspuren. Ohne die bin ich hier völlig aufgeschmissen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, hier kann man noch rein. Ah, okay. Ach, da sind sie wieder. Oder auch nicht. Hä? Hallo, Füße. Okay, so hin und wieder taucht einer auf. Das reicht mir vielleicht schon. Hoffentlich ist es nicht mein eigener. Und ich laufe jetzt so hinter meinen eigenen Füßen her. Das wäre auch echt bitter. Ich laufe jetzt mal hier rein. Uh. Ach, hier. Das sind meine eigenen Füße, oder? Moment, ich, ich klicke das nochmal eben hier an. Wenn ich das hier wieder, gucke ich jetzt mal. Ah ja, sie haben sich verändert. Das ist gut. Dann, äh. Okay, jetzt sind sie wieder da. Jetzt haben sie es. Ja, jetzt sind sie wieder da. Okay, sehr gut. Das wäre sonst echt nicht, äh. Das wäre eine Sucherei geworden, auf jeden Fall. Ja, immer. Und bei Ihnen? Warte, ich rede mal kurz mit Ihnen. Ob er der Lady schon was zu essen gebracht hat? Vielleicht wird das nochmal wichtig. Und ich kann mir vielleicht irgendwie bei irgendwem einen Schal mopsen oder so. Okay, die Füße haben schon wieder aufgehört, mir zu zeigen, wo ich hin muss. I like it. Ich laufe mal hier lang. Nee, da muss ich zurück. Oh, tut mir leid, das ist ja jetzt hier blöd. Gehen wir mal hier lang. Gehen wir mal raus. Du gehörst nach St. Mungo. Entschuldigung, ich suche hier wirklich verzweifelt nach Fußabdrücken. Äh. Ah, hier. Rechts, links? Oh, links. Trimagischer Trottel. Ich bin überfordert. Wo muss ich denn hin? Nee, da muss ich nicht hin. Ich laufe jetzt hier lang. Das sieht gut aus. Hier war ich noch nicht. Sowieso noch nicht. Hier wollte ich sowieso mal lang. Ah, wir quatschen mal mit den Leuten hier. Vielleicht ist das Colin Creely. Hallo. Kennst du das Passwort für das Porträt von Gifford Abbott? Er meinte, ich müsste einem Hufflepuff helfen. Nun, ich hab gehört, dass du letztes Jahr Cedric beim Trimagischen Turnier geholfen hast. Das Passwort ist Drachenei. Danke. Oh, wie praktisch. Drachenei ist auch irgendwie ein kleiner Reminder an Teil 4, ne? Kommst du mit in die Eulerei? Nein, tut mir leid. Noch nicht. Na du? Na du? Okay, was mit ihm? Bist du heute wieder im Tagespropheten, Potter? Das ist nicht lustig. Was für eine Aussicht. Fantastisch, nicht wahr? Man könnte bis Hogsmeade sehen. Wenn da nicht so viele Bäume wären und das die richtige Richtung wäre. Wo ist Hogsmeade eigentlich? Also diese Wasserspeier hier oder diese Gargoyldinger? können anscheinend reden. Und alles, was sie sagen, ist Will und völlig befreit von Sinn und Verstand. Aber gut. Okay. Gehen wir mal hier hin. Viadukt-Zugang. Das ist dann dieses, dieser Übergang, oder? Äh, ja, okay. Also, ich dachte erst so, wow, krass. Jemand, der das fühlt, dass Dumbledore genervt ist. Und, äh, jemand, der offenbar das Gespür hat für andere Leuts Emotionen. Und dann lag er doch so falsch. Weil Dumbledore, glaube ich, versteckt das ganz gut, dass er die nicht leiden kann, ne? Also im Film zumindest, da merkst du davon nur so, immer wenn die sich so dazwischen drängelt, dass er dann so ein bisschen pikiert ist darüber. Aber sie ist so, ja, er macht so, ja komm, lass die Alte, die ist neu. Die muss sich mal kurz in den Vordergrund drängeln. Kann man das hier noch begutachten? Nein. Okay, dann gehe ich mal hier lang. Ich weiß zwar nicht, warum. Ich suche eigentlich Colin. Und jetzt wird es irgendwie auch gruselig. Hä, warum war denn hier gerade mein Fußstapfen Gold? Oder so gelb? Sollen wir das irgendwas sagen? Hm, Alarm, du gehst in die falsche Richtung. Wir gehen auch voll tief, ne? Wo bin ich? Oh Gott, es ist nur Snape. Okay, der ist schon so eine Präsenz. Ich bin offenbar bei den Slytherins. Die wurden ja so richtig, richtig weit weggepackt. Damit man den... auch sonst nicht über den Weg laufen muss. Den miese Petern. Wir sind alle gemein. Wir sind alle gemein. Wir werden jetzt hier nur fiese Kommentare finden und kriegen und... Na, irgendwo ein dunkles Mal entdeckt, Potter? Äh. Keine Ahnung, aber... Wir können ja mal deinen Körper nach Muttermalen absuchen. Was macht denn der Gryffindor hier unten? Hast du dich verlaufen? Okay, hier ist es aber auch echt ein bisschen... Sind das Spinnennetze? Oh Gott, die haben sich selbst die Putzkräfte hier für euch gespart. Ihr seid hier sehr willkommen. Okay, was ist hier noch? Die sind aber nicht kaputt oder so, ne? Ne. Mal gucken, ob wir die trotzdem irgendwie antriggern. Ne. Denen ist alles gut. Auch wenn es nicht so aussieht. Dann gehe ich mal hier lang. Ich weiß gerade gar nicht mehr, also ich werde mich hart verlaufen. Und das ist ein... Ein Weg ins Nichts. Hier ist zugemauert. Sehr schön. Dann drehe ich hier um. Äh. Weg da. Hier ist eine Abkürzung vielleicht, wenn ich Glück habe. Guten Tag. Okay. Mal eben aufräumen. Cool, weil jetzt habe ich, glaube ich, die nächste Stufe erreicht. Entdecker Level 4. Wo ist Myrte? Ich vermisse Myrte. Ich dachte, die kommt mal kurz vorbei und sagt mir Bescheid. Ah. Wenn man vom Teufel spricht. Ich muss dir ein paar Sachen in unserem Geheimraum zeigen. Die anderen brauchen nicht mitzukommen. Ist klar. Ich möchte jetzt kein privates Date. Nein. Und immer noch nicht. Okay. Hier kann ich doch Incendio draufwirken. Incendio. Warte. Warte. Drücken. Eine andere Taste. Das war es nicht. Gott, ich wäre so ein schlechter Zauberschüler, ne? Äh. Nach rechts. Nach links. Okay, ich gucke einfach nach. Entschuldigung. Ich spare mir das. Zauberliste. Incendio. Ach, schieben. Okay. Das klappt aber auch wirklich gut. Das muss ich auch an dem Spiel echt mal loben. Dass sie das so richtig gut erkennt, diese Gesten. Also das macht schon Spaß. So, jetzt kann ich das hier begutachten. Hier wird man doppelt gefordert. Und dann gehe ich hier lang. Dann fackele ich das noch ab. Genau. Das wird sein. Das ist das einzige, was mich noch bodenständig hält. Also was mich am Boden hält. Tschüss. Stehst du heute wieder am Tagespropheten, Potter? Das ist nicht lustig. Ich bin... echt jetzt angepisst, weil ich will eigentlich nur an dieses Ding hier dran. Und der nervt mich jetzt hier. Ich kann da drauf nicht... Ach ja. So, ich wollte gerade sagen, ich kann hier nicht dran. Könnt ihr mal beiseite treten. Okay. Ja, Snapey Boy. Lass mal was hören. Ah, Potter. Nach Ihren letzten kläglichen Versuchen der Zaubertrankbereitung erwarte ich von Ihnen zwölf Zoll Pergament über die Eigenschaften von Mondstein. Aber ich habe schon jede Menge Hausaufgaben. Und, Potter, wenn Sie nicht wenigstens mit Annehmbar abschneiden, gibt's Ärger. Ich frage mich bis heute, was es bedeutet, wenn die zwölf Zoll Hausaufgaben aufhaben. Also muss der Stapel Pergament dann so dick sein wie zwölf Zoll? Und wie viel sind zwölf Zoll? Ich bin ganz schlecht in dieser Umrechnung. Sind doch nur ein paar Zentimeter, oder? Aber das ist doch ein halbes Buch. Warte. Okay, ich werde das mal rausfinden für die nächste Folge. Das nehme ich mir jetzt vor. Hausaufgaben. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ich weiß, welches Buch du brauchst. Wir können in der Bibliothek nachsehen. Was doch jetzt nicht? Hausaufgaben. Später. Und zur Mutti sagen habe ich schon gemacht. Nein, schneidet euch bloß keine Scheibe von mir ab. Das war auch für mich mein ganz eigener, kleiner, stiller Protest, weil meine Mama war ja Lehrerin. Und die hat mich immer besonders mit dem Kram genervt. Püße gehen raus. So. Was ist das hier für ein Schirmständer? Da kann ich nichts mit tun. Doch, vielleicht kann ich da irgendwie draufdrücken. Irgendwas muss man hier machen können. Das war es nicht. Was soll ich denn hier machen? Nee, komm. Okay, hier sind die Hater echt krass. Hier wollte ich auch eigentlich gar nicht hin. Ich wollte doch eigentlich mal Colin Creevey finden. So, dann repackieren wir das. Und ich bin jetzt... Irre gut, ja? Ich bewache diesen Gang nun seit vielen Jahren. Niemand ist je hier durchgekommen. Niemand kennt das Passwort. Nun, wenn niemand das Passwort kennt, kann auch niemand durchgehen. Also brauchen sie ja auch gar nichts zu bewachen. Aber wenn sie mir das Passwort verraten... Nun, ja, ich muss schon sagen, das macht mehr Sinn, als alles, was ich seit langem gehört habe. Aber die anderen müssen alle verschwinden. Du musst sie alle loswerfen. Warum gibt's so viele Schlammblüter in Hogwarts? Sie hätten auch Salazar, Litherin hören und sie wegjagen sollen. Dann wärt ihr schon alle ausgestorben, ey. Dann würden hier drei Leute rumlaufen. Glückwunsch. Okay, ähm... Wie kann ich die Leute vergraulen? Mit Regenschirm? Ja, die... Ich kann die anduellieren. Okay, das mach ich, das mach ich. Los, wer hat euch? Hau ab! Deine Mutter! Okay. Hä, was? Jetzt verteidige dich wie ein Mann. Da läuft er weg. Er ist weg. Einfach abgehauen. Tschüss. Tschüss. Du störst auch gerade. Ich soll alle raus scheuchen. Tschüssi. Nein. Ich treibe dich jetzt hier hin. Komm her, Schäfchen. Komm. Tschüss, tschüss, tschüss. Hier, die hauen echt ab. Nur, die haben Angst vor mir. Aber ich bin auch der durchgeknallte Potter. Das kann man auch einfach mal genießen. So, und wer ist das? Ach ja, die dürfen, glaube ich, bleiben. Ist okay. So. Dann renne ich hier rüber. Hey, wie kommst du denn jetzt wieder hier rein? Hau ab! Weg. Oh, das kann ich schnell erforschen. Eine Liste mit Schülern. Mal sehen. Okay, die wird mir irgendwie nicht angezeigt. So, jetzt sind alle weg. Jetzt kannst du mir das erzählen. Alle sind weg. Bitte verraten Sie mir das Passwort, bevor Sie zurückkommen. Also gut. Es lautet Volo Futurus Unus. Volo was? Ich möchte allein sein. Sehr gut. Und das Bücherregal konnten wir, glaube ich, verschieben. Oder? Okay, also zerstören war okay. Pappelapapp, vorsichtig. Nee, eigentlich schon. Also, wer Bücher nicht zu schätzen weiß. Gut, äh, Colin Creevy, da war doch was. So, du darfst wieder rein. Sorry. Wo ist der kleine Colin? Und es ist schon riesig hier draußen, ne? Also, hier war ich ja auch noch nicht. Und ich gehe jetzt erstmal da hinten gucken, ob der da vielleicht irgendwo rumsteht. Das ist ja, glaube ich, der, der mein größter Fan ist oder so ähnlich. So, die kann ich nicht anfackeln. Äh, gepflasterter Innenhof. Okay. Was? Was? Ach, ist er das? Hallo. Hallo, Colin. Was machst du da? Ich wollte ein Foto von ein paar Slytherins machen, wie sie einen Erstklässler vermöbeln. Dann hätten wir einen Beweis. Aber sie haben die Kamera aufs Dach geworfen. Keine Sorge, Harry holt sie dir. Wirklich? Danke, Harry. Das ist fantastisch. Sie ist da oben. Wie willst du denn da hochkommen? Ach, egal. Wenn es einer schafft, dann du. Du musst noch zwei Aufgaben abschließen. Was? Wie auf der Karte des Rumtreibers nach, welche Aufgaben du betreten kannst? Ich wusste ja gar nicht, dass wir jetzt hier auch... Also, klettern? Das wusste ich, dass wir das können, aber... Äh... Ich glaube, die muss ich machen, bevor ich mit Colin irgendwas mache. Hallo? Potter stinkt. Potter stinkt. Potter stinkt. Oh, hallo. Verschwinde, Potter. Hey. Ich hänge fest. Oh, ich kann da nicht durch. Na, du? Ja. Kann ich die hier verscheuchen? Ey, was? Hier sammelt sich so eine richtige Traube. Haut ab. Stupor. Die hat es aber richtig ins Gesicht bekommen, aber die weicht trotzdem nicht zur Seite. Mein Gott. Da muss doch ein Lehrer kommen. Oh, Duell. Wir sind krass in der Überzahl. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie man Expelliarmus wird. Steh auf. Guck mal, wir... Vier Leute gegen eine. Das ist richtig ungerecht. Bleib liegen. Bleib liegen. Okay. Kann ich jetzt hier durch? Jetzt kann ich hier durch. Warte, jetzt muss ich den hier... Ach nee. Ich dachte, jetzt müsste ich den im Duell besiegen, aber... Jetzt werde ich erstmal die Treppe hier reparieren, wenn ich das kann. Das ist schon eine krasse Aktion. Ich denke, da müssen die anderen mir wahrscheinlich helfen, ne? Ja. Nein. Verzeih mir. Ich hab mich einfach nur verklickt. Und schon haben wir... Stress. Ist ja immer so. Du musst auch einfach nur zur Seite laufen. Du musst gar kein Protego hier. Ein Protego ist... Protego ist, glaube ich, ein bisschen sinnlos. Kommst du auf? Jetzt drauf machen, wenn er am Boden liegt. So geht das Spiel. Ja. Okay. Danke. Ich hab mir echt bei dem Outfit was gedacht. Okay. Okay, jetzt mach ich, äh... Äh... Ähm... Jetzt werde ich das hier reparieren. Dürfen mir gerne alle dabei helfen. Gemeinschaftsaufgabe. Ja. Okay, sehr cool. Ah. Okay. Jetzt laufe ich hier hoch. Mein Gott. Es sind immer alle so geschockt, wenn ich in sie hineinlaufe. Warum nur? Ich verstehe das gar nicht. Okay. Was ist das hier? Ist das kaputt? Kann man das reparieren? Das machen wir jetzt. Ah, okay. War auf einem guten Weg. Ich fang nochmal an. Ein Künstler braucht Zeit. Immer wenn ich loslasse, fängt der an zu zaubern. Was soll das? Jetzt. Falsche Richtung? Nee. Komm, mach was. Muss der Mini mitmachen? Ja. Reparo? Reparo? Ey, wer nimmt das nicht an? Das ist natürlich jetzt echt lame. Reduktion. Okay, jetzt hat's funktioniert. Du hast einen versteckten. Ich hätte gerne längere Nachrichten, damit ich die auch mal lesen kann. Jetzt gleich, wenn ich das Video schneide, werde ich das sehen und werde mir denken. Das war jetzt, habe ich aber dann leider verpeilt. Okay, jetzt noch das hier rappen. Oh, ich habe jetzt schon von meiner Maus unten drunter den Kleber hier abgerubbelt. Damn. Oh oh. Oh nein. Jetzt geht die nicht mehr. Oh, da war noch blaue Folie dran. Interessant. Ja, gut. Jetzt ist alles wieder am... Jetzt läuft es wieder. Jetzt kann man wieder zaubern. So, Attacke. Ja, wir verstecken Hogwarts-Symbol. Ah, Hogwarts-Symbol. Okay. Jetzt musste schnell gehen. Warum stehen die alle da unten an der Treppe? Sind die zu blöd, ein Bein auf die nächste Stufe zu setzen, oder was? Guck mal ganz kurz, ob hier noch weitere Statuen sind. Und ob da noch mehr geheime Symbole sind, weil dann muss ich das nicht dreimal machen. Wo ab? Das muss ich auch reparieren. Achso, das war ein Loch. Das habe ich gar nicht erkannt. Das war, äh... Okay, Reparo benutze ich hier offenbar als... Also am allermeisten. Hogwarts-Symbol entdeckt. Gut. Das ist das Ravenclaw-Symbol. Und ich habe eigentlich schon relativ viele Punkte, ne? Ich bin ganz happy. Ich speichere mal eben. Da. Ja. Ah. Nein. Doch. Es macht mich wahnsinnig. Okay. Habe ich jetzt gespeichert? Ich glaube schon. Okay. Doppelt hält besser. Das noch reparieren. Das wird wieder eine sehr reparierreiche Folge. Es tut mir sehr leid. Falls ihr mit was anderem gerechnet habt, dann müsst ihr euch leider noch gedulden. Noch 90 Punkte. Und diese ganzen Symbole, die hole ich mir jetzt auch gleich. Einen muss ich hier, glaube ich, noch machen. Äh, nö. Aber hier ist noch so ein komisches Schwein. Der erste, den ich gut finde, der hat's erfasst. Die anderen waren alle so Pseudo-informativ. Okay, dann gehen wir jetzt runter. Und dann kann ich die Symbole da antitschen. Und dann kriegen wir dafür, glaube ich, auch nochmal Punkte. Und... Hä? Hat da unter der Bank gerade was geleuchtet? Ja, ich würde ja gerne, aber es ist ein bisschen schwierig. Die machen sich doch sehr dick. Was ist hier mit der Bank? Äh. Oh, ich stehe doof. Moment. Hä? Und nun? Was muss ich damit machen? Muss ich da reinlaufen? Okay, das klappt irgendwie nicht. Jetzt auch nicht. Ich muss die Bank auf das Rote stellen. Ich glaube, ich denke zu kompliziert. Keine Ahnung, ob es so geht. Wahrscheinlich nicht. Ach, das reicht jetzt hier, oder wie? Ich habe das jetzt quasi frei geschaufelt. Hä? Oder muss ich die jetzt so Vengardium Leviosa mäßig da drauf fliegen lassen? Ich probiere das einfach mal testweise mit dieser Bank hier. Ob das überhaupt geht? Also es würde schon gehen. Ist jetzt irgendwie was gebracht? Das sieht nicht so aus, als wäre das richtig, ne? Das sieht irgendwie... Nee, nee. Nee. Ich glaube, da kümmere ich mich jetzt einfach mal nicht weiter drum. Ciao. Ich weiß nicht, wie. Ich versuch's nochmal. Ich nehm jetzt das Ding. Und schmeiß das dann hier drauf. Muss ich das abbrennen? Gott, ich weiß nicht. Ich würde mal sagen, ja. Oh ja, guck mal. Oh, okay. Länger gedrückt halten. Das hat jetzt was gebracht? Und wo ist die Bank? Die Bank ist hier. Okay. Vielleicht bringt es ja was. Also ich weiß nicht. Da war auch noch ein grünes, ne? Keine Ahnung, ob das jetzt hier so eine Art... Also ob das die Lösung für dieses Rätsel ist. Grüne Bank, wo bist du? Da? Okay. Doch, aber das macht schon Sinn. Ich finde, das kann man mal so probieren. Er ist wieder sehr sensibel. Aber es legt sich auch von selber da drauf. Ja. Ähm. Go. Okay, Feuer. Meine Zauber sind nun mächtiger. Okay, das hat richtig dick Punkte gebracht. Oh. Du musst irgendwie auf den Vorsprung. In unserem geheimen Raum gibt es jede Menge neue Sachen, Harry. Danke. Und tschüss. Ähm. Auf den Vorsprung. Auf den da. Und dann nehme ich mir so eine Bank dazu, oder wie? Kann ich die jetzt noch da wegnehmen? Ja. Absolut. Gut, dann kletter ich jetzt hier hoch. Miau. Ach, ich könnte die Slytherins auch mit dieser Bank verkloppen. Nee, ich kneife mir das jetzt, aber... Lust hätte ich schon. Jetzt kletter ich hier drauf. Und jetzt hier drauf. Was? Und diese Hinweise sind einfach viel zu kurz. Du kannst... Du kannst was? Drücke rechts, um zu schleichen. Okay, dann schleiche ich hier schon durch das ganze Spiel. Die ganze Zeit. Kann ich an dieser Röhre da hochklettern? Nur keine Panik. Okay. Jetzt nach links. Rüber. Was ist das für ein Block? Von Fred und George. Irgend so ein Päckchen. Und hoch. Okay. Jetzt nach links. Äh, rechts. Da war es wieder. Achso, hier müssen wir noch kurz reparieren, glaube ich. Sonst ist der Weg da nicht ganz dicht. Hallo? Harry, der Held. Da müsste jetzt nur so ein... Slytherin irgendwie sowas zaubern, wie so ein Vogel oder so und schon. Wäre hier... Holland in Not. Okay, hier kann ich aber nicht weiter. Dann gehe ich hier hin zurück. Und hier kann ich, glaube ich, zaubern. Glaublich, dass ich hier runterfallen kann. Ich glaube nicht. Und wenn doch, dann haben wir ja gespeichert. Bitte. Was, ich soll die werfen? Nein. Ich soll doch jetzt diese Kamera nicht werfen, oder? Ist doch nicht wahr. Aktio? Wie ging das noch gleich? Oh Gott. Ich bin doch noch gar nicht... Okay. So, und tschüss. Ich habe die geworfen. So, jetzt wieder zurück. Ah, ich kann jetzt an der Röhre eigentlich theoretisch komplett runterklettern, glaube ich. Ja, die Fenster sind cool von außen, ne? Sieht alles sehr schön aus hier. Achso, jetzt muss ich doch hier hin. Okay. Hä, habe ich die... Oh Gott, ich gucke da nicht hin. Ich glaube, ich habe die... Habe ich die Kamera jetzt... Schwebt die da noch? Warum? Warum schwebt die Kamera? Ich glaube, ich habe die aus Versehen auf diesen Vorsprung geworfen. Ja, da hinten. Freunde, wo sind denn die jetzt? Wird hier angefeuert und von wo? Ey, nee. Ey, wie komme ich jetzt an diese Kamera? Achso, ich dachte schon. Ich habe sie. Danke, Harry, du bist der Größte. Wow, Harry, danke, du bist toll. Könnte ich doch nur so gut zaubern wie du. Ha, wenn ich das Dennis erzähle. Harry Potter hat mir geholfen, meine Kamera zu holen. Er wird platzen vor Night. Kannst du ihm erzählen, wie du meine Kamera geholt hast? Harry wird es ihm vielleicht erzählen, wenn du ihn zum DA-Treffen mitbringst. Ja, natürlich, ich werde kein Treffen verpassen. Harry, du bist ganz bestimmt ein toller Lehrer, da bin ich sicher. Komm zum Raum der Wünsche, im siebten Stock. Ja, okay, ich komme. Kann ich meine Kamera mitbringen? Wohl eher nicht. Fotos von einem Geheimtreffen sind wohl nicht so gut. Dann bringe ich sie nicht mit. Kein Problem. Er hat es verstanden. Ich sage nochmal, Harry. Bis dann, tschüss. Tja, äh. Ich glaube, er hat so viele Schokofrösche gegessen. Und sein Bruder ist noch schlimmer. Naja, wenigstens glauben Sie Harry. Wir müssen so viele Leute wie möglich auf unsere Seite ziehen. Ein bisschen auf Zucker, der Gute. Da frage ich mich auch, ob bei dem alles im Lack ist. Das ist mein neuer Lieblingssatz. Alles im Lack. Werde ich jetzt hier noch öfter sagen. Ähm. Okay. Gut. Dean Thomas. Ja, das ist jetzt sehr far away, ne? Ich gucke mal, ob ich hier irgendwo einen in der Nähe noch finde. Damit ich nicht ständig hin und her laufen muss. Ich glaube, das wäre am schlauesten. Anthony Goldstein. Cho Chang spare ich mir auf. Für Romantik habe ich jetzt gerade keinen Nerv. Okay, Füßchen. Ich bin bereit für Abdrücke. Wo laufe ich denn jetzt hin? Zur Hagrids Hütte, ne? Ich glaube schon. Ey, das ist ja wirklich echt richtig nice, dass man das hier sogar so sehen kann. Und den kompletten Weg vom Schloss runter. Oh. Ein Paket von Fred und George. Muss mal kurz hier lang laufen. Ich bin einfach neugierig. Oder laufe ich gerade nach Hogsmeade? Ich bin ja auch jemand, der ungern auf die Karte guckt. Also wird das ja eine Überraschung, wo wir jetzt sind. Ach lol. Hier war ich doch schon mal. Ist das jetzt die andere Seite von diesem Häuschen? Ja. Gut, dann gehe ich jetzt hier wieder hoch, würde ich sagen. Oder ich gucke mal, ob der Typ hier hinten jetzt mittlerweile mal wach ist. Wahrscheinlich schläft er immer noch. Das wäre dann da, wo wir rein könnten, wenn er nicht schläft. Nice. Oh Gott, ich dachte gerade, er ist eingefroren. Ich speichere mal schnell. Was sind das für Ketten? Sekunde. Abenteuer speichern. Was sind denn das für Ketten? Erstmal schützen. Sehr beruhigend. Dass diese Option existiert. In einer Schule. Ha. Okay. Dann mal schnell hier hochlaufen. Und. Jetzt bin ich wieder vollkommen fernab von dem Pfad, den ich eigentlich verfolgte. Vollkommen fernab von dem Pfad, den ich eigentlich verfolgte. Okay, das ist eigentlich schon ein guter Zungenbrecher. Und dann könnte ich mir eigentlich ein anderes Ziel aussuchen. Oder wir fangen wirklich einfach mal bei A an und ich arbeite die ab. Was habe ich heute mit den Anfangsbuchstaben? Ich gucke mal ganz kurz nach. Jetzt hatten wir ja gerade. Boah, jetzt sind wir schon sehr weit weg. Ach egal, den nehmen wir jetzt. Doch. Ich habe es nicht gehört. Hier, erzähl mal. Hallo. Okay, die wollen wir aber auch nicht mehr sagen. Er ist komplett verrückt. Ich gebe mir alle Mühe. Wie gesagt. Okay, dann laufe ich hier. Nein, nein. Ah. So, hier lang. Da war ich. Gehe ich hier lang. Hier ist ja nichts. Ach, hier rein. Füße, wo seid ihr? Hallo. Okay. Vielleicht er. Nein. Er war es nicht. Warte mal, warum ist denn das Mikro hier so? Geht aber, ne? Quatschen wir die doch mal an. Hallo. 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 Kennst du das Passwort für das Porträt von Gifford Abbott? Er meinte, ich müsste einem Haffelhoff helfen. Nun, ich habe gehört, dass du letztes Jahr Cedric beim Trimagischen Turnier geholfen hast. Ja, ja, bla. Habe ich gemacht. Okay, ähm. So, ab, Potter. Nicht sehr nett. Ich dachte gerade, was geht hier für eine Mucke los? Er hat geschossen. Guck mal, also... Mit den Füßchen bin ich heute echt überfordert. Eingangshalle. Ich muss jetzt hier lang, ne? Ja, die Füßchen sagen, ich muss hier lang. Und hier hoch. Und? Wohin? Ich habe auch das Gefühl, dass mir Ron und Hermine heute nicht wirklich folgen. Die habe ich auch irgendwo verloren. Ich habe gehört, dass Sie letztes Jahr einem Mitglied von Hufflepuff geholfen haben. Dafür sollen Sie belohnt werden, Mr. Potter. Naja, ich habe ihm einmal kurz geholfen und danach... war er dann aber leider auch tot. Hallo. Guten Tag. Hallo. Sie bewachen einen Geheimgang, nicht wahr? Was für ein aufgeweckter Bursche. Deine Vermutung ist korrekt. Ich bewache einen solchen Gang und ich lasse nur die hinein, die einen scharfen Verstand besitzen. Ich muss einen Test besitzen. Da bin ich raus. Richtig. Oh Gott. Ich möchte deinen Verstand auf die Probe stellen. Finde einen Erstklässler von Ravenclaw und finde heraus, woher Rowena Ravenclaw stammte. Eine einfache Aufgabe, aber äußerst wissenswert. Warum muss ich denn da für einen Schüler fragen? Die wissen das doch selber meistens nicht. Es gibt ja auch viele Schüler, die zum Beispiel dann auf eine Schule gehen, die nach irgendwen benannt ist. Und die haben keinen Peil, wofür die Person dann bekannt war. Es ist dasselbe in grün. Ah, hier lang. Okay, dann gehe ich jetzt hier rum. Wo sind die Fußspuren? Die zeigen aber hier rein. Sorry, ich muss Fußspuren finden. Das ist hier das... Das ist gerade das oberste Übel. Ehrlich gesagt. Ich kriege das heute nicht hin. Hier rein? Von da bin ich doch gekommen. Von da bin ich doch gekommen. Hä? Hä? Ich brauche Hilfe. Okay. Ich gehe jetzt trotzdem hier lang. Aber es ist falsch. Vielleicht ist er auch einfach irgendwo hier. Ich werde im Ministerium anfangen. Mein Vater hat gute Beziehungen. Für Leute niederer Herkunft ist das wirklich schwierig. Warte. Also sie ist so niederer Herkunft, dass sie die Beziehung ihres Vaters anzapfen muss. Ne? Quasi. Nicht ganz. Wo muss ich hin? Ach, jetzt muss ich hier hoch. Mein Gott, das ist aber echt eine blöde Sucherei. I'm so sorry. Okay, jetzt muss ich hier lang. Ey, das ist das ganze Spiel, weil da stand 25% geschafft. Muss ich jetzt echt nur die Leute hier einsammeln? Wäre ein bisschen strange, oder? Ach, diese blöde. Blöde Porträt. Warum geht das denn jetzt? Aha. So, das nenne ich mal Fußspuren. Wo kamen die denn her? So hätte ich die die ganze Zeit gebraucht. Ist dir der Boden besser, oder? So. Gut. Ähm. Und du? Rechts, links, geradeaus? Vorwärts, rückwärts, seitwärts? Geh mal hier. Den quatschen wir jetzt auch noch an. Lappi-Force. Okay, gehen wir hier lang? So, ich spüre, ich bin ganz nah. Und ich spüre auch, dass ich irgendwie gar nicht... Pardon? Wir sind eingesponnen. Vielleicht ist der Afka. Oder so. Out of Kunst. Nee, warte. Away from... Gemälde? AFG? Vergess es. Ich labere heute nur Müll. Ich habe heute noch nicht viel gegessen. Ich glaube, ich habe Unterzucker. Ähm. Boah, das... Das macht auch was mit einem, ne? Wenn man da so hinstarrt, wenn das so schnell vorbeizieht und du denkst dir nur so, ey. Ist das nicht Anthony? Sagen wir es ihm. Anthony! Dich habe ich gesucht. So, Anthony. Ist das eine Gabel da hinten, die da schwingt? Eine riesige Gabel? Oder ist das dieses Pendel von der Uhr? Wahrscheinlich eher das als keine riesige Gabel. Okay, Anthony. Ja. Ja, klar. Ähm, okay. Ich weiß nicht, ob Terry und Michael auf dem Laufenden sind. Sag ihnen besser Bescheid. Okay, dann sieh auf die Karte, welche Aufgaben du bereits gestartet hast. Wie? Gestartet? Ich hab nix gestartet. Cho Chang, die ist jetzt echt sehr weit weg. Warte, wo bin ich? Fangen wir damit mal an. Wo bin ich? Und wenn ja, wie viele? Ich bin der Blitz. Damit kann ich arbeiten. Okay. Wo muss ich hin? Das wäre relativ nah. Also relativ, ne? Schon auch wieder draußen. Sind ja alle überall verteilt. Michael Corner. Severus Snape. Da, dich nehm ich jetzt. Terry Bott. Ja. Der ist hinterm Pendel. Wenn ich das jetzt richtig gelesen hab. Ja, der müsste hier im Glockenturm irgendwo rumgammeln. Und hier seine Freizeit genießen. Hey, weißt du, woher Rowena Ravenclaw stammte? Ja, natürlich. Rowena Ravenclaw stammte aus den Bergen. Ach ja, danke. Was? Wie? Aus den Bergen? Bäh. Ist die jetzt so rübezahlmäßig da aufgewachsen, oder wie? Er versteht das nicht ganz. Welche Berge? Reicht diese Antwort? Ich hätte ein bisschen mehr Details verlangt. Gut. Das, äh... Scheint dann dem Gemälde wohl zu reichen. Joa. Ähm. Kommst du mit in die Eulerei? Nein, tut mir leid. Es ist immer dieselbe, ne? Die das hier fragt. Kommst du mit in die Eulerei? Warte, wo ist denn jetzt dieser Typ? Und wo sind die Fußspuren? Ich laufe jetzt hier einfach hoch. Scheint... Also ich glaube, das ist die beste Lösung. Möchtest du auch in die Eulerei? Halt! Du! Du! Stehen bleiben! Da waren sie weg! Okay. Das könnte er sein. Nein, die Fußspuren sagen was anderes. Wo muss ich hin? Laut den Füßen. Da waren die jetzt wieder, ne? Ist ja echt fies, wenn die nur so zwischendurch mal auftauchen. Die hört sich an, als ob die sich gleich übergibt. So von der Treppe so... Auf die anderen Schüler. Das sah gefährlich aus. Ich muss anscheinend hier runter. Ich laufe wirklich jetzt den Fußspuren konsequent nach. Weil... Es leuchtet rot. Vielleicht ist er das. Hallo, Froschkarten hast du? Das ist er nicht. Ähm... Hallo? Moin. Vielleicht ist er hier. Glockenturm in den Hof. Oh, der ist aber schön. Das könnte er... Ne, das ist ein Slytherin, ne? Verlierer! Da! Da ist Terry. Erzählen wir ihm von dem Treffen. Ah! Gut, Terry. Bitteschön. Du hast einen Raum für die D.A. gefunden? Wissen alle über den geheimen Treffpunkt Bescheid? Ähm... Hast du einen Basilisten mit dem Schwert aus Dumbledores Büro getötet? Wir lernen zaubern und nicht kämpfen. Oh, okay. Ich weiß nicht, ob Michael und Anthony wissen, wo wir uns treffen. Sag ihnen besser Bescheid. Bis später. Das verstehe ich jetzt nicht, aber wir lernen ja doch irgendwie kämpfen, ne? Weil es wird ja auch sich gegenseitig duelliert. Und Protego gehört ja auch dazu. Und so. Ich finde das schon wichtig. Also... Und ich muss mal eben... Ich muss hier einmal drüber laufen. Tut mir leid. Aber hier werden so Gefühle wach. Wie Harry da so mit Lupin stand und sich unterhalten hat über die Familie. Ey, das ist so schön gerade. Ich kriege gerade so ein richtiges Kribbeln hier. Weiß nicht, ob ich gleich husten muss, aber... Ähm... Vielleicht, äh... Hallo? Okay, das ist aber schon echt richtig schön. Das ist so schön. Ich wollte immer selber hier langlaufen. Es wurde mir stets verwehrt. Und jetzt kann ich. Geil. Steinkreis? Oh. Ah, da kriege ich ja echt feuchte Augen. Verdammt. Weißt du noch, als du Draco umgehauen hast? Ja, das hat gut getan. Sein blödes Gesicht werde ich nie vergessen. Genau, das war er ja hier. Oh, wie schön. Ja, die Musik hat aber gerade so ein bisschen was Sherlock Holmes-mäßiges, oder? Auf jeden Fall. Hi, Harry. Okay, jetzt bin ich hier. Und was genau... Was mache ich hier? Moment, ähm... Ich gucke... Ich gucke, ich gucke. Der Blitz... Oh Gott, ganz da hinten. Oh mein Gott. Show. Und Fug in der Eulerei. Ach, die ist ganz oben. Komm, dann gehen wir jetzt zu der. Die ist ganz nah. Und ich will die jetzt auch nochmal treffen. Und ich glaube, es ist tatsächlich möglich, dass ich das jetzt einfach hier mal nur mit der Tastatur spiele. Hätte ich ja nicht für möglich gehalten. Ich habe immer gedacht, ich müsste hier mit der Maus fummeln. Ich glaube, ich mache mit der Maus nur noch, wenn es darum geht zu zaubern. Und ansonsten mache ich hier nur Tastatur. W-A-S-D und gib ihm. Also hier würde ich mich als Schüler generell öfter aufhalten wollen, weil hier ist es sehr, sehr schön. Der Innenhof vom Blockenturm. Und hier war ich doch schon mal. Hier bin ich falsch. Ah ne, gehe ich hier hoch? Ja. Aber ich... Die Fußabdrücke sagen, ich soll hier runter. Okay, dann mache ich das doch jetzt. Ach, verdammt. Die Fußabdrücke haben gewonnen. Ja gut. Und nun? Ist sie das? Das ist sie doch. Hallo? Hallo? Alles okay, Harry? Hey! Ne, das ist sie nicht. Die sehen auch alle gleich aus. Aber ihr müsst mal darauf achten. Hallo? Äh, dass die halt wirklich öfter mal irgendwie dasselbe Gesicht für manche Leute benutzen. Also klar, so wie beim Witcher, da hast du auch ständig dieselben Leute getroffen. Teilweise auch mit denselben Stimmen. Das ist ja okay, aber im Übermaß ist das kacke. Ich suche Cho. Hallo? Alles klar. Hier riecht es irgendwie nach Schlammblut. Du bist ja so witzig. Äh. Ich fühle mich da immer so ein bisschen von Kopf gestoßen. So, weil ich mir denke, so ey. Wir könnten auch alle in Harmonie miteinander koexistieren, aber die wollen ja nicht. Wo ist Cho Chang? Ich wollte jetzt hier nicht durchlaufen. Jetzt hänge ich hier auch fest. Egal. Okay, Cho, wo bist du? Hä, ich bin offenbar gerade von ihr weggelaufen? Ne, die ist doch da. Wo bin ich denn? Verdammt. Muss immer die Hängebrücke gehen. Guten Morgen. Okay. Jetzt renne ich aber. Klar, Glockenturm, Eulerei, das ist ja nicht dasselbe. Die können ja nicht die Vögel beim Glockenturm abstellen. Die kriegen ja einen Hörschaden. So, jetzt aber richtig, oder? Kleiner Check. Ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Die Brücke wird doch im letzten Teil weggesprengt, oder? Ob wir das auch noch sehen? Ich hoffe. So, das sieht so aus, als würde ich einigermaßen richtig laufen. Ich laufe zwischen den Steinen hier durch, genau. Und vorbei an diesem Stein. Den habe ich wiedererkannt. Der eine Stein. Okay, Ernie, komm mal her. Ich muss dir mal was zuflüstern, ist geheim, aber hat sich eh schon überall rumgesprochen. Wir sehen. Hey, Ernie, wir haben einen Raum für die D.A. gefunden. Tut mir leid, aber ich kann jetzt nicht. Ich versuche, die Hausaufgaben für Snape zu machen. Seid ihr schon fertig? Hausaufgaben? Wir müssen für morgen Zutaten sammeln. Hast du die Zutaten etwa noch nicht, Harry? Wann soll ich das bitte schön gemacht haben? Ich habe die ganzen anderen Aufgaben, die Strafarbeiten von Umbridge und bringe euch Verteidigung gegen die dunklen Künste bei. Kein Grund, so gereizt zu sein. Hör zu, du suchst fünf Blumenlauchpflanzen und eine Alraune. Und ich besorge die anderen Zutaten. Und wo finde ich die Zutaten? Professor Sprout hat Alraunen im Kräuterkunde-Gewächshaus. Und Blumenlauch wächst auf den Ländereien. Da brauchen wir uns also bloß umzusehen. Weiß sie eigentlich alles? Also bei den Alraunen war ich schon mal. Oh, ist das ein Blumenlauch? Den nehme ich direkt mit. Wie viel brauche ich denn davon? Ich arbeite dran. Ja, jetzt habe ich es. Blumenlauch, fehlen noch vier. Das ist also Blumenlauch. Was habe ich denn letztens in meinem Trank gemischt? Oh Ron, kein Wunder, dass dein Trank orange geworden ist. Besser als Gold. Seiner hat ein Loch in den Kessel gebrannt. Haha. Okay, also Blumenlauch. Blumenlauch und Cho Chang. Vielleicht schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe und ich rupfe noch einen Blumenlauch für Cho Chang ab und bringe das mit. Als kleine Geste. So würde ich das machen als Frau, wenn ich eine andere Frau erobern will. Aber ich glaube, das machen die hier nicht so. Ach, die Luni. Jetzt soll ich da auch noch hin? Okay. Ich halte es mir ja gerade ganz schön was auf. Ja, hallo. Warst du nicht im DA-Raum? Oh Ron, willst du die Testrale füttern? Was ist dein Testral? Dort hinten. Luna, wir haben einen Raum für unsere DA-Treffen gefunden. Ich muss erst das Fohlen füttern. Es ist wirklich ängstlich. Es wird wohl nur mit den Erwachsenen näher kommen. Okay, füttern wir sie. Bringen wir das Futter auf den höchsten Punkt der Lichtung. Vier Aufgaben. Oh je. Aber das ist immer so. Erstmal alle Quests erleben. Okay. Das ist das Futter. Ist doch, ne? So, dann nehme ich das. Brauchst du Hilfe? Ja, dann rollen wir das mal kurz darüber. Wenn wir das Fleisch auf den Hügel kriegen, werden die Testrale sicher kommen. So, da bin ich ja jetzt mal gespannt, ob die sagen, dass wir die sehen können. Also, weil Harry kann sie ja sehen. Ich könnte sie auch sehen. Leider. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Nein, roll nicht weg. Ach, das ist hier die Challenge. Die Kacke rollt davon. Wollte sie eigentlich hinter den Felsen prügeln? Ja, das war, glaube ich, eine gute... Nein! Ja, doch, doch. Hä, wie hoch muss das? Ich glaube, ich bin zu weit. Ich mache sie nervös. Nein, es ist runtergerollt. Aber wie weit? Wieder zurück bis zum... Natürlich bis zum Anfang zurück. Ja, klar. Okay. Dann hole ich mir das jetzt hier hoch. Ach, das geht ja gar nicht. Muss er da hin. I try so hard, aber er setzt es auch einfach ab. Äh, verdammt. Willst du wissen, was ich hier gerade mache? Möchtest du mal zu sehen sein? Du möchtest nicht zu sehen sein, okay. Ja, ich spiele Harry Potter. Ich muss die Testrale füttern. Okay, tschüss. Ja. Habe ich selber noch nie gespielt. Sieht richtig cool aus. Also, das kannst du nicht sehen. Aber ja, ich kann die Testrale sehen. Ja, vorher nicht. Ja, das stimmt. Möchtest du... Okay, dann geh mal. Gib mir selbst 10 Punkte. Ja, hau ab. Okay, also von vorne. Soll ich dir helfen? Ähm. Ich werde hier ein bisschen wahnsinnig. Okay, äh, warte. Wo muss es denn hin? Verflucht. Da. Okay, jetzt mit Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass genau das ist, was es mit... Er setzt es einfach ab. Ich kann es nicht richtig kontrollieren. Ich werde das jetzt versuchen, da hinten... Nein, ich stelle mich jetzt hier hin. Uh, wir können das so durch die Gegend kicken. Ist wahrscheinlich eh Gammelfleisch, oder? Wie viel Qualität brauchen denn Tiere, die eh schon... Was für Depulso? Das haben wir aber nicht gezaubert. Okay, Leute. Ich werde das hier spulen. Uh, ich habe es geschafft. Okay, jetzt sind, äh... Kommen die Testrale. Süß. Okay, er hat nur mal kurz daran gezupft und grupft. Das war's. Das war eine kurze Erfahrung. Kannst du unbedingt dabei sein? Ja. Wir brauchen mehr irre Menschen. Auf jeden Fall. Sie ist irre. Das ist auch echt voll gemein. Die ist voll weise und voll aufgehört. Also, die ist einfach so... Die hat so ihre innere Ruhe, ne? Die ist so... Ja, denn... Die ist nicht so panisch und dreht direkt am Rad, wenn irgendwas passiert, sondern ich mag, dass sie so entspannt ist. Ich hätte mich mit der angefreundet. Ach ja, jetzt müssen wir da hoch. Jetzt müssen wir zu Cho. Unser eigentlicher Plan. Wir sind völlig vom Weg abgekommen. Ich bin immer so... Dass ich mir denke, äh... Okay, okay. Neue Aufgabe, cool. Ja, das mache ich jetzt noch. Ja, cool. Und dann habe ich vergessen, was ich vorher machen wollte. Wer kennt es? Gut, ich hoffe, ich bin jetzt noch auf dem richtigen Weg. Ich laufe jetzt mal hier hoch. Ach, springen kann ich ja gar nicht. Oh, da waren Fußabdrücke. Warte, warte. Nach links. Äh, rechts. Ja. Ja, okay. Ich bin, glaube ich, wieder auf Kurs. Und ich habe bisher noch keine weitere Blume gefunden. Was war das denn für ein Käfig? Nanu? Warte, das ist Hagrids Hütte, aber... Hä? Da wollte ich doch überhaupt gar nicht hin. Okay, ich laufe mal hier lang. Hier kann ich gar nicht lang. Hier ist so eine Wand. Schade. Und ich weiß auch nicht, wofür ich gerade Punkte bekommen habe, wenn ich ehrlich bin. Was sollte das? Ich weiß, was das für ein Käfig ist. Oh mein Gott. Aber ich kann da nicht hin. Aber warum zeigen mir die Füße an, dass ich da hinlaufen soll? Das macht einfach gar keinen... Hier soll ich was drücken. Zum Erforschen. Leertaste. Ich habe eine Tierspur entdeckt. Seit wann kann Harry denn Tierspuren lesen? Das wäre mir jetzt neu. Egal. Ich will jetzt auch zur Jo. Die Fußspuren, die sind einfach falsch. Jo Chang. Ganz klar. Ja. Also. Wo muss ich hin? Freunde? Füße, where are you? Warum steht Ron da noch rum? Was ist hier los? Könnt ihr euch mal koordinieren? Wir gehen jetzt gemeinsam zur Jo. Und hier ist dieser Steinkreis, den ich mir gerade gesehen habe, oder? Ja. Nee. Egal. Dann laufe ich jetzt hier runter. Und dann lässt mich jetzt hier nichts mehr, also wird mich hier nichts mehr von meinem Weg abbringen. Außer die Tatsache, dass die Füße mir schon wieder zeigen, dass ich hier hoch muss. Ich gehe kaputt. Aha. Okay. Ich gebe nach. Ich werde jetzt hier lang laufen. Mir egal. Wenn Hermine da auch schon stehen geblieben ist, dann war es vielleicht doch richtig. Okay, aber hier kann ich auch nicht rein. Guck mal, der macht bestimmt irgendwie gerade was in der Küche, der Hagrid. Sollen wir mal klopfen? Komm. Wir sagen mal guten Tag. Gehört sich ja so. Wenn man in der Gegend ist, kann man auch mal guten Tag sagen. Aber ich komme da gerade auch gar nicht rein. Und das wäre jetzt unfassbar frech, einfach so da einzudringen. Hagrids Privatsphäre am Arsch. Er könnte nackt sein. Da fällt mir ein, die Frage, ob er so haarig ist, dass er quasi, dass die Haare so weiter runter wachsen. So, ich glaube hier lang, ne? Ich habe mich voll verlaufen. Ich kann hier gar nicht lang. Ach, das ist doch ein einziges Trauerspiel. Aha. Ah, okay. Ja, da ist ja schon wieder einer. Wunderbar. Okay, dann gehen wir jetzt hier hoch. Da hinten ist noch ein Blumenlauch. Wenn da Slytherins stehen, dann steht da Lauch beim Lauch. Da ist der Blumenlauch. Was? Warte, war das gerade Shochang? Bin ich an ihr vorbeigelaufen? Ich kann die Karte nicht mehr öffnen. Hey, irgendwer hasst mich hier heute, oder? Ist doch nicht wahr. Okay, ich muss offenbar... Ich weiß nicht, wo ich hier muss. Ach, okay. Ach, hier. Guck mal, jetzt können wir hier auch die Pflanze noch einsammeln. Und dann haben wir sie schon alle. Auch wenn wir sie nicht mehr alle haben, wir haben zumindest alle Pflanzen. So, Hermine, deine Ansage bitte. Wie viel brauchen wir noch? Ah, wird schon passen. So, ich glaube, ich habe endlich mal das Gefühl, ich bin hier richtig. So, bitte Platz machen. Dankeschön. Jawohl. Nice, nice, nice. So weit weg ist die Eulerei. Das ist schon abgefahren. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und hier ist diese Pflanze, die da wächst. Die kann ich, glaube ich, wegkokeln. Das mache ich mal kurz. Und ich bürne, bürne, bürne sie down. Nein, komm. Nein. Verdammt. Hä? Okay, ich mache einfach in Zell, Leo. Einfach weiter. Wo sind denn, Ron, du brauchst vier Personen. Wo sind denn alle? Hallo. Vier Personen? Vier? Wann, wie soll ich denn hier vier Leute hinkriegen? Das geht doch nicht. Hallo. Alles vollgekackt. Aber so ist das bei den Vögeln. Guck mal, jetzt sind Harry und... Egal. Wir sollten draußen bleiben. Falls Filch auftaucht. Filch ist in den Kerkern. Ein paar Erstklässler haben Kotzpasteln gekauft und alles vollge... Au! Raus mit dir, Ron! Was sollte das? Also ehrlich, Ron! Stimmungskiller, wenn die beiden sich voll streiten. Jetzt hier, was soll das? So, Joe, jetzt kriegst du erstmal einen Omsack. Ne, Quatsch. Salut. Hallo, Harry. Ähm, wie geht's? Sie hat die Adresse vergessen. Okay. Kann ja mal passieren, dass man vergisst, ihn draufzuschreiben. Ich hoffe doch sehr, dass sie aber weiß, wo ihre Mom wohnt. Übrigens finde ich es sehr krass, dass ja eigentlich niemand für sein Kind so an Kost und Regie aufkommen muss. Weil die ja eigentlich das Ganze ja überall in Hogwarts sind, ne? Und ich frage mich gerade, ob... Also Hogwarts kostet ja Schulgeld. Da frage ich mich echt, wie viel, weil das wird nirgendwo erwähnt. Das muss sehr, sehr teuer sein für die komplette Weasley-Familie. Überleg mal, die schicken in einem Jahr... ...immer so mindestens vier Kinder gleichzeitig auf die Schule. Zieh dir das mal rein. Okay, ich glaube, ich gehe jetzt hier rein, ne? Oder? Ne. Hä, wo muss ich denn die Eule hier an... ...dingsen? Das repariere ich jetzt kurz. Oh, jetzt stürzt hier alles ein. Excuse me. Ich wollte doch nur reparieren. Ein Wunder, dass die Vögel jetzt hier Terror machen. Nein, Reparo. Du kannst hier irgendwo klettern. Nein. Wahrscheinlich hier. Und hier ist irgendwo ein Balken runtergekommen. Und da kann man sich so langhören. Und mit mehr Elan. So? Ja. So, das kann ich nicht reparieren. Das kann ich reparieren. Okay, aber jetzt fehlt ja hier noch was. Du kannst hier irgendwo klettern. Da so. Vielleicht kann ich hier drauf springen. Oder hier so hoch. An irgendeinem Balken. Oh, sehr witzig. Von mir? Funny as hell. Vielleicht hier. Komm her. Hä? Ach, ach. Ach. Ach so. Angeblich fliegt da oben schon ein Vogel rum. Ich sehe gar keinen Vogel. Das reicht. Dann kann ich ja gehen. Also da oben fliegt schon der Vogel rum. Danke. Ich glaube, die Eule hat was gegen mich. Wenn es mal so gewesen wäre, dass er der geholfen hätte, ne? Aber nein. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe nur Federn fliegen. So, Jo, wo bist du? Ich muss dir leider mitteilen. Das musst du selber machen. Das schaffst du, Mädchen. Streng dich mal an. Ich sehe da nicht mal eine Eule oben. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt, glaube ich, eine Eule geboxt. So, Mädel. Das war's. Ich bin raus. Such deine Eule alleine. Na gut. Bei dieser positiven Motivation. Können wir es ja nochmal versuchen. Aha. Hä? Hä? Aber. Okay. Aber wieso musste ich denn dann da oben die Pfosten reparieren? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Warum? Gar keinen Sinn. Ich dachte, die fliegt da irgendwo. Okay, das ist wieder diese wunderschöne Musik von dem Intro. Ja, dank mir noch nicht. Musst du noch nicht. Ja, ich bin... Echt mal. Nerv. Okay, das ist gut. Da kann ich hin. Das Einzige, was mich hier entschädigt bei dieser Aufgabe, ist echt die Musik. Weil die ist sehr, sehr schön. Okay. Wo ist sie denn jetzt? Bitte, Harry. Ich muss das Geschenk unbedingt heute verschicken. Ich arbeite dran. Ich speichere erst mal kurz. Äh. Kann ich den irgendwie anzaubern? Oder stürzt der dann ab? Und, äh... Ich frage mich auch manchmal, ob hier... Also, wie viele Eulen sind denn hier frei? Aha. Guck mal. Nein, warte. Jetzt ist er hochgeflogen, ne? Also, ich scheuche den auf, irgendwie. Und dann kann ich den da oben so weg... ...grabben, oder was? Ach, hier muss ich noch was reparieren? Mhm, mhm. Aber das sind die Basics. Schämt euch, dass ihr das nicht könnt in Klasse 5. Oder? Die Paro ist doch ein Basics-Zauber. Wie weit hoch soll ich den denn verfolgen? Bin ich jetzt gerade da runtergefallen? Ne. Ich dachte schon. Jetzt, jetzt, jetzt! Oh, jetzt aber. Na, jetzt noch einmal auf jeden Balken, bitte sehr, damit wir auch alles, äh, gesehen haben. Wie gut, dass Hagrid das nicht mitkriegt. Hagrid, der hätte uns helfen können. Das ist überhaupt die Idee. Der hat bestimmt so eine Pfeife und dann kommt ihr von selbst. Okay, jetzt sitzt er da. Danke, Harry. Das war wirklich nett von dir. Ähm, keine Ursache. Ich bin gerne mit dir zusammen, Harry. Danke. Ähm, ich meinte... Ich auch mit dir. Hättest du Lust, ähm... Ja? Ich meinte... Hättest du Lust... Ähm, Marietta zum Treffen im Raum der Wünsche mitzubringen? Oh, ja. Äh, natürlich. Schön. Man sieht sich. Ja, genau. Wie ist es gelaufen? Wie ist was gelaufen? Ach, nichts. Manchmal redest du wirklich wirres Zeug, Hermine. Das meinst du nur, weil du das Feingefühl eines Holzfällers hast, Ronald. Wie das bei denen wohl in der Beziehung so läuft? Weil wenn Ron wirklich das Feingefühl eines Holzfällers hat, dann fragt man sich ja schon, ob da Romantik in der Beziehung herrscht bei den beiden später oder ob Hermine darauf komplett verzichten muss. Oder, naja, weiß ich nicht. Vielleicht taut Ron ja noch ein bisschen auf oder holt sich ein paar Tipps von Ginny. Ähm, okay. Gut. Dann gucken wir mal, wo wir als nächstes hin müssen. Ja, nach einer kleinen Pause bin ich jetzt wieder im Raum der Wünsche gelandet und bin hier wieder respawned, wenn man das so sagen kann. Ähm, ich gucke jetzt wieder auf die Map und von hier aus müssen wir dann wieder die Leutchen suchen und rekrutieren. Und mir ist gerade mal aufgefallen, dass ich offenbar sehr schlecht bin im Rekrutieren von Leuten, weil ich da voll, voll trödel. Und das hier ist richtig hart am Arsch der Welt. Und deswegen machen wir das später. Das hier ist die Brücke. Also die roten sind, so viel habe ich jetzt gelernt. Die roten hier sind die Aufgaben, die ich gestartet habe. Und ich mache jetzt, mache ich jetzt Severus Snape? Ernie McMillan. Oh, der ist, ach jetzt bin ich schon einmal rum. Ich wollte gerade sagen, der ist auch so weit weg, aber das ist ja, äh, quasi hier um die Ecke. Äh, Colin Creevy, aber das ist doch, Colin möchte Petrificus Totalus lernen. Na gut, Colin, nehmen wir uns deine Unfähigkeit an? Ich kann das ja selber nicht. Ich möchte das auch lernen. Wo bist du denn, kleiner Mann? Das ist der Typ mit der Kamera, ne? Und ich glaube, der ist auch eigentlich, ist der nicht sogar jünger als alle anderen hier? Ist der nicht eingeschult worden, als ich in der vierten Klasse war? Also ich als Harry? Ist Colin nicht erst dann eingeschult worden? Und ist er dann nicht jetzt erst in der zweiten Klasse? Ist das nicht ein bisschen prü? Okay, man kann nie anfangen, sich verteidigen zu lernen. Aber wo ist Colin? Ich finde den nicht. Ist er das? Er sieht so erwachsen aus. Hey, Harry! Ach, das ist Colin. Hallo, Harry. Ich freue mich so auf den Unterricht. Machen wir was Aufregendes? Ganz bestimmt. Ähm, ja. Können wir was in die Luft sprengen? Oder jemanden in ein Frettchen verwandeln? Oder diesen Zauber üben, mit dem man jemanden bewegungsunfähig macht? Petrifikus Totalus! Okay, dieser Zauber mag einfach sein, aber er ist trotzdem nützlich. Um einen Gegner zu lähmen, richte deinen Zauberstab aus und tippe dreimal so wie ich. Schon wieder ein Halbkreis. Petrifikus Totalus! Jetzt sag mir nicht, dass man da nicht durcheinander kommen kann. Ey. Okay. Petrifikus Totalus! Das auf Neville anzuwenden, das kennen wir ja schon. Ach, guck, sie löst das dann auf. Leicht wie eine Feder, steif wie ein Brett. Ja, cool. Eigentlich hat Hermine das doch hier gerade vermittelt, dieses Wissen. Harry hat einfach nur den Zauberstab kreisen lassen. Gut, jetzt haben wir diese Aufgabe quasi abgeschlossen. Und jetzt hätten wir dann Platz für eine neue, oder? Dean Thomas müssen wir noch rekrutieren. Filius Flitwick. Hannah Abbott. Michael Corner. Die sind alle so weit weg. Warte. Nee. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich bin so lauffaul. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich nicht so weit laufen muss. Also, ich bin da oben. Okay. Pardon. So. Ich bin da oben. Das ist nah. Dann gehen wir jetzt hin. Zur Hannah. Okay. Abmarsch. Freunde. Mir nach. Ich folge euch. Und jetzt muss ich auch erstmal wieder... Okay. Kommen wir wieder zum Supernavi. Die Füße. Hoffentlich heute mal mit einem etwas besseren Farbdruck auf dem Boden. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Besser sichtbar. Das wäre schön. Aber hoffentlich... Also anscheinend geht es heute irgendwie. Beim letzten Mal war das eine Katastrophe. Aber heute ist gut. Heute ist... Heute ist okay. Vielleicht hätte ich das beim letzten Mal auch einfach neu starten können. Ja, hätte ich machen können, ne? Aber... Ihr wisst ja, wie das ist. Dann nimmst du auf. Dann willst du nicht raus. Willst du nicht ins Menü. Dann ziehst du es durch. Dann leidest du halt. That's life. Okay. Einfach ganz runterrennen. Ich glaube, die steht relativ weit unten. Ah, Füße. Füße in der Luft. Okay, ich muss da rüber. Ja, vielleicht warte ich einfach mal kurz. Oh, dann geht es sogar einen Schritt nach hinten. Ich dachte jetzt, die lockt mich weg. Hä, stimmt doch was nicht. Ja. Ach, hier lang. Das ist so... Blöd. Aber ansonsten finde ich das Spiel sehr gelungen. Und die Füße finde ich eigentlich auch wunderschön. Also diese Tintenflecken. Ja, diese Tintenkleckse, ne? Ganz gut. Ich glaube, da müssen wir hin. Ich laufe mal runter. Also alles, was mit Tinte zu tun hat, was sich so in Wasser auflöst, finde ich sowieso richtig schön. Hallo. Hallo. Aber Umbridge hat Vereine doch verboten. Sie wird uns erwischen. Ich falle durch die Zacks. Ich fliege von der Schule. Wir, wir alle fliegen. Keine Sorge. Wir gehen durch einen Geheingang zum Treffen. Wirklich? Wo ist er? Das sagen wir dir, ähm, später. Los, Harry. Also von der Mentalität ist sie ungefähr so wie ich in der Uni. Ich werde durchfallen. Ich werde keine gute Note schreiben. Oh mein Gott, ich werde das hier so verkacken. Ich werde fünf Jahre studieren. Und so kam es dann auch. Kannst du mir sagen, wo der Geheingang ist? Musst du nicht Zauberkunst lernen? Oh nein, du hast recht. Was hat Flipping noch gesagt? Oh, ich werde es mir nie merken können. Ja, das, ja, das bin original ich. Ich würde sagen, die Frisur passt auch fast. Aber wäre ich Hufflepuff? Ich weiß nicht. Wäre ich Hufflepuff? Ich muss mal diesen Test machen. Habe ich den Test mit dem Alex schon mal gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir wissen bisher nur, welcher Patronus zu uns gehört. Ich habe einen Delfin. Muss ich jetzt hier mal ganz stolz erzählen. Jetzt müssen wir einen Geheingang zum siebten Stock finden. Sonst kommt Hannah nicht. Bei der großen Treppe müsste einer sein. Sehen wir mal nach. Aber das hier ist die große Treppe. Warte mal. Ich gucke mal erst hier unten. Könnte ja sein, dass sie dann den Einstieg von ganz unten haben will. Das müsste... Kerker? Entschuldigung. Können Sie mir sagen, wo der Geheimweg in den siebten Stock ist? Aber natürlich. Ich bin der Wächter dieses Geheimgangs. Prima. Lassen Sie uns hinein? Danke, dass du ihn hergebracht hast. Mein Passwort ist hinterhältiger Schurke. Wen haben wir hergebracht? Und außerdem war das ja die Stimme von Flitwick aus den ersten Teilen. Könnt ihr euch erinnern? Die wurde recycelt. Passwort hinterhältiger Schurke. So, jetzt gehen wir zu Hannah zurück. Renn, Harry, renn! So. Frau Stressbacke, hier ist dein Passwort. Sag einfach hinterhältiger Schurke zu dem Porträt des Astronomen im siebten Stock. Durch diesen Gang kannst du ungesehen zum Treffen gelangen. Danke. Justin Finch-Fletchley hat versprochen, mir beim Zaubern zu helfen. Ich habe ihm vom Treffen erzählt. Bitte, was? Das war geheim. Geheim. Das hat irgendwie niemand hier verstanden, ne? Ganz Hogwarts ist eingewalt. Das kann ja nur schief gehen. DA steht für... Das ist absolut geheim. Egal. Dafür steht DA natürlich nicht. Ihr wisst Bescheid. Ich mache nur Spaß. Und was mache ich jetzt? Warte mal. Einmal die Liste checken. Check, check. Michael Corner. Also ich bin jetzt hier. Hier unten ist meine Narbe. Das ist ja eigentlich relativ nah. Es wird mal kurz ein bisschen hektisch. Ich fliege über die Karte. Und suche mir mal das nächste Opfer, wollte ich gerade sagen. Aber Michael Corner ist, glaube ich, eine gute Idee. Der ist am nächsten. Das muss ja hier auch nach einer vernünftigen Reihenfolge laufen. Wie ich das hier... Also wie ich die Sachen hier abarbeite. Man will ja auch nicht x Millionen mal denselben Weg gehen. Und immer hin und her. Ihr wisst, was ich meine. Zeit sparen. Füße? Wo wollt ihr mich hinschicken? Hier oben hin? Hä? Hä? Muss doch... Muss doch raus, oder nicht? Muss doch zu dieser Brücke rüber. Was soll das hier werden? Okay, dann laufe ich hier durch. Ich werde blind vertrauen. Okay, die Mucke ist auch wieder sehr schön, ne? Das ist auch wieder die aus den Filmen. Also klar, das finde ich ja sowieso cool, dass sie das hier alles nehmen durften. Ich weiß nicht, gibt doch so Soulfood. Vielleicht ist er deshalb dick. Ach, guck mal, hier ist noch was dahinter. Alles klar. Gut, äh, Vengardium Leviosa, wie ging das noch? So, ne? Vengardium Leviosa! Ach, guck. Und jetzt? Okay, das noch schnell mitgenommen. 100 bis zum nächsten Upgrade. Guck mal, hier war ich schon. Und den Vorgang habe ich glatt übersehen. Shame on me. Warte, hier ist noch was. Hey, das geht gar nicht, okay. Harry läuft immer so ein bisschen. Sind sie Michael Corner? Ich sag's euch. Sag es doch noch lauter, damit Malfoy es auf jeden Fall mitbekommt. Ich kann leider nicht bis zum Treffen bleiben. Ich weiß nicht, ob Terry oder Anthony Bescheid wissen. Du sagst es ihnen besser. Sie wissen schon Bescheid. Ich sag Ginny Bescheid, wenn ich sie sehe. Wir sehen uns im Raum der Wünsche. Gut, dann können wir Michael Corner, Anthony Goldstein und Terry Boot von der Liste streichen. Musstest du so vielen von der VA erzählen, Hermine? Wir sollten froh sein, dass so viele mitmachen wollen. Und Michael wäre wohl nicht gekommen, wenn er nicht mit Ginny gehen würde. Er tut was? Sie geht mit... Seit wann? Sie gehen seit Ende letzten Jahres miteinander. Ich mag ihn nicht. Was für eine Überraschung. Hä? Korrigiert mich aber... Nee, oder? Das war doch Dean Thomas. Bin ich... Bin ich jetzt... Habe ich das falsch abgespeichert in meinen Erinnerungen? Michael Corner? Wer soll das sein? Kenn ich nicht. Egal. Ähm... Karte. So, jetzt sind wir auf dieser Brücke hier. Und jetzt gucke ich mal, wen ich hier noch so hab. Padmapatil. Und Pavati, die müsste doch auch da stehen. Blödes Klischee, aber Zwillinge hängen immer miteinander rum. Nein, tun sie nicht. Aber da gehen wir jetzt hin. Hoffentlich hat nicht irgendwer wieder eine Kamera irgendwo hochgeworfen. Sonst muss ich nachher noch arbeiten. Was denn? Hier ist wieder Gossip. Ah. Kennt ihr schon dieses absolut super krasse Geheimtreffen, Mädels? Da stelle ich mal hier... Zu viel. Hallo Padma, Pavati. Kommt ihr später zum DA-Treffen? Wir müssen zu Professor Trelawney. Sie möchte einen meiner Träume deuten. Aha. Kommt ihr danach? Ich weiß nicht. Wir geben dir in Wahrsagen Bescheid. Bis dann. Tschüss. Ich würde nie... Hey, das ist... Was war das denn? Frag mich nicht. Padma hält sich seit dem Weihnachtsball so komisch. Sie ist immer noch traurig, weil du nicht mit ihr getanzt hast. Sie hat nicht ein Wort gesagt. Ach Ron. Bei Mädchen kommt es darauf an, was sie nicht sagen. Schreib doch ein Buch. Übersetzung der verrückten Dinge, die Mädchen tun, damit Jungs sie verstehen können. Aber das ist auch nicht bei jedem Mädchen so, ne? Ich finde, das ist ein ziemlich albernes Klischee. Ich muss mich mal... Aua. Hilfe. So. Ähm. Albernes Klischee. Dieses Frauen... Das, was sie nicht sagen. Das... Das stimmt nicht. Dieses Jahr haben wir nicht die geringste Chance auf den Hauspokal. Sollen wir uns das Training der Hufflepuffs ansehen? Ich denke schon. Äh. Ja. Karte. Also nochmal zurück zum Thema. Was Frauen nicht sagen. Das finde ich irgendwie... Aufspüren des Raums der Wünsche. Okay. Die sind dran. Die sind dran. Ähm. Gut. Dann gehen wir jetzt. Ach guck mal. Jetzt habe ich sie alle in einer Ecke. Pomona Sprout. Pomona Sprout. Heißt die Pomona? Professor Sprout heißt mit vorne Pomona? Das habe ich auch noch nie gehört. Oh Gott. Ey, hier lernst du noch richtig was. Fraglich, ob man dieses Wissen im späteren Leben braucht. Wahrscheinlich nicht, aber... Äh. Ja. Auf zu Pomona. Die gute Pomona. Alles fit, Kumpel? Jo, alles fit. Okay, ähm. Pomona. Ich setze Pomona ein. Könnte ja schon auch ein Pokémon sein. Hallöchen. Hallo. Wird es ja eigentlich auch mal dunkel. Bis jetzt ist es, wie gesagt, ein einziger Tag. Ach so, da. Hast du noch mal was von fast kopflosen Nick? Ich bin froh, dass der blutige Baron unser Hausgeist ist. Nick ist so erwärmlich. Er hat es ja noch nicht mal geschafft, durch den Kopf äußern. Boah, dass die sogar aber die Geister haten. Hier bleibt auch niemand verschont. Niemand. Hier kriegt jeder sein Fett weg. Ist echt so. Das ist so eine krasse Hatergruppe in diesem Spiel. Kann mir mal einer sagen, was das soll? Was? Was? Ach so, der meckert immer noch. Kannst du dich stets an Professor Flit bequenden. Wir können später zu ihm. Diese Hintergrundgeräusche sind manchmal krass verstörend. Hier drinnen müssten wir Allraunenwurzel finden. Ach die. Ach ja. Es gab ja noch Hausaufgaben, die ich machen sollte. Und nicht wollte. Und wo mir gesagt wurde, ich finde, du solltest alle Hausaufgaben machen. Okay. Das da ist Allraunenwurzel. Das sieht nicht aus wie eine Wurzel, wenn ich ehrlich bin. Da sind ja schon Blätter dran. Das ist quasi... Also das ist doch... Das stimmt doch nicht. Das ist doch gelogen. Wir haben doch wieder nicht gewusst, wie die das animieren sollen. Oder? Komm mal her, du Wurzel. Ach süß. Die Dinger brüllen ja noch lauter als Ginny beim Quidditch-Spiel. Wir brauchen Ohrenschütze, Harry. Irgendwo im Gewächshaus müssen welche sein. Die können sich doch einfach so ein Rett... Ach, geil. Ich dachte, jetzt muss ich ja aufwendig suchen. Ey, sie hängen an der Wand. Fantastisch. Ich dachte, ich stecke mir einfach so ein Stück Shirt in die Ohren. Ohne das Gute ist nicht. Ich habe nichts verstanden. Ich habe schon meine pinken Ohrschütze auf. Hey, wie gut. Harry. Wow. Also. Solltest du öfter tragen. Und alles ist auf einmal so. Bitte was? Ich habe gesagt. Was? Wir können die Dinger jetzt abnehmen. Schrei doch nicht so. Das ist die Allraune. Aber wir brauchen noch den Blumenlauch. Snape macht es uns nie besonders leicht, was? Wir müssen die Ländereien danach absuchen. Aber hatte ich nicht schon. Ich habe wahrscheinlich drei von vier, wie immer. Ist ja klar. Ihr kennt das ja mit meinem Glück. Gut, dann werden wir jetzt die Ländereien danach absuchen. Aber wir machen es uns leicht. Und ich werde... Aber hier steht Pomona Sprout. Sprout Hausaufgabe. Ich gehe hier mal rein. Ich glaube, wir sollten vielleicht doch mal irgendwie... Kann ich die eigentlich auch jetzt so anziehen, damit ich die Hater nicht mehr hören muss? Ja. Ja. Das ist es. Richtig gut. So, hier möchte ich rein, bitte sehr. Kann ich jetzt gar nicht mehr da rein? Alohomora kann ich nicht, ne? Ich bin so ein richtiger Noob. Zauberliste. Incendio, Wingardium Liviosa, Reparo, Depulso. Depulso können wir mal versuchen. Einfach nach vorne schieben. Depulso. Nö. Da kann ich nicht rein. Das wundert mich jetzt doch ein wenig. Okay, ich möchte die Ohrenschützer nicht mehr. Scheiße. Ich weiß nicht, wie man die auszieht. Gut, dann muss ich jetzt hier wie... Kennt ihr noch den Film Verrückt nach Mary? Da gab es doch diesen Kerl, den man nicht an den Ohren berühren durfte, weil er sonst irgendwie ausgerastet ist. So fühle ich mich. Oh nein! Ich wollte Spott und Hohn ernten. Warum nicht? Das finde ich gemein. Lass mich mal durch. Danke. Ach da! Voll in Tarnfarben, die Frau. So ist richtig. Selbstdüngende Sträucher. Oh, wie könnten wir unser Tag ja vergessen? Die Lehrer reden doch von nichts anderem. Wo finden wir nur ein Buch über selbstdüngende Sträucher? Neville wird sie erklären. Suchen wir nach ihnen. Komm schon, Harry. Zuallererst finde ich die Idee von selbstdüngenden Sträuchern hervorragend und will sowas auch. Und dann muss ich noch dazu sagen, dass ich mir denke, warum sprechen mich alle auf meine Hausaufgaben an? Wie alle schon wussten, ist diese Hausaufgabe für morgen. Ergo, es ist noch genug Zeit, sie beim Frühstück in der großen Halle bei irgendjemandem abzuschreiben. Das ist natürlich nur Quatsch, ne? Ihr wisst Bescheid. Seid fleißig in der Schule. Das lohnt sich. Dann kommt man vielleicht auf andere Ideen, anstatt sich fünf Schokofrösche gleichzeitig in den Mund zu stecken. Äh. Genau. Neues Ziel. Pomona Sprout. Ähm. Minerva McGonagall. Bei der müssen wir auch Hausaufgaben machen. Aber wir gucken uns... Auch Hausaufgaben? Zacharia Smith. Hausaufgaben Hilfe. Falls müssen wir auch noch Nachhilfe geben, ey. Ah. Äh. Dean Thomas. Finde die Wasserspeier. Ich glaub, das mach ich jetzt. Klingt vernünftig. Oh, ich muss hier lang? Äh. Ja. Hallo. Alles Gute. Ciao. Guten Tag. Meinst du, Potter kommt mal wieder ungeschoren davon? Sie sollten ihn nach Asgaban schicken. Was meinst du? Nach Asgaban? Also grundsätzlich hab ich ja das Recht auf freie Meinungsäußerung. Das ist ja kein Grund, mich nach Asgaban zu schicken. Was wollen die denn? Oh, pardon. Hi. Hi. Ich hab ja menevoll die Türe ins Gesicht gehauen. Äh. Hallo? Sind wir verabredet? War der das? Ist der das? Das ist der, ne? Sind das die Hausaufgaben für Geschichte der Zauberei? Ja, wir müssen fünf sprechende Wasserspeier auflisten. Ich hab in Geschichte von Hogwarts nachgesehen, aber nichts gefunden. Ich kann mich nicht erinnern, dass Bins was von Wasserspeiern erzählt hat. Der ist so öde. Gib mir mal deine Notizen, Hermine. Nein. Na super. Gibst du mir Bescheid, wenn du alle gefunden hast? Das wär prima. Gut, mach ich. Wir müssen die Augen und Ohren offen halten. Überall in Hogwarts sind Wasserspeier, aber nur wenige sprechen. Warte, was ist mit diesen ganzen Schweinen, die ich hier angequasselt hab? Reicht das nicht schon? Habt ihr die sprechenden Wasserspeier gefunden? Nein, noch nicht. Wir sagen dir Bescheid. Also, ich hatte schon das Gefühl... Ich hab wieder einen Mückenstich am Rücken übrigens. Es geht wieder los. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich hier Wasserspeier gefunden hab. Also, diese Schweine da. Hier müsste irgendwo ein sprechender Wasserspeier sein. Okay, okay. Doch, doch. Ich hab diese... Ich glaub, das ist der Einzige, den ich noch nicht angebobbelt hab. Sind Sie ein sprechender Wasserspeier? Sprichst du immer mit Leuten, von denen du denkst, dass sie nicht sprechen können? Normalerweise spreche ich gar nicht mit Wasserspeiern. Viele Wasserspeier sind dir bestimmt sehr dankbar dafür. Danke, dass Sie mit uns gesprochen haben. Gehen wir. Sie schienen nicht besonders glücklich zu sein. Einen hätten wir. Ich hab doch alle anderen schon. Oh no, please. Jetzt muss ich das alles nochmal machen. Das ist aber schlimm. Okay, aber ich weiß ungefähr... Also, jetzt gucken wir nochmal nach. Weil dann haben wir die Aufgabe ja quasi... Die ist in Arbeit. Die ist rot. Ähm. Filius Flitwig. Da gehen wir jetzt einfach hin. Und holen uns da die Hausaufgaben ab, die wir machen müssen. Oh, jetzt hab ich den Zauberstab hier gezückt. Das wollte ich gar nicht. Attack! Sorry! What the fuck? Ich wollte nur gucken, ob er noch funktioniert. Aber ist alles gut. Läuft. Oh, guck. Kann ich mich mit Ron duellieren? Nee, kann ich nicht. Ähm. Ja. Füße. Wer are you? Wo muss ich hin? Gehen wir mal hier lang, ne? Was glaubst du ist größer? Von das Kopf oder Grangers Mundwerk? Sie ist eine richtige Bessermesserin. Man müsste hier mal das Maul stoppen. Absolut lief recht. Ähm. Ja. Hier lang. Äh. Rechts. Links. Links. Irgendwie. Ja doch. Ich hab's verstanden. Ähm. Aber? Oh nein, er. Der kleine Mann. Ach, er ist so süß. Ich hoffe, Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht und sich intensiv mit dem Thema Gegenzauber beschäftigt. Vergessen Sie nicht, Ihre Zargergebnisse sind enorm wichtig für Ihre Zukunft. Ja, natürlich, Professor. Nur noch einen Gegenzauber, dann kann ich meinen Aufsatz abgeben. Äh, ja. Geht mir genauso. Ich kann dir da ein ganz tolles Buch empfehlen. Große Errungenschaften der Zauberkunst. Aber es ist ausgeliehen. Wir müssen herausfinden, wer es hat. Es gibt nur ein Buch in diesem ganzen Schloss, das genau dieses Buch ist. Und, ähm. Ich hätte wirklich gedacht, die graue Dame hätte bessere Manieren. Wieso? Die ist doch einfach nur da lang geflogen. War das jetzt so tragisch? Aktion! Ach nee. Depulso! Ui! Das hatte ich also noch nicht gelüftet. Okay. So, den Flitwick haben wir auch gefunden. Gehen wir noch hier rüber. Ich trigger alles an, dann haben wir alles mal... Dann haben wir alles, äh... Angenommen und dann können wir es besser abarbeiten. Und danach, wenn wir alles fertig haben, ist alles im Lack. Wie man hier so schön sagt. Da mach ich mal kurz Incendio drauf. Ich glaub, das ist ne gute Idee. Geht das noch? Hoch, ne? Ja, cool. Zum Erforschen die, äh... Leertaste... Ach, die, ähm... Enter-Taste drücken. Ich erkenne immer gar nicht, was das ist. Das sieht aus wie so kleine silberne Hähnchenschenkel. Aber das ist es definitiv nicht. Da bin ich mir sehr sicher. Hier lang. Servus, servus. Warum hab ich den? Warum hab ich das gedrückt? Verdammt. Sie stammte aus den Bergen. Ach ja. Das war ja diese... Diese Information, die so... Also, die ich brauchte für das Porträt, ne? Sollen wir uns einsehen, wie Piefs mit Sachen um sich führt? Ich würde ja gerne, aber ich hab zu tun. Alles klar. Verdammte Axt, wo muss ich hin? Hier lang. Okay. Wenn keine Musik mehr kommt, mach ich mir jetzt selber welche. Kann ich auch. Oh, McGonagall. Was sind das für ein, also was sind das für Erstklassen mit so wenig Respekt und Manieren in dieser Schule? Also zuerst mal will ich sagen, dass McGonagall in diesem Spiel leicht gebräunt aussieht. Sie hatte offenbar Urlaub und ich finde, die ist ja schon auch so eine Autorität. Also ich hätte das mich jetzt nicht getraut. Und ich glaube auch, dass Harry und Ron im ersten Schuljahr ja eigentlich eher Angst vor der, also nicht Angst, aber also schon Respekt, ne? Die waren ja auch einmal zu spät und da meinten die so, Gott, hoffentlich sagt die Goni nix. Okay. Gucken wir mal, wenn wir noch auf dem Plan haben, den Zacharias. Da gucken wir mal eben, der braucht Hilfe. Mann, da wollte ich rein. Blöder Slytherin. Was ist denn mit diesen Zwergen los? Ich hätte mich in dem Alter nie getraut, mich Professor McGonagall zu übersetzen. Ja, genau. Nein, natürlich nicht, Ronald. Du hast in der ersten Klasse bloß einen Troll bekämpft, einen Drachen gerettet und die Anweisungen von Professor Dumbledore ignoriert, damit Harry Quirrell bekämpfen konnte. Gehen wir zum Tor. Ja, aber das habe ich ja alles gemacht, weil aus der Not heraus, aber die sind einfach nur frech. Also ich musste das ja machen, der Troll hätte ja sonst... Also, hallo? Gerade Hermine sollte sich wegen dieser Trollgeschichte jetzt mal nicht beschweren. Also, gleich haben wir... Also, so langsam finde ich hier auch ins Spiel. In Teil 8. In meinem 8. Teil von Harry Potter, der Ordnungsphönix, kann ich behaupten, dass ich mich so langsam mit diesem Schloss auskenne. Also, jetzt ohne diese Fußspuren wäre ich auch verloren, ne? Ohne die Fußspuren. Alles im Lack. Ist das der Typ, der auf die Hermine steht und die ständig anbaggert, wo die sich so Drachentörtchen in den Mund steckt, damit die Mundkeule kriegt? Wisst ihr das noch? War doch so, ne? Was? Ich denke schon. Aber ich brauche unbedingt das Monsterbuch der Monster. Also gut. Wir besorgen es für dich. Hermine! Suchen wir jetzt das Monsterbuch der Monster. Aber das liegt doch da rum. Und außerdem sollten die sich das doch kaufen. Ja, ließ denn niemand diese Pläne hier, bevor man sich hier bei Hogwarts anmeldet, was man kaufen muss? Ich bin empört. Okay, das war hier irgendwo, ne? Bestimmt nicht in der verbotenen Abteilung. Ach nee, das ist ja gar nicht. Die kommt ja erst dahin. Okay. Hallo, Monsterbuch. Ich bin hier, um dich zu kraulen. Hol mir das Buch für meine Hausaufgaben. Schon leicht gedamaged. Vielleicht sollte man das einfach mal füttern. Das ist das Buch, das Zacharias braucht. Ja. Zacharias, dein Buch liegt hier. Kannst du dir abholen. Verdammt. Ja, ich wurde nicht gebissen. Okay. Wo ist er? Ach da. Ist das so eine Art Aufputschmittel? Unterstützen wir ja gerade was Kriminelles? Müssen wir stehlen, damit er kommt? Er wird mir immer unsympathischer. Mega-Power-Trank. Den kennen wir auch noch aus dem zweiten Teil. Wer jetzt? Da wollten wir ja eh gerade hin. Moment. Ich gucke. Hausaufgabenhilfe. Genau, aber... Jo. Da müssen wir dann nochmal draufklicken. Glaube ich. Oder? Hallo, Füße? Jetzt sag nicht die Füße, bring mich wieder zurück dahin. Warum hören die nicht mal auf damit? Ich brauche einen Mega-Power-Trank aus dem Krankenflügel. Ja, das habe ich schon verstanden, aber... Achso, ich muss jetzt selber... Aha, okay. Jetzt gucke ich nach dem Krankenflügel auf der anderen Seite von der Karte. Jetzt hektisch alles hier durchklicken. Reuterkunde, Krankenflügel. Und da muss ich jetzt hin. Okay, das ist ja doch eigentlich ganz stupide. Aber... Aber eigentlich auch ganz gut. So verlaufe ich mich wenigstens nicht. Und das Spiel geht dann auch weiter. Aber ich frage mich auch, wenn ich hier alles erledigt habe, ist das der Plan, geht es dann weiter, muss ich dann in die Mysteriumsabteilung? Kommt das noch? Alles im Lack. Warum erzählst du mir das? Ach, guck mal. Das war der mit den Ohrwürmern, ne? Der Irre. Äh... Oh. Wuch, das ist aber ein merkwürdiger Ort. Ziemlich leer irgendwie. Was ist das hier? Oh, Karten. Oh, mein Gott. Scheiße. Scheiße. Ja, okay, okay. Oh Gott. Gruselig. Warum bin ich auch immer so schreckhaft? Kann sich jemand an die anderen Zutaten erinnern, die wir noch brauchen? Ach, wir sind jetzt wieder in diesem Glockenturm hier, ne? Okay, dann muss ich hier runter. Wir sollten zum Gemeinschaftsraum gehen. Hier läuft mir zu viel Pack rum. Äh... Deh... Okay. Ich muss echt sagen, diese Häuserkonkurrenz, das hat einfach überhaupt gar keinen guten Effekt auf die Schüler. Ich sag ja, das ist ein... Der... Der dopt sich. 100 pro. Ähm... Mal kurz hier... Achso, nee, da geht's runter. Ich dachte gerade nur... Wo sind diese Statuen? Ist hier vielleicht einer um die Ecke? Rein zufällig? Da steht diese eine Flasche am Bett. Ja, ich hab als Krankenschwester im Krankenhaus auch immer die Medikamente neben die Patientenbetten gestellt. Man wusste ja nicht, was sie alles so wollen. Und was sie alles brauchen. Dann war alles griffbereit. Nein. So, wo ist er jetzt? Da ist er nicht. Da. Da ist er. Ich hab ihn. Nichts wie zurück in die Bibliothek und zu Zacharias. Also eigentlich sollte der ja durch eigene Ambitionen bei uns bei dem Treffen teilnehmen, oder? Es bringt ja nichts, wenn wir den dazu überreden und vielleicht sogar dazu zwingen. Das sollte in seinem eigenen... Also er sollte selber Bock darauf haben, zu überleben, wenn's hart auf hart kommt, oder? Das ist doch nicht mein Bier. Das muss ich jetzt aber mal so abwertend sagen. Sorry. Glaube ich richtig? Ich glaub schon. Krieg'n Drehwurm. Ja. Äh, Abkürzung? Ist das die eine? Nee. Das ist eine normale Tür. Okay. Mein Gott, Hogwarts ist so fucking groß, ne? Warte, hier war doch was. Hier, ich erinnere mich, hier war bestimmt eine Statue. Ja, 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 ja. Weg da. Da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich wusste nicht, dass Hermine so krass darauf achtet, dass ihr haarglatt ist. Also ich dachte, der wäre das einfach egal. Ach so. Ja. Also ich hab so das Gefühl, dass vielleicht auch J.K. Rowling beim Entwerfen von der Hermine so ein bisschen so an Albert Einstein... Ja, zu Recht. Ähm... Leute, lasst mich mal ausreden. Ich vergesse noch, was ich sagen wollte. Also. Was wollte ich sagen? Ach so. J.K. Rowling hat vielleicht beim Entwerfen des Charakters Hermine an Albert Einstein gedacht und der war auch ein Genie, aber verzerzaust. Oder? Fiel mir grad so ein. Könnt ja sein. Oh, guck mal, hier kann ich auch noch was bewegen. Nein. Andersrum. Den hab ich auch noch nicht entdeckt. Gut, dass ich noch mal hier bin. Schankerlön. 60 Punkte. Aber da ist noch was kaputt. Mhm. Was mit den Statuen immer ist, ich weiß nicht, warum bewegen die sich und ich kann die ja auch anklicken. Kann ich den reparieren jetzt? Hier? Nee. Kann ich den schweben lassen? Ich mach mal ganz kurz eine Speicherrunde. Abenteuer speichern. Zauberliste. Reparo. Das hab ich. Reduktio. Soll ich den zerstören? Komm, wir probieren's. Ich probier's. Kann ich nicht. Kann ich den anzünden? Aber was soll ich denn da mit dem? Keine Ahnung. Tut mir leid. Fürs Experimentieren. Ich war neugierig. Oh, das hat geklappt. Okay. Und das jetzt aber untersuchen. Cool. 20 Punkte gab das. Ich dachte, das würde mehr geben. Und wir laufen hier runter. Ich find das cool, dass... sag ich mir auch jeden Tag. Ich find das cool, dass, ähm... dass die Porträts mit einbezogen werden, ne? In diese... Also... Also, dass die Porträts mit in die Ab... Also, das sind ja Abkürzungen, die Porträts. Und die werden mit in diesen Weg, den die Fußspuren uns zeigen, einbezogen. Sodass man die Abkürzung dann auch wirklich benutzt. Das ist schon ganz nice. Dass man nicht aus Versehen immer irgendwie blöd drum rumläuft, so, ne? Das ist schon ganz cool. So, wo gehen wir hin? Hier lang? Äh, ja. Aktiv. Siehst du das denn nicht? So, da haben wir jetzt den Mega-Power-Trank für den Sacha... Zacharias. Sei bitte nett zu Zacharias, wenn wir jetzt in die Bibliothek zurückgehen, Ron. Wieso? Kommt drauf an, ob er auch nett zu uns ist. Ach, damit bin ich doch schon lange fertig. Ich muss jetzt wissen, wann der fast kopflose Nick gestorben ist. Ihr seid Gryffindors, also könnt ihr es sicher herausfinden. Und kommst du danach mit zum Treffen? Ja, ja. Ich denke schon. Einen schönen Tag wünsche dir... Ey. Fragen wir ihn doch einfach selbst. Zeitzeuge? Suchst du mich? Sir Nicholas, wann sind sie gestorben? Erinnerst du dich nicht? Du warst schließlich bei meiner 500. Todestagsfeier. Ach ja, in unserem zweiten Schuljahr. Also sind sie im Jahre 1492 gestorben. Ich wusste, dass du dich erinnern würdest, Termine. Komischerweise interessieren sich momentan alle für meinen Todestag. Wer weiß, vielleicht planen sie eine Party für mich. Hm. Okay, Zacharias. Sir Nicholas ist 1492 gestorben. Ja, das habe ich mir gedacht. Das wusstest du bereits? Das DA-Treffen findet im siebten Stock statt. Du musst an das DA-Treffen denken, um den Raum dazu zu finden. Okay, bis dann. 23 von 28 Mitgliedern haben wir jetzt im Raum. Sehr cool. Und, äh, seid ihr gerade genauso überrascht wie ich das? Also, überrascht nicht. Wusst ja, dass das in der Vergangenheit spielt. Aber es ist ja dann quasi 1992. 1992. Nee, warte. 1992 waren die in der zweiten Klasse und jetzt sind sie in der fünften Klasse, also plus drei Jahre, ne, klar. Also, 1995, aber, dann ist, also, man vergisst ja, also da war ich fünf. Jetzt reicht aber nicht mit den Geistern. Ähm, da war ich fünf. Ich finde das so krass. Und gelesen habe ich Teil, also es ist jetzt nicht, wie die Buchreihe auch veröffentlicht wurde, weil Teil 1 wurde, glaube ich, veröffentlicht. In, äh, Großbritannien. Wann war das denn? 1993, 94 oder so, ne? Kam, glaube ich, Teil 1 erst raus. Da wisst ihr bestimmt mehr als ich. Müsste ich jetzt nachgucken. Meinst du nicht auswendig, aber ich glaube, es war irgendwie so. Und dann, ich hätte wirklich gedacht, die graue Dame hätte bessere Manieren. Ja. Ähm. Habe ich das erste Buch so gelesen, mit elf, also 2001, oder nee, sogar 2000, also so mit zehn. Ja, mit zehn. Boah, das ist so lange her. Es ist so übel. Krass. Die Zeit rast. Die rast echt. Ähm, okay. Lang genug über die Vergangenheit gequasselt. Und jetzt gehen wir. Hm. Der möchte Rictusempra lernen, ja. Pomona Sprout, Pavati Patil und aufspüren Raum der Wünsche. Komm, dann machen wir die beiden jetzt hier, arbeiten wir die mal ab, weil dann sind schon zwei Namen von der Liste gestrichen und das ist, glaube ich, ganz cool. Da seh ich mich. Wie solltest du hier abarbeiten, ist schon in Ordnung. Und dann geht's hoffentlich in der Story ein bisschen weiter. Macht mal Platz, Leute. Okay. Was? Wer hat denn da geschrien? Wer hat denn hier geschrien? Ich hab die Nasse voll von dem ganzen Gelaber. Verlierer. Oh, ab du Zwerg. Rangeln, rangeln, rangeln. Okay, Moment, stopp. Okay, jetzt war ich nicht schnell genug, aber ich hätte ihnen eigentlich, äh, eine mitgeben müssen. Dann nehmen wir die Abkürzung hier. Ja. Hab mir auch gerade gedacht. Ich arbeite dran. Nur nicht aufgeben, Potter. Was ist denn das für ein, für ein süßes Motivationsbild. Kann man sie auch privat abhängen und in die eigenen Gemächer hängen, damit sie mich jeden Tag ein wenig motivieren. Okay, ich lauf hier rüber. Hm, hm. Boah, diese Treppen, die machen mich trotzdem so ein bisschen, ein bisschen fertig. 50 Punkte Abzug fällt mir gerade mal so ein. Wisst ihr das noch? Das war schlimm. Nimm dir Zeit an jedem Tag zu reinen, deine Tage. Äh. Ach ja. Muss ich jetzt echt bis ganz oben? Da hätte ich ja wirklich irgendwie... Aber... Aber es gibt hier keinen Aufzug, ne? Es funktioniert nur so. Und hier rein? Ja, hier rein. Also... Ich muss einfach sagen, viele von denen leben ja... Also die Muggel zum Beispiel, die haben ja da Lampen. Und hier gibt's ja nur Kerzenhalter und so ein Kram. Und das ist halt so... Also die haben halt keine Elektrizität. Und ich frag mich, warum nicht? Sind die echt zu stolz, zu sagen, wir übernehmen das von den Muggeln so? Und jetzt fällt mir grad ein, dass das ja auch Quatsch wäre, weil ich glaub nicht, dass Dumbledore beim Stromanbieter anruft und sagt, sorry, aber wir hätten jetzt Strom für Hogwarts. Sie wissen schon, dieses Schloss da hinten am See wieder liegt keine Leitung. Ja, dann buddeln sie mal los. Oder... Die haben halt durch die Zauberei können ja die ganze Zeit Kerzen und so laufen lassen. Kerzen brennen lassen. Ja, das macht mehr Sinn. Guten Tag! Du bist Harry Potter. Hast du wirklich er, dessen Namen nicht genannt werden darf, besiegt? Und im zweiten Jahr gegen eine Riesenschlange gekämpft? Und das Trimagische Turnier gewonnen? Ja. Wow! Und Professor McGonagall hat Harry beauftragt, ein paar rotznasige Erstklässler zu finden, die nicht beim Nachsitzen erschienen sind. Sie meinte, Harry soll euch alle an den Küchendrachen verfüttern, wenn ihr nicht kommt! In der Küche gibt es gar keinen Drachen. Oder? Willst du es rausfinden? Na dann aber schnell! Ich wusste gar nicht, dass es zu unseren Aufgaben als Vertrauensschüler gehört, Erstklässler zu piesacken. Nun, diese Zwerge müssen ein wenig Respekt lernen. Ne? Ron hat mal die Vertrauensschülerpeitsche geschwungen. Es sei ihm gegönnt. Lange hat er gelitten, auch unter seinem eigenen Bruder, der ja auch Vertrauensschüler war, hier der Percy. Ich meine, der ist jetzt auch schon ein paar Jahre weg, aber ganz ehrlich, wie ätzend kann das sein? Ach hier, hallo! Ihr wolltet doch kommen! Hey Harry! Seid ihr bereit für das Treffen? Wir waren noch nicht drin. Diese Kröte! Umbridge ist bei Professor Trelawney. Umbridge hat es seit dieser dämlichen Inspektion auf Professor Trelawney abgesehen. Sie können mich nicht entlassen. Ich bin seit 16 Jahren hier. Hogwarts ist mein Zuhause. Sie haben nicht gesehen, dass dies geschehen würde? Wahrsagen fällt heute wohl aus. Arme Professor Trelawney. Wir sehen uns beim TA-Treffen. Wir werden es dieser Umbridge schon zeigen. Ach, das war die richtige Motivation. Noch zwei Schüler. Wir gucken mal kurz, was hier abgeht. Ob wir hier was mitkriegen. Können wir hier rein? Können wir stalken? Ne, können wir nicht. Die Umbridge ist so eine blöde Kuh. Das haben sie nicht kommen sehen. Boah! Da habe ich richtig Gänsehaut gekriegt früher. Aber so Wut-Gänsehaut, kennt ihr das? Ah, übel. Also die ist so richtig toxisch, die alte. So, jetzt gucke ich noch mal ganz kurz auf der Map, was jetzt noch ansteht. Pomona Sprout, Dean Thomas. die Wasserspeier. Ey, ich weiß weiß Gott nicht mehr, wo das überall war. Ah, das machen wir jetzt. Erne, finde die Zaubertrankzutaten. Ernie McMillan. Da gehen wir jetzt hin. Das ist zwar krass far away, aber ich glaube, auf dem Weg dahin haben wir noch mal die Chance, andersrum, haben wir noch mal die Chance, so ein paar Wasserspeier zu finden. Und sowieso auch das Schloss noch mal so ein bisschen zu erkunden. Cool, jetzt können wir das nämlich benutzen hier oben. Und jetzt können wir uns echt viel Zeit und Weg sparen. Warum laufe ich denn hier lang? Wäre das nicht da raus jetzt viel besser gewesen? Ich hätte doch jetzt eigentlich viel besser über den Hauptausgang rausgehen können, oder? Ach, muss ich hinten raus? Ach, ich lasse mich überraschen. Warum frage ich eigentlich so viel? Warum bin ich immer so neugierig? Jelle? Nee. Ach Gott, je. Komm, Treppe. Kann man die Treppe eigentlich magisch mit Zaubern irgendwie verstehen? Also könnte man, theoretisch. Frage an euch. würdet ihr da wollte ich nicht hin. Würdet ihr die Treppen, wenn man könnte, magisch verschnellern? Also so. Warte, ich laufe falsch, ne? Ich laufe falsch. Nein! Ach, komm, ey. Gut dann hier lang. Also, ob die Schüler ständig schreien, Akio, Treppe, Akio, Treppe. Dann würde irgendwie keiner mehr klarkommen. Die Treppen würden ständig irgendwie nur da rumfliegen und irgendwie wäre ständig Stau. Das wäre ziemlich nervig. Hallo? Guten Tag, ich möchte hier durch. Kotelitz und Bratensauce. und Brokkoli. Ah, okay. Hier bin ich also. Ja, hier ist der Ort, wo ich mich gerne aufhalten würde. Wenn ich Hogwarts-Schüler wäre. Hier finde ich es cool. Weißt du Bescheid, Harry, ne? Lädst du mich mal ein? Hast du gerade gesagt? Alles klar? Und dann können wir zusammen ja abhängen. Dann zeigt sie mir noch den Raum der Wünsche. Suche ich mir was Schönes aus. Als Andenken. Und das würde ich auch richtig gerne mal machen. In diesem Raum der Wünsche stöbern. Bevor die da alles abgeburnt haben im letzten Part. Hast du dieses Blumenzeug, Harry? Ähm. Da! Da! Oh mein Gott! Da ist sie. Das ist so gut. Bringen wir das Zeug zu Ernie, damit er rechtzeitig fertig wird. Soll ich jetzt haubert uns, Ty? Wir treffen uns im Hof neben Verwandlungen. Ja, das wäre lustig. Achtet mal auf die Musik. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, das wäre Sherlock Holmes. Das war was anderes mit Benedict Cumberbatch und zwar, gebt mal ein bei YouTube, Soundtrack Enigma ist das, ne? Dieser Film mit Benedict Cumberbatch mit dieser Enigma-Maschine hier, mit dieser Verschlüsselungskodierungsgeschichte da aus dem Zweiten Weltkrieg. Super Film übrigens. Aber 100 Pro war das gerade der Soundtrack. Also, die Akkordfolge war einfach dieselbe. Übrigens auch ein richtig guter Soundtrack. Kann ich nur empfehlen. Ähm. Ja, hier wollt mal hin. Wir haben alles. Fünf Blumenlauchpflanzen und eine Rauenwurzel. Spitzenklasse. Lass die Zutaten hier, dann bereite ich alles für die Stunde vor. Prima. Wir sehen uns beim DA-Treffen im Raum der Wünsche. Cool. 27 von 28. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich könnte Hagrid gar nicht besuchen in diesem Teil. Irgendwie. Gut. Danke. Da kamen gerade Pimpchen angeflogen, deswegen danke. Äh. Okay, hier ist aber nix. Gut. Wo war denn jetzt noch einer? in der Nähe von Ähm. Da, wo ich Colin Creevey entdeckt habe, da waren doch Wasserspeier. Gucke ich mal auf dieser Seite hier. Die waren doch zu 100% irgendwo an dieser Lokalzimmer? Nein. Raum der Belohnung? Nein. Siebter Stock? Nein. Steinbrücke. Nee, da, bei diesem anderen Gebilde. Diese andere Brücke. Was ist das? Verwandlung hier. Wo war denn Colin? Viadukt. Genau, da müssen wir hin. Da ist doch noch einer. Okay, Füßchen. Bringt mich mal zum Viadukt. Äh. Boah, diese Kamera macht mich schon ein bisschen fertig. Das ist schon echt. Suchst du auch immer noch die Wasserspeier? Hermine. Guck grad Breaking Bad übrigens zum 180. Mal und ich liebe die Szene, wo Skylar einfach immer nur sagt, halt's Maul, halt's Maul, halt's Maul. Und an diese Stelle musste ich gerade denken, als Hermine meinte, suchst du nach den Wasserspeiern? Suchst du nach den Wasserspeiern? Ja. Ich weiß es. Verdammt. Okay. Ähm. Warte, hier ist doch die Eulerei. Hier will ich gar nicht hin. Ach nee, hier ist die Brücke. Wir müssen die Augen und Ohne aufhalten. Die Frau macht mich nicht. Wasserspeier, aber nur wenige sprechen. Was ist denn hier für ein Getümmel? Nö. Wir suchen Wasserspeier. Wasserspeier. Wo seid ihr denn? Oh, hier ist noch so ein Körbchen voll mit Äpfeln. Mit denen kann ich doch bestimmt noch irgendwas machen. Nö. Nö. Doch. Komm, wir tun die da rein. Voll anspruchsvoll jetzt hier, dieser Job. Ah. Cool. Das sind Birnen, ne? Oder irgendwelche merkwürdigen Harry Potter-Früchte, die keiner kennt. Wie, das soll ich jetzt auch noch solche ernten? Das auch? Okay. Das ist wie mit den Pokalen. Wollen jetzt aber nicht alle von dem Baum ernten, oder? Sonst muss ich das an diesem, ich muss das an diesem Spiel echt ein bisschen kritisieren. Ich weiß, es gibt viele von euch, die sagen, das ist das beste Harry Potter-Spiel. Aber ich fühle manchmal so ein bisschen Spielzeitstreckung, Beschäftigungstherapie. Also so unnötige Aufgaben. Und jetzt, da liegt doch noch die Birne da unten. Ey, da gibst du die Mühe. Und dann hat der Korb ein Loch. So, das könnte ein Wasserspeier sein. Das muss ja völlig frustriert sein. Ja. Findet das so geil, dass meine Mitschüler auf mich gucken, anstatt ihren eigenen Zaubertrank gut zu machen. Oh, Myrte. dieses Jahr haben wir nicht die geringste Chance auf den Hauspokal. In unserem Geheimraum sind jede Menge neue Sachen, Harry. Findet ihr nicht auch, dass Myrte aussieht wie Harry? Ist mir gerade mal so aufgefallen? Auch hallo. Er ist es wirklich. Im ersten Teil habt ihr mich noch alle gefeiert. Da wollte die alle mit mir in Gryffindor sein. Ich gebe mir die größte Mühe, so verrückt wie möglich zu wirken. Das habe ich ja schon mal gesagt. Eigentlich wollte ich mir auch so die Haare mit... Also eigentlich hat Harry für dieses Spiel auch... zu glatte Haare. Oder? Der hat wirklich zu gekämmte Haare. Ich finde, der sollte wesentlich strubbeliger gemacht sein irgendwie vom Haarschnitt. So, was habe ich jetzt hier freigemacht? Ui! Wow! So, jetzt könnt ihr euch alle mal aufhören zu beschweren. Ich habe die Stimmung hier deutlich verbessert. Das ist doch dieser kleine Innenhof, wo die Hermine so Vögelchen durch die Luft fliegen lässt, als die wegen Ron so traurig ist, ne? Oder? Koteletts und Bratensauce. Mit schön viel Soße. Und Brokkoli. Ja. Hier müsste mal geputzt werden. Das war meine Treppe. Ich habe sie verpasst. Oh, sie kommt zurück. Okay. Äh. Nicht mich anstecken. Ach. Ach, diese Bilder. Macht mich etwas fertig hier. Okay, schnell, schnell, schnell. Ich muss hier weg. Sonst schlafe ich noch einen. Ähm. Ach, der schon wieder. Aber ich habe die Flasche verloren. Wie schmeckt das denn? Kannst du euch besorgen? Ja, danke. Okay. Äh. Wo war denn jetzt... Ach, Viaduct war hier lang, ne? Guck mal, die spielen an derselben Stelle hier unten und auch oben. Hm. Ich versuche hier gerade durch diese Tür zu kommen. Ist gar nicht so leicht. Nein, hier muss ich nicht lang. Ich muss hier lang. Und hier durch. Wasch dir besser die Hände bevor... Ach so, Schokolade im Buch. Da, da. Wissen Sie zufällig, wo die anderen sprechenden Wasserspeier sind? Ich habe keinen anderen Wasserspeier gesehen. Nur den auf dem Sockel, der verschwunden ist. Was ist mit ihm passiert? Vor einem Jahr war ein Junge auf der Flucht vor einem Drachen. Dabei hat er ihn vom Sockel geworfen. Ähm. Kommt doch nochmal bei mir vorbei, ja? Hier kann man wunderbar picknicken. Ihr seid stets willkommen. Du kannst nichts dafür, Harry. Jetzt fehlen noch zwei. Wo könnten die nur sein? Okay, also einen kenne ich ja. Ich renne da mal schnell hin, weil das ist ja der da oben in der Ecke. Der bei der Colin Creevy-Aufgabe hier stand um die Ecke. Aber danach bin ich auch ratlos, was das eigentlich... Ich wusste es. Das geht wieder kaputt, ne? Aber war ja auch klar, weil woher sollen denn sonst die ganzen Punkte kommen? Ah ne, dafür habe ich gar keine Punkte bekommen. Hä? Schweinerei. Naja, Hogwarts ist alt, Hogwarts ist baufällig. Was willst du erwarten? Das Loch haben wir auch schon mal gestopft. Willst du mir helfen? Das macht Spaß. Ah. Doch, macht Spaß. Genau, hier in der Ecke. Da. Hallo. Wir suchen sprechende Wasserspeier. Können Sie sprechen? Ja. Prima. Wenn du meinst. Darf ich Sie was fragen? Sind Sie glücklich mit Ihrem Leben? Nein, bin ich nicht. Ich würde lieber nach Süden blicken. Lass uns gehen. Vielleicht sollte ich jemanden fragen, ob er ihn umstellen kann. Ja, wir könnten ihn in Umbridge's Büro brechen. Was ist mit der Kamera los? Das hätte sie verdient. Aber der arme Wasserspeier. Klasse. Jetzt fehlt nur noch einer. Ja, also soll ich ihn jetzt bewegen? Ich speichere mal schnell, bevor hier gleich was abstürzt. Falls der jetzt gespeichert hat, frage ich mich auch, wie viel Prozent? 35. Okay. Ja, doppelt ist wie immer besser. Können wir dich drehen? Ich kann ihn nicht drehen. Ich wollte ihm diesen gefallen, aber tu. Nö. Schade, tut mir leid. Dann bist du wohl weiter unglücklich mit deinem Leben. Blöd, ne? Kann ich das hier anzünden? Ne, kann ich nicht. Aber das hier müsste ich eigentlich reparieren können. Und dann könnte ich doch da hochklettern, aber da ist wahrscheinlich überhaupt nichts. Vielleicht aber doch. Vielleicht können wir gleich in irgendeine Umkleide spixen. Okay, da kann ich nicht hoch, aber ich kann die zur Seite laufen. Warum auch immer. Und jetzt? Vielleicht muss ich ja die Reste von dem anderen suchen, der bei dem letzten links da verunglückt ist. Also bei meinem Versuch. Wo krabbele ich denn hin? Hätte ich weiter hoch gemusst? Aber mir ist schon klar, dass ich den ganzen Quatsch hier gleich zurückklettern muss. Aber es sieht auch leicht suizidal aus, was Harry da macht. Aber es hält mich auch keiner auf. Ja, dann Ende im Gelände, wa? Ach, guck, jetzt kann ich hier hoch. Kann ich jetzt hier hier hin? Ne, ne? Doch. Du kannst hier nirgendwo klettern. Ach, irgendwo, irgendwo. Ja, die Brille wird immer wichtiger. Vielleicht ist hier der andere Wasserspeier. Ey, was soll dieser Bereich? Ich bin voll verwirrt jetzt. Das ist ja sehr dubios. Okay, aber ich kann ja angeblich irgendwo klettern. Über den Dächern von Hogwarts, ne? Na, fast. Kann ich jetzt hier noch weiter hoch? Ich gehe mal weiter hoch. Kann ich bestimmt. Das ist ja richtig hoch. Übertrieben. Der arme Harry. Ui. Gut, ich gehe auf die andere Seite. Vielleicht kann ich den anderen Rundbogen laufen. Vielleicht entdecke ich noch was Cooles. Aber er kann leider nicht schneller schleichen. Boah, ich liebe diese Spiegelung in den Fenstern. Das ist wirklich sehr schön. Es muss ja einen Grund geben, warum dieses Areal da oben existiert, oder? Okay, da könnte ich jetzt hin, aber ich... Oh Gott! Ich bin gerade an Dean Thomas im Verwandten hoch vorbeigeschwebt. Sieht so aus, als hätte Professor Binns dieses Jahr wieder dieselben Hausaufgaben aufgegeben wie seit Jahren. Nick! Falsches Timing! Was zur Hölle? Du kannst mich doch nicht so erschrecken, wenn ich hier oben in so richtig üblen Gegenden hier rumklettere. Okay, das sieht aus... Das sieht gut aus. Das sieht vernünftig aus wie so ein... Das sieht so aus, als könnte ich das nicht reparieren. Zum Erforschen. Dieser Hornschwanz hätte mich fast erwischt. Wenigstens bleiben wir dieses Jahr von Drachen verschont. Wenn man mal von Umbridge absieht. Aber diesen Müllhaufen, kann ich das jetzt reparieren? Bin ich jetzt hier oben, um das Dach zu reparieren? Bin ich der neue Hausmeister hier? Kann das ganz offensichtlich nicht reparieren. Aber wenn da schon Müll liegt, liegt hier vielleicht irgendwo noch der Wasserspeier rum. Oh nein, shit. Tja, schade. Okay. Aber wenigstens haben wir ein paar Pünktchen abgesahnt. Das war nicht alles umsonst. Okay. Ich muss lachen, weil... Diesmal bitte ohne Geist. Und es fehlt die Funktion, dass man sich so an der Rinne runter... so runtersliden lassen kann. Das wäre cool. Warte, bin ich von hier gekommen? Jo. Harry, der alte Regenrinnenkletterer. Uh, das gibt diese Funktion und ich liebe sie. Ja, das war jetzt schnell genug. Sehr cool. Ich habe es einfach mal getestet. Äh, ja, fein. Dann haben wir den jetzt auch, den Wasserspeier da. Fehlt nur noch einer. Ähm. Warte. Boah, mein Gott, warum laufen die immer in mich rein? Wusstest du auch immer noch die Wasserspeier? Äh. Gleich nicht mehr. Ähm, wir laufen hier lang. Okay. Ich habe mir jetzt einen abgesucht und zwischendurch ist das Spiel abgeschmiert, hat nichts gespeichert und dann waren aber wichtige Szenen, wo ich mir dachte so... Nee, ne? Das will ich euch jetzt eigentlich nicht vorenthalten, wie zum Beispiel das... ähm... dem Mr. Weasley, was passiert ist. Das ist nicht. Professor Binz hat uns aufgegeben, alle sprechenden Wasserspeier zu finden. Also der wurde ja quasi... Ja, ihr wisst ja. Da passiert ja noch was. Die Szene wurde gezeigt und ich hatte diese Szene dann nicht auf der Aufnahme und ich so, ey, aber das... aber das geht doch nicht. Also habe ich bis dahin noch mal neu gespielt. Ha, okay. Äh... Dann musste ich jetzt natürlich alles noch mal neu machen, deswegen, ähm... Wir müssen die Augen und Ohren offen halten. Überall in Hogwarts sind Wasserspeier, aber nur wenige sprechen. Jetzt bin ich gerade bei dieser Szene, wo ich die Wasserspeier suche und dann habe ich auch schon wieder alles erledigt, also der Stand von... von wo ich war und, ähm... Dann, äh... bin ich jetzt hoffentlich gleich wieder... Ja, auf dem aktuellen Stand und dann geht's auch schon weiter. Den einen, den ich bei der anderen, äh... Aufnahme hätte, also den, den ich vorher hätte finden müssen, Der letzte, der wäre übrigens in der Nähe von Umbridges Büro gewesen beim Treppenaufgang und, ähm... Den habe ich durch Zufall jetzt zuerst gefunden und dann aber jetzt den gerade nicht und habe stundenlang gesucht. Wirklich sehr lange. Und, äh... Ja. Jetzt haben wir gleich... Also als Beweis, dass ich auch wirklich noch mal von vorne gespielt habe, könnt ihr hier sehen, dass ich auch zum Beispiel noch kein Reduktio kann. Und ich kann auch noch kein... Vectusempra. Das wollte Zacharias ja lernen. Und Petrificus totalus müssen wir auch noch den anderen beibringen. Haben wir gleich eine dicke Lehrstunde. Äh... Und dann... Ja. Müssten wir... Ich muss mal kurz speichern. Dann speichere ich hier drauf. Und dann speichere ich auch noch hier drauf. Okay. Hey Dean, wir haben alle Wasserspeier gefunden. Cool. Kann ich später im Schlafsaal abschreiben? Da musst du Hermine fragen. Ja. Klar. Nach dem DA-Treffen. Cool. Bis später. Hauptsache, der darf abschreiben, aber den anderen, der uns da gefragt hat, der durfte das nicht. Also echt, okay. Ähm... So, schnell speichern. Doppelt hält besser, ne? Jetzt gehe ich mal ganz kurz zu McGonagall, weil die da rumsteht. Um vielleicht so ein paar Hausaufgaben vorweg schon mal zu machen. Oder abzugeben, weil... Wir haben ja diese Schüler da gefunden, die Erstklässler, die sich im Turm versteckt hatten und wir sagen der McGonny jetzt mal eben Bescheid. Stranger, was habe ich da über Drachen in der Küche gehört? Bitte erzählen Sie nicht solche Geschichten. Es könnte jemand auf die dumme Idee kommen, nachzusehen. Nichtsdestotrotz. Zehn Punkte für Gryffindor für ihren Einfallsreichtum. Können wir da rein? Ja, jetzt können wir da rein. Oh, cool. Guck mal, das können wir doch aufräumen, ne? Wer hat das Regal denn hier verrückt? Okay, wir lassen es fliegen. Oh Gott, ich wollte es heile machen. Oh nein! Vielleicht sollte ich hier nicht aufräumen. Das ist von selber umgefallen. Ganz klar. Aber die McGonny sagt auch nichts. Ja, so oder so ähnlich hatte ich das Klassenzimmer noch in Erinnerung. Hey, diese Bücher, also diese Bücherregale hier, das ist, das passiert, wenn man so Ikea-mäßig den Scheiß hier nicht an der Wand festmacht, ne? Das dann überlehrt und dann kippt das einfach um. Alles schon gesehen? Okay, das hier Käfige stehen, ist natürlich sehr beunruhigend. Tierversuch, Zauber, Kunst oder Verwandlung finde ich natürlich nicht so geil. Die armen Tiere. Hier ist auch noch irgendwas, sonst würde das ja nicht so glitzern. Nee, okay. Dann nicht. Dann haben wir das erledigt. Dann guck mal hier drauf. Pulmona Sprout. Ja, bei der sollte ich irgendeinen Aufsatz über Hacken oder so machen. Sollte ich dafür nicht ein Buch lesen? Habe ich das schon gemacht? Die sind so fies. Die müssten zurücksagen, deine Mutter... Deine Mutter ist so fett, dass sie sich auf dem Besen nicht bewegen muss, um alle Ringe zu verteidigen. Das wäre lustig. Okay, ähm... Ja, da lang, ne? Ja. Ich glaube, das... Erledigen Sie zuerst Ihre Hausaufgaben über selbstdüngende Sträucher, dann können Sie reinkommen. Okay, das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Ah. Gut. Severus Snape, da können wir hin. Phineas Flitwick, was war das denn nochmal? Ich glaube, ich muss auf jeden Fall in die Bibliothek. Ich habe keine andere Wahl. Ja, ab in die Biblio. Konnte ich übrigens früher nicht aussprechen, das Wort. Ich habe immer Biblio gesagt. Genau, wie Regisseur. Aber was heißt der Regisseur? Jetzt weiß ich das. Ähm. Da. Genau. Gehen wir hier lang. Gehen wir noch hier das Buch suchen über selbstdüngende Hecken. Übrigens eine Literaturempfehlung. Hi. Alles klar. Was solltet ihr? Und dann... Hübsche Frisur. Hm. Ähm. Ja. Ich renne, ich renne. Und dann gehen wir auch sofort... Gehen wir auch sofort zu, ähm... ...unserem DA-Treffen. Weil dann geht's storytechnisch nämlich mal ein bisschen weiter. Und ich glaube, ich muss jetzt hier tatsächlich... ...das Buch finden, ne? Hermine, such mal mit. Du bist hier doch... ...quasi zu Hause. Wir müssen Neville finden, Harry. Ach, Neville. Ja, aber der ist beim DA-Treffen. Hätte ich das mal früher in Erinnerung gehabt. Okay, ähm... Gut. Gut, gut. Dann werde ich jetzt speichern. Und dann gehen wir zum DA-Treffen. Hey, Harry. Bringst du uns was bei? Jetzt bringe ich euch was bei. Also du wolltest Rictus Semper lernen, ne? Du weißt bestimmt etwas über selbstdüngende Sträucher. Okay, dann muss ich erst mit Neville quaken. Hallo, Neville. Weißt du etwas über selbstdüngende Sträucher? Natürlich. In meinem Buch Fleischfressende Bäume der Welt sind ein paar echt gute Fotos davon. Es liegt auf meinem Nachttisch im Jungschlafsaal. Ihr könnt es euch holen. Danke. Fleischfressende Bäume der Welt? Komm, ich bringe euch erst was bei. Hä? Genau, das haben wir ja schon mal gemacht. Reduktion! Sieh her, Ginny. Ich verstehe doch nicht so ganz, warum, wenn man Dinge reduziert, warum das dann kaputt geht. Ausgezeichnet. Gut gemacht, Ginny. Wenn man mit Fred und George aufwächst, lernt man das Unfug machen ganz von allein. Gut. Mal sehen, ob hier noch jemand so gut ist wie Ginny. Danke fürs Unterrichten, Harry. Ja, ja. Ähm, okay, macht doch Sinn, wenn man Sachen auf Krümelgröße reduziert. Dann ist es dann halt doch kaputt. Nein, warum glaubt ihr, Harry? Das ist schön, Neville. Ähm. Hey. Ah, jo. Wann bringst du uns mal was Sinnvolles bei? Wie wär's, wenn Harry uns beibringen würde, dir das Maul zu stopfen? Ja. Gut sein, Ron. Ich weiß einen Zauber für Zacharias. Zacharias hilft dir bestimmt dabei, den anderen den Zauber zu zeigen. Ja, hier steht's. Rictus Sembra. Man muss den Zauber ausrichten und dann den Zauberstab so schwenken. Rictus Sembra! Das macht bestimmt blaue Flecken. Also gut. Stell dich dorthin, Zacharias, und ich zeige ein, wie es funktioniert. Rictus Sembra! Mach weiter. Gut gemacht, Harry. Toller Zauber! Prima! Das habt ihr alle toll gemacht. Hey! Ich hatte viel zu wenig Zeit zu geben. Oh, tut mir leid, Zacharias. Mehr Zeit haben wir für den Zauber nicht. Vielleicht ein anderes Mal. Wirklich toll, dein Unterricht, Harry. Okay. Gab's, aber hier gab's noch jemanden, der irgendwie Wünsche hatte, was ich, was ich beibringen soll, ne? Vitrificus Totalus. Colin, wo bist du? Genau hier. Hallo, Harry. Ich freu mich so auf den Unterricht. Mach mir was Aufregendes, ganz bestimmt. Ähm, ja. Können wir was in die Luft sprengen? Oder jemanden in ein Frettchen verwandeln? Oder diesen Zauber üben, mit dem man jemanden bewegungsunfähig macht? Petrificus Totalus. Okay, dieser Zauber mag einfach sein, aber er ist trotzdem nützlich. Um einen Gegner zu lähmen, richte deinen Zauberstab aus und tippe dreimal so wie ich. Ist euch mal der Gedanke gekommen, dass wenn jemand komplett steif ist durch Petrificus Totalus, auch die Lunge steif ist und der dann erstickt? Sieht gerade aus, als würde Ron auf Ron zielen. Wow, Harry, du bist der beste Lehrer aller Zeiten. Danke. Bringen wir es den anderen bei. Fertig. So, gucken wir mal hier, was noch ansteht. Cho Chang möchte Levi Corpus lernen. So, Levi Corpus, den kennt ihr noch nicht. Das lernen wir jetzt, aber warte mal, wenn ich das jetzt lerne. Severus Snape, Pomona Sprout, Phileas Flitwick. Ja, hier würde ich jetzt tatsächlich sagen, gehen wir erstmal ins jungen Schlafgemach, ne? Einmal speichern. So, ich nehme wieder zwei Slots. Wie einfach am Ende die Hausaufgaben bei mir übrig bleiben. Schon ein bisschen geil. Als hätte ich es drauf angelegt, aber wir gehen jetzt, wie gesagt, ins Schlafzimmer, also zu Nevels Bett und holen uns mal das Buch und holen uns mal das Buch. Rüffeln doch. Jungenschlafsaal. Genau, da düsen wir jetzt eben hin. Ich versuche zu rennen, ohne überall gegen zu rennen. Aber wen frage ich denn noch mal bei der Flitwick-Aufgabe? Das muss ja auch, das war ja auch irgendwas mit einem Buch. Wen sollte ich denn da noch mal fragen? Da hieß es irgendwie, das wäre ausgeliehen. Aber dann brauche ich ja so eine Art Liste, die mir zeigt, wer die Bücher gerade geliehen hat. So was gab es doch da nicht, oder? Buch? Hier vielleicht? Ja, ich glaube schon. Fleischfressende Bäume der Welt. Das brauchen wir für Professor Sprouts Aufsatz. Ähm, Hermine, könntest du mir nicht ein ganz klein wenig helfen? Na, dann mal los. Und daher... Okay, bringen wir die Aufsätze zu Professor Sprout. Nix wie los. Ähm. Okay. So, da flitzen wir jetzt schnell vorbei. Der ist einfach so cool. Ach ja, hier müssen wir lang. Ist der eigentlich... Hagrid ist doch da gerade gar kein Lehrer, oder? Wer unterrichtet denn da eigentlich gerade pflegemagischer Geschöpfe? Mir fehlen drei Karten, mehr nicht. Hast du sie? Wer war das denn noch? Weil Hagrid ist doch auf Reisen. Sie beobachten uns! Sie beobachten uns! Sollen wir uns ansehen, wie Piefs mit Sachen um sich wirft? Ich würde ja gerne, aber ich hab zu tun. Äh. Ach ja. Genau. Hier. Eben speichern. Aus Angst vorm Absturz. Das, ich glaub mir, das ist jetzt schon so oft passiert, auch bei Teil 4. Ich hab so den Pappen auf, ne? Ich sag's euch. Also, weil es sind halt sehr alte Spiele. Aber ich bin froh, wenn wir neuere Sachen spielen, wenn wir die Harry-Reihe durchhaben. Dass das dann hoffentlich nicht mehr so oft passiert. Professor Sprout, hier sind die Aufsätze über selbstdüngende Sträucher. Hervorragende Arbeit. Sogar mit erstklassigen Bildern. Zehn Punkte für Gryffindor. Wenn Sie Kräuterkunde üben möchten, können Sie als Zack-Schüler jederzeit das Gewächshaus nutzen. Okay, ich lauf mal schnell mit. Hier ist ja auch einfach nix drin. nix. Nur leere Tische. Hier ist echt gar nix drin. Was denn das bitte für ein Gewächshaus? ist das dann nötig, dass man hier den Unterricht hat in so einer schwülen Umgebung, wo die ganze Zeit mega krasse Luftfeuchtigkeit ist? Wäre das nicht viel sinnvoller, dann einfach normal Unterrichtsräume zu nehmen, wenn hier sowieso nichts drin ist? Das muss ich jetzt aber mal stark kritisieren. Die Schüler hätten dann deutlich weniger Kopfschmerzen. Die Gefahr, dass sich hier Schimmel bildet, wäre krass reduziert. Ne? Okay, jetzt wird es ein bisschen irre, aber ihr wisst, was ich sagen will. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Fragen wir mal die Hemi. Die weiß doch immer alles. Zaubertränke und Zaubergebräue findest du in der Zaubertrankabteilung. Warum mussten die mich ausgerechnet hier aufhängen? Also Zaubertrankabteilung in der Bibliothek oder Zaubertrankabteilung in Zaubertränke beim Severus? Ich glaube, die meint die Bibliothek, ne? Muss ich da jetzt schon wieder hinrennen? Ist ein sehr krasses Hin- und Herlaufspiel. Das kann schon manchmal nerven, aber es ist auch schön, weil es ist ja auch extra dafür so detailliert gemacht, glaube ich, dass sie sich bei Hogwarts halt so krass Mühe gegeben haben, weil man wahrscheinlich so viel hin- und herlaufen muss. Da haben die sich gedacht, komm, jetzt müssen wir auch das Beste aus Hogwarts rausholen. Was glaubst du, wie die Antwort lautet? Kann ich mal in dein Buch die Antwort ist immer 42? Dass der Harry manchmal einfach aufhört zu rennen, geht mir schon auf den Sack. So. Guten Tag. Ob das hier irgendwo ist? Ich frag mal die Hermine nochmal. Wir müssen auf den Regalen in der Zaubertrankabteilung nachsehen. In der Zaubertrankabteilung? Äh. Äh. Hm. Ich geh jetzt mal hier hin. In der Zaubertrankabteilung? I don't know. Auf den Regalen? Was für Regale denn? Das sieht nicht so aus, als welche richtig. Warte mal. Help. Red und George müssen ein Vermögen verdienen. Was nützt das, wenn sie nachher keine Utze bekommen? Sie kriegen vielleicht keine Utze, aber dafür haben sie ganz schön was drauf. Hast du ihre kopflosen Hüte gesehen? Ha. Das ist doch nur fauler Zauber, keine richtige Magie. Hm. Also die Hermine, das ist manchmal genau wie dasselbe mit Musik. Also mein Freund ist der Musiker und der sagt immer, ja, hier komplizierte Sachen komponieren und so weiter und ich denke mir so, manchmal braucht es einfach nur fünf Akkorde, damit ein Lied schön ist. Genauso ist das hier mit faulem Zauber. Ist trotzdem lustig. Sehen wir in der Bibliothek nach. Aber da bin ich doch. Okay, da bin ich hier auf jeden Fall richtig. Das weiß ich dann jetzt. Jetzt, äh, klicke ich hier mal einfach jedes Regal an und suche das Buch. Nee. Und sagen, ich hab den Tisch hier durch das, durch den Schrank. Den Tisch durch den, ich nehm den jetzt mit da rüber, weißt du? So, ich schmeiß den schon mal hier durch. Ich muss den kurz ausleihen. Ich nehm den jetzt hier mit hoch und dann kann ich nämlich hier von hier mit dem Tisch da, das da. Nee. Das ist nur ne... Das ist nur Quatsch. Kann ich hier durch? Echt? Echt? Ey, dieses Tor hat mich aufgehalten, weil ich dachte, das hier ist bestimmt verboten. Ich glaube, ich bin einfach zu nett. Ich bin einfach zu nett. Ich hab mich an diese blöden Regeln, von denen du besprochen hast, diese blöden Regeln gehalten. Okay, aber ich hab mir schon gedacht, dass das ein bisschen sehr wenig Bücher sind und ein bisschen extrem viele verbotene Bücher. Das wäre schon ein krasses Ungleichgewicht, ne? Bestimmt hier in der hinterletzten Ecke irgendwo. Okay, aber ich find hier trotzdem kein Buch. Okay, Hermine, ich brauch dein Rat. Auf den Regalen. Auf den Regalen. Ich kann ja auch nicht hochgucken oder so. Ich hol mir jetzt den Tisch hier rüber. Mir reicht's. Dafür hab ich den hier reingeschleust. Entschuldigung. Ja, ja, der Tisch und ich, das geht hier mal ein bisschen schief. Auf den Regalen. Die sind doch riesengroß. Das ist die verbotene Abteilung, ne? Das ist die verbotene Abteilung, aber... Okay, das ist doof. Also hier ist das doch bestimmt nicht. Okay, hier ist aber auch kein Buch im Regal. Okay, ich schnibbel das hier, dann müsst ihr das hier nicht mit ertragen, wie ich hier verzweifelt dieses Buch suche. Und wenn ich's dann gefunden hab, dann mach ich die Kamera wieder an. Okay, ich glaub, ich hab's gefunden. Es war eigentlich nicht so schwer. Ich war nur wieder ein krasser Blindfisch. Und es ist eigentlich auch sehr nett designt, weil es ist das einzige Buch in dieser Reihe. Und ich dachte nur, oh, guck mal, hier ist noch platze Bücherregal. Das ist das Buch, das wir brauchen. Oh, hier steht, der Mondstein ist auch ein Wunschstein. Ähm, Hermine? Oh nein, du musst den Aufsatz selbst schreiben. Vielleicht korrigiere ich ihn dann. Und daher und folglich und zusammengefasst Alles im Lack. Okay, ich muss aber sagen, dass ich das eigentlich sehr cool finde, dass die das Glück haben, dass die quasi direkt vor Ort eine Bibliothek haben und halt auch da direkt vor Ort so Bänke, wo man sich hinsetzen und schreiben kann. Und ich arbeite halt auch immer am liebsten. Also ich hab früher immer am Küchentisch gelernt bei meinen Eltern zu Hause. Da war immer Trubel um mich herum. Und das fand ich immer schön, weil ich hatte irgendwie immer Bespaßung beim Lernen. Konnte trotzdem lernen, aber es war halt trotzdem irgendwie so ein bisschen im Mittelpunkt und ich konnte dabei Menschen beobachten. Und das hab ich immer gerne gemacht. Ähm, genau. Und dann speichere ich das ab. Jetzt hab ich eine Viertelstunde nach diesem Buch gesucht. So, was ist da los? Blindfisch. Okay, dann gehen wir jetzt zu Snapey Boy. Aber im Flitwick war ich auch noch nicht, ne? Okay, jetzt bin ich fast da. Jetzt bin ich ja über diesen Zugang da bei diesem Viadukt gegangen. Huch, falsche Richtung. Und man kann sich wahrscheinlich auch super prima bei diesen Hausgeistern einfach auskotzen und die können einem auch in jeder Lebenslage mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also zumindest Sir Nicholas, weil der ist ja voll der coole Dude. Die anderen sind so, hm. Aber Sir Nicholas finde ich am coolsten. Warte, ich laufe falsch, ne? Ich laufe falsch. Eigentlich muss ich doch jetzt dann da unten rein. Ja, die Füße sagen das auch. Zu den Slytherins. Genau, die, die mit der blöden Hintergrundmusik. Ob das bei denen so unten immer so ist. Jetzt bin ich hier hingelaufen, jetzt speichere ich noch schnell. Immer doppelt. Und eine Sache, die ich noch erkunden muss, und das habe ich tatsächlich vergessen, zeige ich euch jetzt. Ich bin nämlich gar nicht hier weiter durchgelaufen. Hier muss ich noch Bilder aufhängen. Wie konnte ich das, konnte ich mir das entgehen? Genau, cool. Oh, ist das der blutige Baron? Ja, fand ich auch. In unserem geheimen Raum gibt es jede Menge neue Sachen, Harry. Danke für die Info. Ach, warte, ich muss noch mal eben zurück. War hier nicht noch was? Ne, da war nichts mehr. Okay, dann gehen wir jetzt zu Snape. Bla bla, die lästern über mich. Okay. Ich sag ja, das hat ein Slytherin gesagt. So eine Scheiße kann nur ein Slytherin von sich geben. Ist so. Mal sehen, ob sie zwischen Koboldstein und Mondstein unterscheiden können. Also gut, das ist annehmbar. Folgen Sie mir. Aber vergessen Sie nicht, dass Sie sich bei Ihren Zacks nicht auf Miss Granger verlassen können. Der Zaubertrankunterricht ist nun verfügbar. Was bedeutet das? Heißt das, ich kann jetzt hier mit Zutaten rumpruschen? Wirke, Vingadium Leviosa und die Zaubertränke der richtigen Farbe in den Kessel zu werfen. Okay, okay, okay. Welche Farbe kommt denn zuerst? Ich wähle grün. Ach nein. Ach, ich bin doof. Ja, danke. Schon wieder eskaliert hier. Ähm, das ist ja schon blau, also muss ich jetzt blau nehmen. Mit Flasche reinkippen. Tatsache. Okay, dann den hier. Geil, ich kann mich jetzt hier voll abrackern, das ist eh nur annehmbar. Ich sag's euch. Wahrscheinlich sagt er so was wie Glückwunsch, dass sie nicht alles in die Luft gesprengt haben oder so. Aber mehr Liebe gibt's da nicht. Der Mann ist knallhart. Das war's, ne? Jetzt ist alles drin. Hä, es ist doch alles drin. Ach, jetzt nochmal grün? Läuft denn Zeit? Ne. hat das ja auch nochmal ein Ende. Ich will nicht mehr. Wie lang geht denn das noch? Nein, das ist der Falsche. Danke sehr. Was ist das? He fucking hates me. Schalalala. Okay. Der Flitwig, der wollte doch auch irgendeinen Aufsatz und dafür brauchten wir doch ein Buch. In der Bibliothek war ich ja jetzt schon. Wo könnten die sich denn noch zum Lesen treffen? Im Gemeinschaftsraum? In der... Wo haben die noch an ihren Sachen gearbeitet? In der großen Halle? Okay, ich gehe jetzt mal in die große Halle einfach, weil ich da auch erst einmal in diesem Spiel war und hoffe, dass mich jetzt einfach mal mein Glück nicht verlassen hat. Gepflasterter, große Halle. Da gehe ich jetzt hin. Da wollte ich nämlich sowieso mal darauf gucken, was eigentlich aus unseren Hauspunkten geworden ist, weil wie gesagt, ich habe ja gesehen, wie Mr. Weasley angegriffen wurde und ich weiß, dass das passiert mit dem Angriff, wenn ich Cho Chang irgendwie Petrificus Tutalus oder Levicorpus oder so beigebracht habe und ich versuche jetzt gerade alles abzuarbeiten. Was mache ich denn hier? Falsche Richtung. Ich versuche alles abzuarbeiten, bevor ich das mache, weil dann haben wir das nämlich schon erledigt und dann können wir uns komplett und einfach vollkommen und ganz entspannt auf die Story also so stürzen und hoffentlich Nee. Da habe ich so Irgendwer hat auch mal versucht, so eine Maus in eine Tasse zu verwandeln, aber mit so einem richtig dummen Spruch und dann war das, glaube ich, Krätze und dann war das, glaube ich, nur eine halbe Tasse und das war alles ziemlich eklig. Könnt ihr euch erinnern an die Szene im Film? Also Krätze so als Tasse geformt? So, große Halle bitte. Ich habe immer noch nicht gehört, was mit der Quidditch-Mannschaft von Gryffindor ist. So, große Halle. Ja, endlich. Ah, okay. Ein Ravenclaw hat das Buch ausgeliehen. Boah, da will ich mich jetzt ungern hinquetschen. Kann ich mir vielleicht deine Geschichte der Zauberei-Aufsatz leihen? Ich bin letzte Stunde eingeschlafen. Nein, tut mir leid. Okay, ich muss jetzt doch mich durchquetschen. Entschuldigung, liest du da etwa große Errungenschaften der Zauberkunst? Kann ich mal kurz sehen? Ja, ja, natürlich. Das hatte ich mir fast gedacht. Ja, ich auch. Ich auch. Jetzt müssen wir nur noch den Aufsatz schreiben. Ähm. Verflixt noch mal. Könnt ihr eure Hausaufgaben nicht mal alleine machen? Und daher und folglich und zusammengefasst. Gut. Bringen wir die Aufsätze zu Professor Flitwick. Okay, dann haben wir den letzten hier abgehakt. Den Filius. Und daher und folglich haben wir dann alle Hausaufgaben erledigt. Achso, nein, stopp. Komm, wir gucken noch mal eben nach den Hauspunkten. Übrigens gerade gutes Wetter in der großen Halle. Also leichter Nebel, aber ansonsten nicht schlecht. Mhm. Unternehmen wir was, Harry. Hier ist es fast so öde wie in Bins Geschichte der Zaubereiunterricht. Okay, die Hauspunkte sehen gut aus. Ich glaube, ich führe. Also wir führen. Riffindor führt. Das ist gut. So kann das weitergehen. Ach, hier lang. Okay, ich bin auf jeden Fall schon ganz gespannt, wie es auf jeden Fall wie es weitergeht, weil ich bin wild drauf, die Mysteriums-Abteilung zu sehen, weil ich liebe diese Fliesen. Professor Flitwick, hier sind unsere Hausaufgaben. Ausgezeichnet, Miss Granger. Ausgezeichnet. Davon werdet ihr alle noch profitieren. In unserem Geheimraum sind jede Menge neue Sachen, Harry. Ja, das gucke ich mir aber nicht jetzt an. So, dann auf zur Show. Einmal speichern. Das ist ja eigentlich doch schon ein relativ langes Spiel, ne? Warte, einmal auf den mittleren Slot. Jo. So, schnell, schnell, schnell. Ich bin schon, ich bin schon ganz viel drauf. Ehrlich. Ich will das endlich irgendwie nochmal sehen. Ich war so sauer, als es nicht aufgenommen hat, weil ey. Da dachte ich so, nein, wieso, wieso? Juhu, aber ich hoffe, diesmal habe ich mehr Glück. Lodernd, das Wort ist auch richtig cool. Lange nicht mehr gehört. Hervorragend. Warum besuchst du mich immer hier drinnen, Harry? Schüler, Schüler, Schüler. Okay, hier hoch. Jetzt nicht aufhängen. Jetzt nicht aufhängen. Schnell, schnell. Ach, hier lang. Ich werde mir diesen Weg niemals im Leben merken können. Nie. Das steht fest. Hoffentlich gibt es im nächsten Teil auch diese Futspuren, also in der überarbeiteten Version und in Bessar. Aber es muss sie trotzdem geben, sonst bin ich, bin ich krass. Sonst habe ich schlechte Karten, mich hier zurechtzufinden. Ne, warte, stopp. Was war das da gerade? War ich da schon mal? Ach, guck mal, hier war ich noch nicht. 1.380 Punkte. Ach so, hier rein. Okay. Speichern. Okay, jetzt habe ich beide Slots überschrieben. Jetzt nehme ich den hier noch. Ja. So, jetzt habe ich drei. Das wird ja wohl reichen. Okay. So, Choo Chang will das lernen. Und zwar Levikorpus. Was bringst du uns heute bei? Das ist die letzte Stunde vor Weihnachten. Kannst du uns was Lustiges beibringen? Ich kenne nur die Zauberformel. Kannst du Levikorpus aufblättern, Hermine? Gut, hier steht, man soll den Zauberstab in die Luft heben und so bewegen. Levikorpus! Okay, Choo, sieh her. Levikorpus! Toller Zauber! Sieht so geil aus, ne? Mach weiter! Vorsicht! Mach weiter! Hör auf! Das war schon ganz gut. Okay, das war wirklich schlecht. Aber du schaffst das. Die anderen Zauber hast du schließlich prima hinbekommen. Das hast du gesehen? Ja. Ähm, los, zeigen wir es den anderen. Bleib, Harry. Ich möchte mit dir reden. Alle anderen raus! Ist alles in Ordnung? Du bist ein richtig toller Lehrer, Harry. Mistel. Ähm. Harry, Harry! Run! Dein Daddy! Schnell! Wir müssen zu McGonagall. Harry, was ist los? Kann ich jetzt nicht erklären. Wir müssen McGonagall finden. Los! Dein Daddy. Ja, genau. Die Szene wollte ich euch nicht vorenthalten. Und hier wird dann nämlich wieder gespeichert. Und die hätte ich sonst, äh, euch nicht zeigen können. Deswegen habe ich das alles nochmal neu gespielt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh. Ja, ja. Ähm. Genau. Eine Version speichere ich. Die unterste. Ach cool, wir haben jetzt neue Klamotten an. Wo wollen Sie zu solch später Stunde denn noch hin? Rons Dad wurde von einer Schlange angegriffen. Harry hat im Schlaf geschrien. Ich hab nicht geträumt. Mr. Weasley wurde verletzt. Ich hab's gesehen. Beruhigen Sie sich erstmal. Ich glaube Ihnen, Potter. Sie und Mr. Weasley gehen jetzt sofort zum Büro des Direktors. Ich hole Jenny und ihre Brüder. Los jetzt. Die Zeit drängt. Los, Harry. Laufen wir zu Dumbledore's Büro. Okay. Ich guck direkt hier nach. Hier ist Dumbledore's Büro, weil das wird als offizielles Gebäude nämlich nicht angezeigt. Da hätte ich jetzt ewig suchen müssen. Und ich weiß nicht, wo das hier ist. Wisst ihr das einfach so? Frei aus dem FF. Konntet ihr euch das merken, wo Dumbledore's Büro ist? So, die Treppe kommt. Wow. Das ist aber auch echt tief. Ich hab ja Höhenangst. Ich wusste nicht, ob ihr es wusstet. Okay. Lauf, Harry, lauf. Manchmal hängt er einfach fest. Bitte, Harry. Wenn Dad in Gefahr ist, müssen wir mit Dumbledore reden. Ja, ich renne schon so schnell ich kann. So, so, so sehr, dass die Tasten halt zulassen. Halt auf mit dem Krach. Ach, wir haben ja schon spät. Okay. Phineas, gehen Sie schnell zu Ihrem Porträt am Grimaudplatz. Sagen Sie Bescheid, dass Arthur Weasley schwer verletzt worden ist. Professor, bitte. Was ist bloß los mit mir? Herr Direktor, Sie wünschten mich zu sprechen. Ja, Severus. Ich befürchte, wir können nicht bis morgen warten. Potter, kommen Sie mit mir. Professor? Severus. Potter. Fruchs wird zum Mully fliegen. Wir haben dafür gesorgt, dass Ihr Vater von den richtigen Leuten gefunden wird. Ach, diese nächtliche Stimmung. Was? Sie sind hier, um Oklomentik zu lernen. Die magische Verteidigung des Geistes gegen das Eindringen von außen. Es gibt eine Verbindung zwischen Ihnen und dem dunklen Lord. Sie müssen lernen, das zu kontrollieren. Sie meinen, er kann meine Gedanken lesen? Lesen, kontrollieren, manipulieren. Wenn er sich der Verbindung bewusst wird, können Sie sich nur mit Oklomentik schützen. Ich dringe in Ihre Gedanken ein. Legilimens. Dränge Snape's Zauberstab zurück ins Zentrum, um ihn zu besiegen. Aber wie soll ich das machen? Drücke mehrfach in der entgegengesetzten Richtung von der Snape's Zauberstab. Sie werden versagen. Ich werde nie... Das werde ich nicht. Okay. Okay, okay, okay. Oh nein, nein, nein. Meine rechts-Links-Schwäche schlägt wieder zu. Du hast Snape aus einer Erinnerung verdrängt. Ha! Das ist fief. Also waren die Harry-Potter-Spiele ja schon immer. Du hast Snape aus einer Erinnerung verdrängt. Geht das jetzt so lange, bis ich scheitere und er mich beschimpfen kann, dass ich ein Noob bin und dass ich auf jeden Fall verkacken werde? Weil so bin ich ja gar nicht so schlecht. Geht ja noch, oder? Der soll mal nicht nerven, das ist ja alles privat. Hauen sie ab. Snape wurde besiegt. Okay. Ja, ich muss ja gar nichts lernen. Nein. Sie dürfen an nichts mehr denken. Krieg ich hin? Oh, was ist das? Die Disney-Fee? Ach, nee. Ach, guck. Hallo. Du solltest bald nach Hogwarts zurückkehren. Bevor du gehst, schau noch mal bei deinen Freunden vorbei. Sag Arthur Bescheid, wenn du gehen möchtest. Ich bin doch gerade jetzt gekommen. Ich speichere das mal kurz. Und ich frage mich, ich bin immer neugierig, wie viel Prozent das jetzt schon sind. 44. Okay, ich speichere nur auf dem untersten Slot, damit ich noch zwei für den Notfall zur Verfügung habe. Und nicht wieder alles neu spielen muss. Es war einfach zu bitter. Aber das ist dann quasi wie so eine Weiterbildung nach dem Abi, oder? Harry, wie geht's? Gut. Die Sache mit Mr. Weasley muss schlimm für dich gewesen sein. Wir sind froh, dass du uns warmen konntest. Ansonsten wäre alles viel schlimmer gewesen. Ja. Ah, die kleine Vieh. Das ist aber mal ein sehr minimalistischer Weihnachtsbaum. Finde ich eigentlich ziemlich cool, wenn dann so wenig Deko drauf ist. Besser als alles voll mit Lametta. Umweltsünde. Übel. Okay, wo gehe ich hin? Kann ich hier lang? Nee. Kann ich eigentlich jederzeit an den Grimmau-Platz zurückkehren? Der Sprecher vom Dumbledore gerade war übrigens auch der, der in den ersten Teil 1 und Teil 2 immer die Sequenzen gesprochen hat, ne? Die Textsequenzen, also so Intro und so Gedöns. Den haben sie jetzt zum Airbus befördert. Der ist jetzt ein eigener Charakter. Oh, hello. Echt? Aber das gehört doch theoretisch... Ja, noch gehört es nicht Harry. Aber da würde ich auch zu gerne mal stöbern an deren... an seiner Stelle. Also klar, man hat nicht unbedingt Bock auf so verfluchte Gegenstände zu treffen. Oh, was ist das? Da jetzt speziell ist nix. in diesem kleinen Regal. Uh. Nein. Ich darf jetzt nicht schon wieder gähnen, Mann. Dann tränen meine Augen. Ich will das nicht. Oh, hier. Der Stammbaum. Noblesse der Natur. Eine Genealogie der Zauberei. Noblesse der Natur? Mal sehen, was hier noch so ist. Noblesse? Ich mag diese Tischdecke eigentlich ganz gerne so. Creature muss seine Schätze weggeschafft haben. Wir müssen ein paar Dinge wegrücken. Wie? Wohin? Ich... Ich... Ich mach das mal kurz. Wirbel schmeißen kann ich. Das kann ich. Seit Tag 1 haben wir das gelernt. Aber ich dachte, hier kommt auch noch ein Dungus Fletcher und klaut Sachen und verkauft sie dann, ne? Okay, ich glaub, ich hab alles gesehen, was es hier gibt. Mal gucken, ob ich den Tisch verschieben kann. Genie. Genie. Wir sind hier alleine. Kein Bruder, der nervt. Ach, da ist es ja noch nicht so. Da sind wir ja noch nicht so. Und da hat die, glaube ich, auch einen Freund. Jaja. Aber findet ihr das nicht auch so ein bisschen Oedipus-mäßig, dass Harry nachher eine heiratet, die aussieht wie seine Mom? Also, die decke ich jetzt auf jeden Fall auf. Das ist doch Mama Black, oder? Können wir die auch hier aufhängen? Also, aufmachen? Die hat der Sirius, glaube ich, zugehängt, weil er keinen Bock hatte, dass die da immer rumschreit. Aber irgendwo ist auch noch der Stammbaum. Hier kann ich nicht rein. Aber generell, gut, bisschen neue Farbe an die Wand, etwas andere Tapete. Die Lampen sind aber ganz geil eigentlich mit diesem Bogen, ne? Aber ich finde das Haus eigentlich richtig cool. Oh. ist er denn mein Stammblodur? Ich wollte ihm sein Weihnachtsgeschenk geben. Ach süß. Bestimmt schmeißt der der das an den Kopf. War das nicht so? Irgendwas war doch damit. Ich glaube, er war wenig dankbar. Hat ihn noch beleidigt von wegen Schlammblut. Ich will nichts von dir oder so ähnlich. Tut mir leid, Hedwig. Ich kann dich nicht rauslassen. Dumbledore meint, Eulen würden die Aufmerksamkeit auf das Haus lenken. Das ist wahr. Die braucht so ein so ein so ein Laufrad. Nur für Eulen. Zum Fliegen. Okay, Vögel haben echt die Arschkarte in Sachen Auslastung. Kopfarbeit wäre gut für die Eule. Seidenschnabel. Er fühlt sich sicher genauso eingesperrt wie Sirius. Wie, der ist da drin? Okay, den wollten die nicht animieren, deswegen kann ich da nicht rein. Faules Buck. Schade. Okay. Wo ist Creature? Ist der hier irgendwo? Kann ich den besuchen? Creature of the night. Verräter eures Blutes! Scheißahle! Ey, man sucht sich doch nicht aus, wie man geboren wird, du blöde Kuh. Scheißahle! Rassistin! Okay, was ist das hier? Gut, da war ich. Erdgeschoss. Hier war ich noch nicht. Doch, hier war ich doch. Ah. Sie sitzen in Asgaran. Ich wohnte hier, bis meine Mutter mich rauswarf. Ich hasste sie alle und zog bei deinem Vater ein. Hast du Creature irgendwo gesehen? Er ist jetzt schon längere Zeit verschwunden. Er hat doch nicht etwa das Haus verlassen. Er mag mich vielleicht verachten, aber dazu braucht er immer noch meine Erlaubnis. Nein, er treibt sich hier irgendwo rum. Ich such ihn besser. Destrange. Können wir bitte über diese Aussprache reden? Das ist ja furchtbar. Vor allem, das ist doch der Harry aus dem Film. Die Stimme. Destrange. Hat er den Film danach eingesprochen und dann haben die den korrigiert oder was da los? Kam erst das Spiel und dann der Film? Nee. Ich weiß nicht. Manchmal ist das doch schon ein bisschen so in der Zeit irgendwie. Weiß ich nicht. So, wo bin ich jetzt hier? Durch so ein Hintertürchen, glaube ich. Hallo. Pardon. Was ist das hier für eine Tonne? Das erkenne ich gerade nicht so ganz. So, hier ist doch der Platz, wo wir alle zusammengesessen haben, oder? Äh. Achso, hier unten war ich noch nicht, aber es ist schon ziemlich verwinkelt hier, die ganze Geschichte. Es lässt mich nicht los. Oh Gott, das ist genau wie Aktio. Wenigstens sprechen sie Kreature richtig aus, aber das ist auch keine große Kunst. Oh, guck mal. Gibt es Ihnen gut, Mr. Weasley? Aber klar doch, Harry. St. Mungo war eine interessante Erfahrung. Glaub ich. Ein Heiler im Praktikum hat mir ein paar alte Muggelheilmethoden gezeigt. Sie nähen Wunden mit Fäden zusammen. Faszinierend. Was ist bei dem Angriff wirklich geschehen? Es ist ganz einfach. Ich hatte einen langen Tag, bin eingedöst. Jemand hat sich angeschlichen und zugebissen. Bist du bereit für die Schule? Ja, es kann losgehen. Du solltest mit Sirius sprechen. Er wartet im Gobbelanzimmer auf dich. Nee. Den haben wir, glaube ich, schon weggeschickt. Der sucht Creature. Okay. Da ging es also in den Speisekeller. Und, äh, hier war ich noch nicht drin in dem Raum, der jetzt kommt. Oder ist das... Ach, doch. Gobbelan. Was suchst du denn genau, Mädel? Kannst du mir das vielleicht irgendwie beschreiben? Ähm, ich mach mal hier dieses Bild weg. Ach, guck mal, jetzt leuchtet das blau. What? Ne, 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 ne. Ne. Stopp. Spiel stopp. So war das nicht. Das war nicht so. Ich bringe das noch zu Mom und geh dann packen. Also, das war ja so, zumindest im Film. Da sagt ja Creature, dass Mandangus Fletcher kam. Einer meiner Lieblingssätze übrigens, dass der sagt, er hat vieles weggetragen. Und er kam in der Nacht und, ähm, und alle so, hä? Und dann ist das einfach hier der, der Typ, der dann irgendwie so Sachen verscheuert an die Umbridge und Co. Ist ein Herzchen. Okay. Das speichere ich ab. Und jetzt können wir ja im Gobelan-Zimmer mit Sirius sprechen. Der hat ihn ja offenbar gefunden. war Zeit für dich nach Hogwarts zu gehen. Ständig müssen wir uns verabschieden. Es wird natürlich nicht immer so bleiben. Harry, du bist ein guter Mensch. Harry, es ist Hagrid, er ist zurück. Hagrid, wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Ach, ist ein bisschen kompliziert, weißt du? Was ist los, Hagrid? Kann nicht weg, ohne jemanden von ihm zu erzählen? Von wem? Kann ihn nicht einfach so zurücklassen. Grawb ist doch mein Bruder. Nun, halb, Bruder. Grawb, wie böser Junge. Darf ich vorstellen? Hermine. Hermie. Hermie hat ja aber nie gesagt, er konnte nicht so viel reden. Hermie war schon too much. Ein und wer hat er nicht zustande bekommen? Grawb. So, jetzt steht Hagrid draußen. Ich sollte an nichts mehr denken, also auch nicht, wann mein nächster Tag mit Oclomantic ist. Also meine nächste Stunde. Das habe ich glatt verdrängt. Okay, Hagrid. Dann Severus. Gut, gehen wir zum Snapey Boy und holen uns die nächste Stunde Oclomantic ab. Da habe ich ja jetzt spontan sehr viel Lust zu. Doch, doch. Finde ich schon ganz cool. Lief ja gerade auch ganz gut. Snape hat uns nicht allzu sehr gehasst. Ich glaube, der war relativ positiv überrascht von meinem unschlagbar leeren Geist. Nein. Ich habe nicht zugehört. Hallo. Wie, was ist das? Das sieht special aus. War ich da schon mal? Achso, das ist einfach die Rückseite vom Schloss. Gut. Da war ich bestimmt schon mal. Musst du nicht zu Snapes Büro? Ja, ich muss nicht zu Snapes Büro. Ich gehe freiwillig. Oh, lass mal eben gucken, wie viel Prozent ich habe und dann auf jeden Fall noch mal speichern. Ja. Okay, 45 Prozent. Ey, das ist geil, ne? Das ist noch gar nicht so viel. Das heißt, wir haben eigentlich noch voll viel vor der Nase. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also, die Spielzeit hier von der Länge her gefällt mir auf jeden Fall sehr. Besser als in Teil 3, wo man nachher nur noch Hausaufgaben machen musste. Hausaufgaben nicht, aber so Prüfungen. und das hat sich wirklich nach einer unangenehmen Streckung der Zeit angefühlt. Da habe ich mich ein bisschen verrascht gefühlt. Und Brokkoli. Hallo. Nein, bitte nicht schon wieder. Wieso? Oh, ich kann es noch aufhalten, aber meine Augen drehen schon. Oh, ist das ätzend. Mensch. Hey. So, wo muss ich hin? Hier lang? Okay. Ah, hier durch die Abküttung. Ich wäre gerne allein. Ja. So. Kann ich eigentlich das Wasser hier wegmachen irgendwie? Okay, na, ich mache alles nur noch schlimmer. Da kommt wahrscheinlich einfach nur noch mehr Wasser. Aber in der Winkelgasse muss man doch einfach nur seinen Zettel abgeben, weil das Mädchen gerade meinte, hast du alle Bücher da gekauft. Und dann kümmern die sich doch darum. Dann kriegst du doch so ein, direkt die komplette Bestellung vor die Füße geworfen. Hier, deine Bücher. So, nachdem gerade mein Laptop abgeschmiert ist, also als ich gerade zu Snapes Büro laufen wollte, beziehungsweise gerade die Aufgabe starten wollte, äh, muss ich das jetzt ganz kurz nochmal von vorne beginnen. Aber wir sind jetzt hier in den Kerkern und jetzt gehe ich in Snapes Büro. Äh, hallo? Und hoffentlich klappt's. Jetzt haben wir Oklomantik-Unterricht. Ja, Entschuldigung. Huch. Dränge Snapes Zauberstab zurück ins Zentrum. Ach, das hatten wir ja schon mal. Ich weiß nicht mehr genau, wie das ging. Oje, okay. Ach ja, ach ja, ach ja. Okay, also immer dann, wenn er den Zauberstab zum Beispiel rechts von sich hält, muss ich ihn, oder wenn er ihn runterhält, muss ich ihn nach oben drücken. Ist was für Stress backen wie mich. Ich hab's auch gleich. Ich dränge ihn aus meinen Älnerungen. Der hat da nix zu suchen. Zum Glück ist das nicht immer das, genau das, also, nicht wie bei Beyond Good and Evil, wo sich einfach die Richtung ändert und man plötzlich rechts ist, wenn man links drückt und so Sachen. Das war übel. So, jetzt haben wir ihn hoffentlich gleich verdrängt. Ich bin ja eigentlich gar nicht so übel, ne? Voldemort kann kommen. Wenn das mal so gewesen wäre, dann wäre das hier ganz anders ausgegangen. Aber ich glaube, dass Harry das auch zugelassen hat, weil er neugierig war. Wie war das noch? Was ist los, Potter? Ich weiß jetzt, was ist in der Mysteriumsabteilung? Wie bitte? Ich hatte vergessen, dass ich die Tür bereits bei der Anhörung gesehen habe. Ich hab davon geträumt. Voldemort denkt daran. Was ist es, was er dort will? In der Mysteriumsabteilung sind viele Dinge, Potter. Und vor allem viele, von denen Sie nichts verstehen und die Sie nichts angehen. habe ich mich klar ausgedrückt. Aber ist Kugel klar. Hallo Harry, alle warten im Rauf der Wünsche auf dich. Okay. Ich finde, die DA läuft richtig gut. Alle machen gute Fortschritte. Oha, ich glaube, das spitzt sich zu, oder? Jetzt wird es final. Kann man das so sagen? Das ist ein Moment, an dem ich speichern möchte. Und ich habe das gleich dreimal hier als Slot. Ich habe mir jetzt hier mal so richtig Speicherplatz gegönnt. Den habe ich, den habe ich auch. Habe ich auch alles. Okay, der ist am ältesten. Den überschreibe ich noch eben. Tut mir leid, dass ihr meine Paranoia jetzt immer mitkriegt. Aber es ist besser, als dass es nochmal abschmiert. Und Harry läuft heute echt ein bisschen hakelig. Ich glaube, die Hermine hätte da auch Bock drauf. Eigentlich schade, dass sie das nicht sowieso hier lernen. Ist das was? Ist das dunkle Magie? Eigentlich doch nicht. Und das ist doch voll wichtig. Ich finde das schon wichtig. Wir sollten so einen Magier Selbstverteidigungskurs. Moment, es gibt ja Verteidigung gegen die dunkle Künste. Wer weiß, ob das nicht vielleicht sogar auf dem Lehrplan stand für die? Wahrscheinlich nicht. Und schon gar nicht unter Umbridge. Das würde mich mal interessieren, ob das zumindest mal irgendwie angerissen wird, das Thema im Unterricht oder so, ne? Mal kurz besprochen. Ich meine, das ist so die Stufe Magie, die lernst du dann halt, wenn du aus der Schule raus bist. Das ist so was, wahrscheinlich so, wenn du in die Forschung gehst. An die Magus wirst ja auch nicht in der Schulzeit. Wo war das noch? Raum der Wünsche? Warte, ich gucke mal eben, ob hier was, ob hier einer einfach so was von mir will. Huch. Nein. Äh, wie komme ich denn da nochmal hin? Ich bin bisher immer dahin gelaufen und musste Aufgaben erledigen. Wahrsagen. Jungschlafsaal. Raum der Belohnung. Siebter Stock. Oh nein. Wie komme ich da hin? Fünfter Stock, oder? So, Karte. Ganz wichtig. Badezimmer? Nee. Raum der Belohnungen. Äh. Ist der gar nicht eingezeichnet hier? Ist das der siebte Stock? Muss ich in den siebten? Wer hat das hier finden? Oh yeah! Warte, jetzt muss ich mal eben auf die Map gucken. Das muss ich mir irgendwie einprägen. Ach, hier ist das. Ob ich mir das jetzt überhaupt noch einprägen muss? Jetzt geht's in der Geschichte wahrscheinlich sowieso weiter, oder? Ich speichere. Ähm, so lange könnt ihr mir mal erzählen. Ich hab jetzt schon von vielen Leuten hier gehört, dass sie Teil 2 am meisten mögen oder Teil 5 am meisten mögen. Was ist euer Lieblingsspiel? Das ultimative Harry Potter Spiel für euch? Und seid ihr auch so gespannt auf Hogwarts Legacy? Und habt ihr auch mitbekommen, dass vielleicht aus Versehen von Amazon das Release, der Release-Tag gedroppt wurde und er angeblich der 6. Dezember sein soll? Ah, bin mal gespannt, ob das auch wirklich so sein wird. Harry, meine Tante sagt, du kannst einen gestaltlichen Patronus heraufbeschwören. Stimmt das? Ja, er ist ein Hirsch. Alle Achtung, Harry! Das wusste ich ja gar nicht. Wann leerst du uns Expecto Patronum? Gut. Ihr müsst an einen wirklich glücklichen Moment denken, um einen mächtigen Patronus darauf zu beschwören. Macht's mir nach. Ich weiß nicht, schreibt mal, das würde mich auch noch interessieren, schreibt mal in die Kommentare, welcher Patronus wäre euch so richtig peinlich? So peinlich, dass ihr in der Notsituation sagen würdet, alter, da lasse ich mich lieber küssen. Wenn bist du in so einer Unterrichtssituation? Ein Regenwurm. Irgendwie sagt das ja auch was über dich aus, oder? Wenn dein Patronus ein Regenwurm ist. Keine Ahnung. Okay, aber jetzt wird gezaubert. Drücke, um den Zauberstab was herauszunehmen. Ach, sonst kriege ich noch hin. Expecto Patronum! Verwende mehrfach klicke die klick und mach hier so ein Patronus geschüttelt. Zack. Es ist Umbridge! Wie hat sie uns gefunden? Das ist egal! Lauf! Harry? Worauf wartet ihr noch? Lauf! Jetzt bist du dran, Potter! Bombarder! Uh, 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 uh! Ich bin auf jeden Fall dran. Oh Gott, ich bin schon am Boden. Oh nein! Ich hab vergessen, wie man zaubert. Dauert, dauert einfach alles zu lang. Bin ich allein gegen vier? Geht's noch? Scheiße. Steh auf, Harry! Er ist es! Ausgezeichnet, Draco! Ausgezeichnet! 50 Punkte für Slytherin! Ich kümmere mich nun um ihn. Ich konnte gar nicht gewinnen, oder? Es tut mir leid, Harry. Es tut mir leid. Tja, das Spiel ist aus. Möchten Sie ein schriftliches Geständnis? Professor, nein! Bitte sei still, Harry! Ich wollte, dass Harry diese Organisation gründet und ich allein bin verantwortlich für seine Aktivitäten. Aber ich werde mich nicht widerstandslos abführen lassen. Äh, äh, völliges Chaos. War das gerade Feuerwerk? Jetzt schon? Umbridge, zur Leiterin von Hogwarts ernannt. Bisschen creepy. Ich bin froh, dass der sprechende ruft nicht nach. Harry! Was ist los? Sie wollten Hagrid abholen. Eine Gruppe Ministeriums- Zauberer und Umbridge. Was? Ist er okay? Hagrid ist geflohen, aber Professor McGonagall wollte ihm helfen. Sie ist verletzt. Wir müssen etwas unternehmen. Wir müssen in Hagrids Hütte. Falls es Beweise gibt, dass der Dumbledore mit den Riesen geholfen hat, müssen wir sie vernichten. Komm schon, wir haben jetzt Unterricht. Äh. Okay, warte, ich eile, ich eile? Ich weiß ja, wo ich hin muss. Ne, doch nicht. Ist zu. Also krass, die Situation wird immer brenzliger. Aber ich laufe auch in die falsche Richtung und ich möchte ganz kurz speichern diese Paranoia. Jetzt habe ich zumindest zwei. Aufgepasst, Hogwarts-Schüler dürfen in den Korridoren wieder laufen. Ach, sie liest schon selbst. Streicher spielen und lachen. Bin dran, bin dran. Gut, ähm, Hagrid, Hag, Hagrid's, ich kann schon nicht mehr reden. Hagrid's Hütte. Wo glaubst du Stumbledore hin? Keine Ahnung. Er ist jetzt dauernd für den Auden unterwegs. Aber das ist ja gut. Mach da geil. Guck dir das an. Da, da, die neueste Regel, oder? Hä, sind die im Laufe des Spiels auch immer dahin gekommen? Ich habe keine gesehen. Ursprünglich schon, aber ich möchte ganz kurz diese, diese Wand hier untersuchen. Kann ich das abhängen? Incendio! Nein, kann ich nicht. Aber das ist ein ziemlich krasser Wunsch von mir, diese Wand da abzureißen. Warte, wo wollte ich jetzt hin? Hagrid. So, da bin ich wieder und ich muss ja tatsächlich nur noch hier gerade auslaufen. Die Musik ist übrigens gerade sehr schön. Deswegen habe ich schon ein bisschen früher gestartet wieder. und da sind wir auch schon. Wie, haben die jetzt Feuer gemacht? Oder wird da gebraten? Ey, die haben echt die Hütte angebrannt? War das so? Vor allem die Slytherins da, das ist ja richtig krasse Sachbeschädigung. Du, 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 da muss ich aber nochmal, also, das ist ja schon ein ordentliches Verbrechen. Das wird auf jeden Fall wo ist Colin? Da soll man ein Foto machen. Butter lässt sich ganz schön Zeit. Was machst du denn jetzt ohne deinen Beschützer, Potter? Was willst du hier, Malfoy? Ich bin zum Feiern gekommen, Potter. Wir wussten doch alle, dass dieser Riesentrottel ein mieser Lehrer war. Aber endlich haben es die Behörden auch mitbekommen. Sei still, Malfoy. Natürlich musste das Ministerium Professor Umbridge mit ein paar Zauberern unterstützen. War doch klar, dass er als Halbrise nicht so schnell kapieren würde, dass er entlassen ist. Es reicht, Malfoy. Ron, nein! Schnell! Wir müssen ihm helfen! Oh, ich dachte gerade, ey, der Ron macht das alleine. Let's fetz! Ich meine, im zweiten Teil hat der Ron seine Rache ja nicht bekommen, ne? Mit, ähm... Geil. Im zweiten Teil musste, wollte er, dass... Komm schon! Dass er Schnecken schluckt. Mein Gott! Oh Gott, ich hab alles vergessen! Ich schleiche mich einfach auf die Seite hier. Ja. Angriff ist die beste Verteidigung. Kann ich die auch anzünden eigentlich? Dann würde ich die ganze Zeit Incendio spammen, weil das ist echt nur so... Taste drücken, hochziehen, Taste drücken, hochziehen. Und mal zwischendurch hinfallen. Komm schon! Potti, aufstehen! Schlafen kannst du noch? Hallo! Hallo! Der braucht aber echt lange, um aufzustehen. Ich mach die ganze Zeit Protego, ich glaub das... Wir haben ja auch nur ein Krankenhaus, oder? Zuerst Dumbledore und jetzt Hagrid und Professor McGonagall. Was sollen wir tun? Wir müssen etwas tun. Wir müssen was gegen Umbridge unternehmen. Suchen wir die anderen. Wir werden Umbridge schon zeigen, wer hier das Sagen hat. Okay, aber fürs nächste Duell muss ich mich definitiv besser vorbereiten und es wird kommen. Wir wissen es alle. Also, ich weiß es nicht, ob es vielleicht noch so weit geht, das Spiel, dass man noch irgendwie in der Mysteriumsabteilung landet. Ich hoffe doch. Ich muss übrigens dazu sagen, dass das eigentlich auch eins meiner liebsten Bücher war, der fünfte Teil, denn es gibt ja dieses Kapitel mit der Mysteriumsabteilung und es gibt ja viel mehr Türen und viel mehr Räume, als wir in den ganzen, also in dem Film zu sehen bekommen. Das hat mich damals so traurig gemacht. Ging's euch auch so? Weil ich nämlich dachte, ey, nee, ne? Die haben erstmal, also ich war voll geschockt von diesem, naja, für mich war das als Kind nicht pompös genug dargestellt, dieser Bogen mit dem Vorhang, wo Spoiler-Alarm jemand reinfällt und nicht mehr vorhanden ist danach. Also, tot. Und, ähm, das fand ich irgendwie nicht pompös genug in meiner Fantasie, weil das Ding ultra krass und hatte auf jeden Fall mehr, ja irgendwie mehr, 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 extravaganz verdient, oder? Ja, und was wollte ich noch sagen? Ach so, es gab ja mehr Räume. Zum Beispiel wollte ich immer wissen, wie dieser Raum aussah. Da gab's irgendwo so ein Gehirn. Das weiß ich noch. Irgendwas mit einem Gehirn. Und ich hab immer gedacht, das haben die sich einfach gekniffen. Aus manchen Filmen hätt's ja echt zwei Teile machen können. Ich, ich hätte ja auch kein Problem damit gehabt, zig Stunden, warte, was mach ich hier eigentlich? Wo geh ich hin? Doch, da geh ich hin. Ich hätte kein Problem damit gehabt, zig Stunden im Kino zu verbringen, von mir aus gerne, oder mir so Director-Cut-Szenen reinzuziehen, von diesen, ach, ich muss hier lang, von dieser Mysteriumsabteilung. Das hätten die von mir aus strecken können, ohne Ende. Holy. Okay, vielleicht sprengt das auch das Budget, aber das, da war ich so traurig, da war ich richtig traurig. Hätte ich mir sehr gerne angesehen. So, und bevor ich jetzt hier weiter lamentiere, gucke ich jetzt mal ganz kurz noch auf diese Alltagszauber, Kampfzauber. Stupor, Protegorictussempra. Also, ich finde gut, Stupor. Ach so, ich hab die ganze, ich hab die ganze Zeit in die andere Richtung gekreiselt. Was hab ich denn dann damit gemacht? Das hab ich nicht gemacht. Das hab ich auch nicht gemacht. Aber Kämpfen ist definitiv rechte Maustaste. Mhm. Okay. Und alles andere ist eher so links. Hi, Harry. Du, 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 du. So, jetzt müssen wir Colin Creevey aus der Eulerei abholen. Wobei ich mir nicht sicher bin, was Colin Creevey mit uns vorhat, weil, was wollen wir denn mit dem? Weil der ist doch eigentlich hinterher gar nicht mehr dabei. Ist der noch dabei? Und warum sind eigentlich die Weasley-Bruder hier nicht? McGonagall, die ist gerade, ist doch egal. Die ist gerade woanders, die arme Frau. Bei den Brennnesseln. Ja? Was möchtest du? Hallo Colin. Bist du okay? Nein, ich krieg die Zauber, die du uns gezeigt hast, einfach nicht richtig hin. Dabei würde ich dem Inquisitionskommando so gerne einen Denkzettel verpassen. Die schwärzen einfach alle bei Umbridge an, selbst wenn man gar nichts gemacht hat. Ja, ich weiß, Colin. Aber... Ich will so kämpfen wie du oder Ron oder Hermine. Fred und George meinten, ich könnte das. Sie haben mir diese Riesenriegel-Schokolade fürs Inquisitionskommando gegeben, aber ich komme nicht in die Eulerei, um sie abzuschicken. Ich helfe dir. Was? Wirklich? Ja. Aber warum wollen Fred und George, dass du dem Inquisitionskommando Schokolade schickst? Weil es keine echte Schokolade ist. In Wirklichkeit sind es extrem laute Heuler. Sobald das Inquisitionskommando sie öffnet, wird es von einer Welle Schimpfwörter überschüttet. Fred und George haben wirklich tolle Ideen. Wir müssen irgendwie hineinkommen. Das wird ihnen eine Lehre sein. Extrem laut und mit vielen Schimpfwörtern. Wer pflanzt nur überall diese Dinger? Wir helfen dir, Harry. Okay. Warte, hochziehen, ne? Nee, nee, geht schon. Na, komm. Sache, ich zaubere Feuer und das Ding wächst. Fertig? Fertig. Guck mal, was ist hier noch? Ich laufe mal außen rum. Vielleicht ist hier irgendwo noch Restpflanze. Ich habe ja eigentlich alles weggeburnt. Umbridge muss die Tür abgesperrt haben. Kennst du einen Zauber, um sie zu öffnen? Oder kannst du einen Troll herbeizaubern, der sie aus den Angeln hebt? Oder? Nein. Außerdem hat Umbridge die Tür bestimmt mit einem Warnzauber versehen. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich wollte schon raufklettern. Dann muss ich wohl rauf. Reich mir die Kisten, wenn ich drin bin. Das wäre cool. Danke, Harry. Wir wissen ja, dass Harry anscheinend gut klettern kann. Ich hatte ja keine Ahnung. Also, dass das so sein Ding ist in diesem Spiel. Spider Harry. Ja, aber wie? Aber wo? An dem Gebüsch hier? Oder wie? Pardon? Ach, da vielleicht an dieser Rinne. Der kann ja auch nicht springen oder so, ne? Der ist ja... Ach, ich kann hier vielleicht hoch. So sieht Harry gar nicht aus, finde ich. Wenn er das könnte, so mit bloßen Händen so eine Wand anklettern, dann... ...hätte der auch vielleicht mal ein paar mehr Oberarme eigentlich. Okay, heute kein Harry-Bashing mehr. Ich bemühe mich jetzt. Knapp für den Vogel. Stell dir ihre Gesichter vor, wenn sie die Heuler kriegen. Gut so, Harry. Kletter hinein. Sag Bescheid, wenn du wieder am Boden bist. Okay. Bist du da? Okay, Colin. Wow, geschafft. Die beste Kletterpartie, die ich je gesehen habe. Danke. Jetzt reich mir die Kisten, bevor Umbridge uns noch erwischt. Okay. Wingardium Leviosa. Schon? Wow. Unterwegs. Das nenne ich mal Support. Ja, danke. Laut Fred und George müssen die Küsten in die leeren Eulenlöcher. Im Erdgeschoss sind ein paar Löcher. Ein paar sind auch oben und im Dach. Yay. Okay, fangen wir mit denen unten an. Warum hat der mir jetzt nur eine Kiste hier reingeschmissen? Jetzt sage ich, der schickt mir die Kiste hier peu a peu rein. Bisschen flotty. Ich kriege jetzt hier echt nur eine nach der nächsten. Hat eine Sparmaßnahme. Next. Jetzt schmeiß die bitte oben rein. Wehe, ich muss mir... Ich muss mir die holen, ne? Von unten. Bestimmt. Vorsicht! Umbridge könnte die Tür mit einem Warnsauber oder sowas versehen haben. Ja. Das war doch meine Aussage. Also. Achso, hier. Ach, guck mal. Ja, nice. Wann bitte hier vorne hin. Genau. Da rein. Ins Loch. Zack. Gib mir noch eine, Colin. Okay. Wingardium Leviosa. Ob die, äh, die Harry Potter Darsteller ihr eigenes Spiel auch gespielt haben? Ich glaube, der Darsteller von Ron hat das gezockt. Wenn du selber die Figur bist, ey, das ist einfach so cool. Gib mir die letzte Kiste. Echt toll, Harry. Wingardium Leviosa. Ich brauche noch eine Kiste, Colin. Okay, Wingardium Leviosa. Oh oh. Nein. Ich brauche noch eine. Okay, Wingardium Leviosa. Nein. Nein. Ihr wisst genau, was ich sagen will, ne? Ich brauche noch eine Kiste, Colin. Hilfe. Es ist verbuggt. Ich laufe mal kurz runter. Vielleicht liegt die einfach unten. Äh. Colin? Bist du noch da? Bro, lass mich jetzt hier nicht hängen. Hm. Ich gehe mal ganz hoch. Vielleicht ist der schon einfach... Ah! Ah! Oh Gott sei Dank. Da gerade. Also das war jetzt... Das war jetzt echt so ein kleiner... Kleiner Moment, wo ich mir dachte, ja, mein schlimmster Albtraum. Ey. Nein. Oh Gott. Stopp. Da unten rein. Ich brauche noch eine. Okay. Wingardium Leviosa. Oh Gott. Diesmal vorsichtig, Harry. Bester Arm aller Zeiten hier. Guck mal. Guck mal. Wie viel... Wie viel Speed. Wie viel Speed, die einfach... Ich bewege mich kaum. Ja? Ja. Sehr gut. Geschafft. Ich komme jetzt raus. Super, Harry. Das wird dem Inquisitionskommando eine Lehre sein. Wie bin ich denn rausgekommen? Harry, da kommt Fisch. Schnell zum Fenster. Was? Oben? Unten? Wo denn? Äh. Hey, was ist das hier? Das war doch... Doch, das war beim letzten Mal auch da. Okay, ich muss zu meinem Leidwesen mal wieder betonen, was ich für ein krasser Blindfisch bin. Denn ich befürchte, ich bin an etwas Grundlegendem vorbeigelaufen und dachte wahrscheinlich die ganze Zeit nur, oh, was ist das denn? Das sieht aber interessant aus. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Pfosten. Nein. Nein. Das ist eine Tür. Und ich habe es nicht gesehen. Ich kann das Fenster nicht erreichen. Es ist zu hoch. Fred und George haben was von Reparieren gesagt. Du musst irgendwas reparieren, um ans Fenster zu kommen. So. Okay, ich repariere. Ich repariere mein Leben. Achtung. Ach nee. So? Ja, sehr schön. Du kannst hier irgendwo klettern. Dann kletter ich hier drauf und dann kletter ich noch hier drauf. Was machst du eigentlich nach dem Sachs? Bleibst du in Hogwarts? Ich mache meine nächstes Jahr, aber ich weiß doch nicht, was für Utzko sich belegen soll. Wie steht es mit dir, Harry? Ich will jetzt nicht über die Schule reden. Ich hänge an einer Wand, Colin. Ich wollte gerade fragen, so, ey, falscher Zeitpunkt. Was geht ab? Ist dir schon mal aufgefallen, dass sich Eule auf Heula reimt? Naja, wenigstens fast, wenn man das Ehre weglässt. Loco! Oder er hat einfach nur krass Redebedarf und ist einsam. Das könnte auch sein. Boah, da bin ich aber... Ach, jetzt rumstressend. Da bin ich aber ganz schön hochgeklettert, ne? Oh, falsche Richtung. Okay. Jetzt nur kein Hausgeist, der hier auftaucht und sagt, sie könnten mal wieder irgendwo vorbeischauen. Mr. Potter. Und mich zu Tode erschreckt. Okay, aber man weiß gar nicht immer, ach doch, ich laufe... Ah ja, okay. Das ist diesmal die richtige Richtung. Diese Punkte, die sind doch irgendwie... Sind die so richtig von Bedeutung? Kann ich damit Upgrades oder so kaufen? Weil ich hab danach noch gar nicht geguckt. Muss ich mich da irgendwie vorher ein bisschen equippen, bevor ich da in die Mysteriumsabteilung reingehe oder... Oder meint ihr... Ich werde ja stärker, wenn ich diese Punkte sammle. Aber... Kann ich die für irgendwas Gutes ausgeben, wo ich dann... mehr Power hab? Könnte ich jetzt hier noch rein oder steht hier einfach nur Zeuge im Weg? Klar. Mein Leben ist vor allem kurz. Und ich will noch ein bisschen am Leben bleiben, deswegen hör auf, mich zu zu quasseln. Ach, kann ich nicht hier runter? Ach, das ist doch dumm. Okay, dann muss ich ja doch... Muss ich mich hier so durchkämpfen, oder? Vielleicht geht das? Geht nicht. Dann... ...gehe ich hier hoch? Stell dir vor, du fällst da runter. Das wäre ja so cool. Wie in Vogeln fliegen. Natürlich nur, bis du den Boden erreichst. Das ist dann nicht mehr so cool. Colin, also... Ja, du bist raus aus der DA. Ich wollte es dir sagen, aber... Naja. Weißt du Bescheid. Du kannst hier irgendwo klettern. Das könnt ihr euch sparen. Immer dieser... dieser... Enthusiasmus vom Ron. Super, Harry. Ganz toll. Hat mir richtig gefallen. Ich hab, äh... Mal wieder nichts gemacht, aber... Ähm... Was wollt ihr hier? Hier ist alles dicht. Da könnt ihr gar keine Eulen mehr verschicken. Wisst ihr Bescheid? Die Umbridge hat uns hier die... den Kontakt abgeschnürt. Alle Eulen wurden freigelassen. Ähm... Okay. Colin, da war ich. Dean Thomas. Sabotiere den Glockenturm. Luna Lovegod. Lass die Innenhöfe versumpfen. Das gefällt mir. Padma und Pavati. Die Patil-Zwillinge. Bring Umbridge zum Schweigen. Das ist eine coole Sache. Die hebe ich mir auf. Das machen wir zum Schluss. Machen wir tatsächlich hier nach... ähm... nach Liste. Ne? Oder? Fangen wir mit Dean an. Innenhöfe versumpfen. Warte, ist das... Das liegt, glaube ich, näher. Ne, es ist gehopst wie gesprungen. Da gehen wir jetzt zum Dean. Gut. Dann machen wir uns jetzt mal auf zu Dean. Und... Madame Prince rastet aus, wenn du wieder Schokoladenflecken in die Bücher machst. Okay. Ähm... Genau. Dean. Da müssen wir hin. Ich glaube, ich laufe gerade in die falsche Richtung. Slytherins in Fugitschland. Ich habe schon überlegt... Ähm... Ich bin verwirrt, dass sie echt fuschen wollen beim... beim Quidditch-Spielen. Habt ihr das gerade gelesen? Das... Das verwirrt mich immer. Ähm... Also... Ich gehe jetzt zu Dean. Und dem wollten wir helfen, den Glockenturm zu verwüsten. Das ist eine Aufgabe, die sagt mir zu. Da sehe ich mich. Das ist gefilten. Ach, Luna. Vielleicht kommt die auch zuerst. Vielleicht müssen wir da hin. Die hat gerade geschrien. Dann gehen wir da mal hin. Hallo. Und wir sollen sie auslösen. Einer ist da oben. Wir müssen ihn nur irgendwie runterholen und in die Mitte des Hofes platzieren. Kommt. Holen wir den Sumpf. Äh. Okay. Huch, da ist kaputt gewesen, ne? Da war ich noch gar nicht. Äh. Ich glaube, ich habe gerade wieder den Aufstieg verpasst, wo ich hin muss. Ich bin froh, dass der Sprechende Wut mich nach Slytherin geschickt hat. Achso. Moment mal. Ich weiß zwar nicht, wie dieser sogenannte Flie... Sumpf... Fliegende Sumpf aussieht. Aber ich war auch noch nie hier drin, oder? Okay. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Kreuz auf dem Boden. Uäh. Potter stinkt. Das ist Ode... Ode Abenteuer. Wo komme ich denn jetzt hier hoch? Luna. Du weißt sowas doch. Hilf mal mit. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Okay. Das ist schon mal ein guter Hinweis. Warte, ich muss die Luna nochmal anquasseln. Luna. Sag mal. Lasst uns was aufeinander stapeln, um hochzuklettern. Guter Plan. Guter Plan. Wir nehmen hier so ein paar Bänke. Ich glaube, das bietet sich an. Ne? Ich glaube, was anderes gibt es hier auch gar nicht. Und dann stapel ich die... Entschuldigung. Stapel ich das jetzt hier mal auf das X. Ich weiß nicht, ob das so... Ob das so muss, aber... Super. Jetzt kommen wir ans Dachrad. Oh, gut. Warum klettern wir eigentlich aufs Dach? Um den Sumpf zu holen. Da ist ein Sumpf auf dem Dach? Ein Tragbarer von Fred und George. Ach, verstehe. Okay, gut. Also Ron und ich hatten gerade einfach denselben Stand des Wissens. Alles klar. Jetzt sind wir... Kannst hier irgendwo klettern. Ach, nice. Nice. Okay. Alles klar. Jo. Dann gehen wir da nicht lang. Ist zwar repariert, aber... Ich gucke mal eben hier. Wir können ja hier hoffentlich nicht runterfallen. Ach, jetzt muss ich hier lang. Okay. Ja, sieht schön aus von oben, ne? Die haben sich richtig Mühe gemacht. Die Sumpfkiste muss in diesem Turm sein. Was für ein Turm? Okay, dann mache ich jetzt hier drauf... Hier pullt so. Wir müssen Reduktion auf die Turmplatten wirken, um an die Sumpfkiste zu gelangen. Er hasst mich nicht, aber ich muss nochmal nachgucken. Zauberliste. Das sind doch immer ein paar Minuten zwischen den Aufnahmen. Also ein paar mehr, ein paar Stunden, ein paar Tage. Und dann habe ich es immer wieder vergessen. Also links und dann kreisen. Okay. So, wir reduzieren. Ja. Das ist ja süß. Oh mein Gott, das ist ja niedlich. Ich schmeiße das hier runter, ne? Ihr fangt das auf, oder? Es kommt! Auf welches da, wo ich gerade hochgeklettert bin? Nehme ich jetzt mal an, ne? Ich komme sofort. Ich hole mal eben den anderen Sumpf. Ihr macht hier so weiter. Ihr seht gut aus, wie ihr da steht. Und die steht ja schon fast auf dem X. Ist ja lustig. Wie ist das denn passiert? Cool. Ach nee, gar nicht. Ach schade, das sind die Zipfel. Ich dachte gerade so, boah. Aber nein. Ähm. Gut, suchen wir noch hier eben die andere Stelle zum Hochklettern. Ich glaube, es gab noch eine. Es gab doch nicht nur einen Sumpf. Hä, da war doch gerade noch eine. Okay, ich stelle jetzt erstmal diese olle Kiste da. Diesen sogenannten Sumpf auf das X. Hä, die steht wirklich schon auf dem X. Okay, war das jetzt krasser Zufall? Oh nu? Okay, ich bin gerade ein krasser Blindfisch. Wo sind denn hier? Wo ist denn das andere X? Mein Hund regt sich auch schon auf. Ja. Das ist nicht lustig. Ja, Entschuldigung. Das ist mein neues Eau de Toilette. Blut du Schlamm. Eine Kreation de Vol du Mord. Ja, jetzt wird's albern. Ähm. Ey, ernsthaft? Ich werde das hier spulen. Entschuldigt bitte. Diese Verpeiltheit. I'm sorry. Genau, stell die Kiste dorthin. Jetzt müssen wir ein wenig Abstand halten und Reduktio oder Incendio auf die Kiste wirken, um den Sumpf auszulösen. Hätte ich mal auf Luna gehört, hätte ich überhaupt mal zugehört, dann hätte die Luna mir vielleicht, dann hätte ich gewusst, dass ich jetzt hier diese Kiste auf das X stellen muss. Jetzt habe ich nämlich die Bank hier drauf. Oh mein Gott. Wir können alle froh sein, dass ich nicht Harry Potter bin und die Zaubererwelt retten musste. Übel. Gut. Das Teil gehört wirklich hier drauf. Und jetzt, ups, das ist aber auch zu geil. Jetzt wirken wir hier auf dieses kleine Ding. Incendio. Oder Reduktio. Ach, ich probiere einfach alles aus. Incendio, Reduktio. Ah, das wird gerade nicht. Nein, nicht. Nicht Aktion. Jo. So, Zauberliste. Incendio. Nehmen. Schieben. Habe ich gemacht. Habe ich gemacht. Mal kurz ein bisschen weiter weg. Oh, okay. Und schon ist hier alles versumpft. Eins muss man Fred und George lassen. Sie verstehen ihr Handwerk. Das ist wirklich cool. Sie meinten, sie hätten auch in den anderen Höfenkisten versteckt. Du musst sie finden und auslösen. Ich bleibe hier und warte, ob ein Hinkepang kommt. Okay, wo ist denn nochmal der andere Hof? Kann ich mir das hier angucken? Ähm. Du, das steht aber nicht in meinen Aufgaben. Muss ich nicht. Wir gucken erst mal, was Dean im Glockenturm macht. Und wenn wir zufällig an dem anderen, äh, äh. Kann ich jetzt hier nicht durch? Oh, ne. Bin ich jetzt hier... Wie komme ich denn jetzt hier durch? Verdammt. Ach, dann laufe ich hier lang. Äh, okay. Oh Gott, ich höre Mücken. Ich will nur hier weg. Ich hatte halt schon genug Mücken. Es wird aber auch klein, dass jemand mal die Leerort in die Lupe nennt. Kotelitz und Bratensauce. Und Brokkoli. Mmh. Lecker. Hallo. Hallo. Manche Bilder sind ein bisschen creepy. Okay. Ich bin auf dem besten Weg, oder? Äh. Die Füße werden schon wissen, wo ich hin muss. Ihr müsst mal geputzen. Ach, verdammt. Ich muss hier lang. Kotelitz und Bratensauce. Und Brokkoli. Mit schön viel Soße. Mmh. Sie wird ihren Rahmen sprengen. Das war sowieso noch am allerbesten. Ach, hier. Ach Gott. Warum sind sie so gemein? Mmh. Hey, Harry. Hallo. So, wir machen hier Chaos im Glockenturm. Wir können ja so ein Stöckchen zwischen die Gewinde da stecken, zwischen die Zähne. Oder? An was hast du gedacht? Ich hab nachgedacht. Wenn wir die Uhr oben im Turm manipulieren, kann Umbridge ihren Unterricht nicht rechtzeitig beginnen. Aber wie sollen wir das anstellen? Ganz einfach. Wir verschieben ein paar der Zahnräder und die Uhr spielt verrückt. Komm schon, Harry. Das ist genial. Okay. Das machen wir. Ich kann euch wirklich nicht helfen. Ich bin doch Vertrauensschülerin. Obwohl... Wenn ich in den Innenhof gehe und schmiere stehe, verstoße ich doch nicht gegen die Schulordnung, oder? Sagt mir Bescheid, wenn ihr fertig seid. Hey, Ron. Du bist auch Vertrauensschüler. Erst einmal muss die Uhr rückwärts laufen. Wir müssen alle Zahnräder dort bewegen. Also, Ron und Hermina haben mich jetzt hier hängen lassen, oder was? Okay, wir machen mal Reduktion. Hab ich doch gerade noch gemacht, so. Okay, klappt wohl nicht. Repulso. Incendio. Aktio. Okay. Im Zweifel immer fliegen lassen. Wenigstens, dass der Snape merkt, was für ein Schwachkopf Potter ist. Excuse me? Okay. Ähm. Ja, wohin jetzt damit? Ich lass das mal hier, ne? Dass die auch nur so drangesteckt sind, wundert mich. Jo. Einfach abmachen. Läuft. Und jetzt? Noch was? Alle ab? So, Quatsch. Dien, sag mal. Das ist jetzt eigentlich auch keine Ein-Mann-Aufgabe. Da kannst du ruhig mal helfen. Viele Hände. Schnelles Ende. Den auch hier unten? Muss ich den jetzt da oben... Muss ich da hoch... Ich lauf mal hoch, ne? Ich glaub, das ist so gewollt. Diese Aufgabe geht über mehrere Etagen. Ach, man kann da hinten auch noch hoch. Gestresste Lehrer, das hat uns gerade noch gefehlt. Komm schon, Harry. Wir manipulieren die Uhr. Ach so, also okay. Gut, dann kann man das wohl doch von hier machen. Es wäre zwar leichter gewesen, nach oben zu laufen, aber... Okay. Ich würde die jetzt einfach falsch da wieder dran machen. Den hier unten machen wir da dran. So. Das ist so was von... Sinnlos. Als hätte sie keine andere Uhr irgendwie in der Hand oder so. Eine Armbanduhr vielleicht mit Kerzenbildchen drauf. I don't know. Guck mal, ist das schon in Ordnung? Ich glaub, offenbar ist das da zu richtig. Ich muss woanders dran. Vorsicht, fliegendes Zahnrad. Okay. Mach's irgendwie hier drin. Hier unten. Mich? Gut, danke. Ich hab hier grad hart zu tun. Okay, ich bin offenbar zu blöd für diese Aufgabe. Dann probieren wir einfach... Das... Hier? Ich glaub, so soll es sein. Und dann machen wir den da in die Mitte. Äh, nee, oder? Ey, das ist doch voll der Schwachsinn. Was hab ich denn da jetzt gezaubert? Ja, das sollte ich vielleicht mal machen. Dieser Hinweis kommt öfter, dass ich Zauberkunst üben sollte. Das hat schon so alles seine Richtigkeit. Manchmal erkennst du auch nicht, ob das jetzt da richtig sein soll oder nur eine Reflexion. Was ist noch lächerlich, Alter? So, fertig. Und? Was sagst du? Ich glaub, er ist nicht zufrieden. Sonst hätte er was gesagt. Gut, dann hängen wir das... Nein, stopp. Guck mal, wenn wir das hier dran hängen, ne? Dann läuft die doch rückwärts. Oh Gott. Ich seh aber auch nischt. Oh Gott, Leute. Auch das werd ich hier spulen und zurechtschneiden, damit ihr euch das nicht alles angucken müsst, wie ich hier verzweifelt diese Uhr stelle. Deswegen kommt diese Folge höchstwahrscheinlich auch ein bisschen später online. Äh. Viel geschnippen. Ah, okay. Ich glaub, das war's. Man sieht zwar nix. Jo, okay. Sehr gut. Also, sie läuft jetzt rückwärts. Okay, also doch hoch. Alles klar. Äh. Ich lauf hier lang. Entschuldigung. Pardon. Ich hab meine Finger heute nicht unter Kontrolle hier. Guck mal, was ich da oben noch manipulieren kann. Weil rückwärts läuft sie ja. Hier diese. Äh. Also, ich weiß ja nicht. Die lagen da vorher nicht. Man könnte irgendwie so Dauergebimmel hier einstellen. Das wäre doch auch cool. Das würde viel mehr Terror bereiten. Okay, Dean. Aber diesmal bringst du die an. Den Kack hab ich jetzt nicht nochmal Bock. Bitteschön. Achtung. Zahnrad. Zahnrad von oben. So. Bitte sehr. Er steht da echt gefährlich, ne? Wenn Harry zaubert, müssen alle anderen einen Helm tragen. Ja, die kannst du mal schön selber aufhängen. Dann komm runter. Niemals. Meine Arbeit hier ist getan. Ich finde, bekloppte. Da kann man gar nicht aussehen. Was meinst du? Frag mich immer noch, wen die meinen, weil ich hab ja eine Schuluniform an. Wir sehen also alle gleich aus. Hey. Oh. Ach so, einfach da dran stecken. Aber ich muss echt sagen, mit diesem Pendel, das da schwingt, sehe ich gerade nicht so viel. Gut, dann nehmen wir mal hier die... Ne? Okay. Dann doch da. Ja, aber was soll das denn auch bringen? Wenn ich das jetzt dann doch wieder hier dran mache, dann ist das nachher doch wieder in der richtigen Reihenfolge. Oh, da ist explodiert. Ach, da ist auch noch einer. Ja, nice. Okay, jetzt sieht es richtig abgefahren aus. Aber das Pendel ist gar nicht schneller. Okay, ich sag nichts mehr. Nur wegen dieser Ohr. Ein echtes Meisterwerk. Dieser Streich. Okay. Gut, das haben wir erledigt. Was müssen wir jetzt tun? Ähm, Genie Weasley oder Pavati Patil und Padma. Padma. Ja, Padma. Ich will immer Padma sagen, aber anderes Universum. Padma, Padil. Da gehen wir jetzt hin. Das machen wir zuerst. Und die Genie, die kommt zum Schluss. Das ist das Beste dann zum Schluss. Das ist so ein Rhythmus hier, der geht unter die Haut. Er wird sich die Umbridge auch freuen. Äh. Okay, dann hier durch. Und Brokkoli. Die hat bestimmt schon Sodbrennen. So, Füßchen. Okay, die Füßchen zeigen hier entlang. Treppe kommt. So langsam. Zu reimen deine Fragen. Mittlerweile kenne ich mich ja aus, kenne die Bilder auch. Jetzt fühle ich mich heimisch. Jetzt ist das Spiel fast vorbei. Äh. Ich habe mich verlaufen. Ich sage nichts mehr. Ich fühle mich hier nicht heimisch. Es ist einfach immer noch alles zu groß. Aber so langsam. Versteht man doch, wo man hin muss. Äh. Ich erzähle alles, Mr. Fisch. Ach, hier lang. Stopp. Nee, warte. Hä? Runter. Och, Mann. Runter? Runter? Ach, hier rein. Okay. Wie geht's denn so? Hallo. Hallo. Manchmal ist ja, klingt ein bisschen eingebildet, ne? Hallo. Was machen deine Halluzinationen? Hau ab. Hey, Harry. Das ist auch ein fieses Klischee. Ein fieses Klischee, als ob Zwillinge immer gleichzeitig reden. Dann immer so, wir sagen gleich auf drei, hey Harry, eins, zwei, drei. Harry, wir müssen mit dir reden. Okay. Wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe. Wir... Ich möchte sie daran erinnern, dass das Austauschen von Notizen in der Klasse verboten ist. Diese Bekanntmachung nerven langsam. Wir haben eine Idee, wie wir sie sabotieren können, aber wir brauchen deine Hilfe. Okay. Hilfst du uns, das woanders hinzustellen? Dann musst du hochklettern und etwas Plappertrank in den Lautsprecher geben. Okay. Gute Idee, was? Ja, das machen wir. Hier ist der Trank. Wir passen auf, dass keiner kommt. Wir stehen Schmiere. Ja, steht mal zur Viert Schmiere. Und keiner hilft. Ich hole das Ding hier erstmal runter. Wie geht denn das? Können wir nicht irgendwelche Slytherins für uns manipulieren? Nein, überhaupt nicht gern. Oh, da muss ich das direkt da reinkippen. Warte mal. Ich quassle die nochmal an. Ach, da liegt der Hase im Pfeffer. Okay, dann suche ich mir hier noch so ein Bänkchen. Da hier so ein Ding. Dann stapel ich mir einfach so einen riesigen Turm. Und keiner wird dumme Fragen stellen. Ist voll normal, dass Potter hier ausrastet, ne? Na klar. Potter Baby baut sich ein Podest. Ups. Grundkurs der Statistik. Note 1. So, kann man das hier noch... Das ist voll die gute Idee. Das wackelt gar nicht. Ich kletter jetzt da drauf. Das sieht sehr stabil aus. Sehr stabil. Kann eigentlich nichts schief gehen. Ich, äh... Damit zeigen wir es dieser Kräuter am Bridge. Ich komme hier nicht hoch. Ich möchte daran erinnern, dass Niffler kein Spaß, sondern verboten sind. Jede Schüler im Besitz eines Nifflers wird auf der Stelle von der Schule verwiesen. Ey, wie cool. Aber Niffler sind doch hier die... Die kleinen maulwurfartigen Dinger, ne? Das ist echt eine gute Idee. Dann... Ey, wie gut wäre das denn, wenn du Niffler hättest als Haustier? Ich liebe die. Ach, guck mal. Das ging gar nicht gerade. Zack. Ey, wie viel gibt's denn davon? Ich weiß ja nicht. Ich hoffe, das sagen die nur so und dann muss ich's doch nicht machen. Doch. Wo sind die bei... Bring um Bridge zum Schweigen. Ach, da hinten sind die jetzt. Okay, dann laufe ich da hin, aber ich speicher ganz kurz. Huch, jetzt hat er das nicht gespeichert, ne? Ich sag euch das hier. Das Ding veräppelt mich. Doch, hat er wohl. Okay. Gut, fortfahren. Äh, dann... Dann mal auf, ne? Dann mal zu den nächsten... Füßchen. Ich hab leider keine Zeit für Hausaufgaben. Ich würde ja gerne meine Hausaufgaben machen, aber leider... ...hab ich dafür keine Zeit. Nein! Bin falsch gefahren! Treppe? Treppe! Ich hab's eigentlich... Hallo? Ah. Ne, ah. Gut, ich dachte grad, Hermine lässt uns nicht drauf. In der Welt voll Chaos und Grauen... ...muss man auf die Dichtkunst vertrauen. Hängt hier nicht noch irgendwo ein Lautsprecher rum? Ja, ich seh ihn schon. Da müssen wir dann jetzt auch hochklettern. Wir haben ein wenig Plappertrank gebraut. Hier ist der Trank. Wir passen auf, dass keiner kommt. Jetzt mach nicht so ein Gesicht, Ron. Schließlich muss auch jemand Schmiere stehen. Okay. Plappertrank ist definitiv auch etwas, was ich... ...mal googeln muss, weil ich nicht weiß, ob man dann... ...nur Blödsinn erzählt oder ob man vielleicht die Wahrheit sagt. Eventuell... ...frisst sie wirklich Frösche. Wer kann das schon so genau sagen, ne? Ist ja auch eine Delikatesse eigentlich in Frankreich. Huch. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, heben Sie die Hand. Schüler, die ihre Hand unangebracht heben, erhalten Nasssitzen. Wie hebt man seine Hand denn unangebracht? Wenn keine Frage gestellt wird oder wie? Oder? Schnell! Ja. Schöner, denken Sie immer daran, Sie müssen ungezogen und frech sein. Frich hin. Endlich mal eine Aufforderung, gleich nachkommen will. Aber beeil dich. Es wird bestimmt jemand merken, dass die Lautsprecher kaputt sind. Wir müssen noch vier Lautsprecher finden. Fäh... ...bennimmt sich Potter immer so komisch? Ich glaube, er ist verrückt. Okay, das ist eine sehr anstrengende Aufgabe, aber wir machen was jetzt schnell. Gut, zum Glück liegen die Lautsprecher nicht so weit auseinander. Äh. Äh? Kommt ihr nicht mit? Wo sind denn die jetzt? Warum stehen die da noch? Hallo? Ach, die sind jetzt? Achso. Ah, okay. Mit meinen Füßchen. Nee, die Füßchen waren in Ordnung. Ich hab wieder Mist gebaut beim Laufen. Ist nicht erlaubt. Schüler müssen überall rennen. Oh. Ah, hier lang. Gehen in den Korridor ist nicht erlaubt. Schüler müssen überall rennen. Äh. Okay. Dann. Hier lang. Ich kann heute echt nicht laufen. Okay, also ist jetzt in jeder Etage so ein Lautsprecher oder wie? Und waren die vorher schon da? Sind diese Lautsprecher... Sind diese Lautsprecher standardmäßig hier in Hogwarts installiert? Oder kamen die erst mit Umbridge? Und sind die deshalb so lila-pink? Das ist eine Frage, die ich mir stelle. Und wir müssen bestimmt hier... Äh. Wo müssen wir denn hin? Oh Gott. Hier lang. Ah, die Scheuerung. Ach, hier rein. Okay. Okay. Sich mit den Porträts zu verstehen, ist auf jeden Fall ein krasser Gewinn. Suchen wir die anderen Lautsprecher. Okay, wenn er das schon so sagt, ist er auf jeden Fall hier in der Nähe. Alles klar. Kannst du uns doch mal helfen, Harry? Wir haben ein wenig Plappertrank gebraut. Ja, 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 das sagt er dir bereits. Alles im Lack. Gut, dann nehme ich die Bank. Das Ding hängt ja nicht so hoch. Hey, Wingardium Diviosa, Mann. Los, ich stand zu nah. Danke für deine Liebe, Harry. Dank mir noch nicht. So. Mit rauf. Und noch eine Bank. Zusammenkünfte von mehr als drei Schülern sind verboten. Das ist auch die dümmste Regel ever, ne? Erstmal definiere bitte Zusammenkunft. Was soll das genau bedeuten? Heißt das, man darf sich jetzt auf dem Schulhof auch nicht mehr... auch nicht mehr zu dritt, also zu viert in eine Gruppe stellen? Was machst du, wenn du einen rauchen willst? Okay, ich glaube, in der Zaubererwelt will keiner rauchen. Ist euch mal der Gedanke gekommen, ob es in der Zaubererwelt eigentlich Drogen gibt? Also, wahrscheinlich gibt es Alkohol. Aber ansonsten... Vielleicht irgendwelche Pilze oder so. Könnte ich mir vorstellen. Oder einer ist süchtig nach Felix Felicis oder so. Und gibt es Zauberer-Casinos und kannst du davor Felix Felicis schlucken und dann... hast du die ganze Zeit eine Glücksträhne. Mistbomben sind streng verboten. Mr. Fish, schlingt fürchterlich. Endlich sagt Umbridge die Wahrheit. So, noch zwei? Oder wie viel? Kurz mal speichern. Endlich sagt Umbridge die Wahrheit. Ja, das war meine Frage. Ist das wirklich die Wahrheit? Stinkt Mr. Fish? Hast du noch mal was vom fast kopflosen Nick gehört? Ich bin froh, dass der blutige Baron unser Haus ist. Äh, hier, ne? Er hat es ja noch nicht mal geschafft, sich den Kopf ordentlich abrennen zu lassen. Ich bin immer noch erbost über diese Hater hier. In den Gängen. Die Leute, die den ganzen Tag nur meckern hier. Äh, äh. Genau. Ich hätte cool gefunden, wenn die auch noch mehr so Sachen gesagt hätten, wie... Also, die sagen ja schon sowas wie, seit Umbridge hier ist, herrscht hier, äh, Frieden und... Ich hätte mir gewünscht, dass sie noch mehr so in Panik geraten irgendwie, dass manche so sagen, das kommt mir alles nicht mehr vor wie Haugröse. Ich fühle mich unwohl. Also, wir brauchen mehr, mehr Psychodrama. Hier ist der Trank. Wir passen auf, dass keiner kommt. Ron, stell du dich hier hin. Ich halte dort drüben Ausschau. Okay. Gut. Kann losgehen. Ich sitze bequem. Dann stellen wir die Bank hier. Danke für deine Hilfe, Harry. Äh, ja. Zum x-ten Mal. Gerne. So. Schnell hier drauf stapeln. Hält das? Das hält. Okay. Nein. Ach. Nochmal. Jeder Schüler, der nachsitzen muss, wird auch fast bloß eine Flasche Butterbier. Tja, das ist ja was für diesen Typen. Hira, die sehen uns beim nächsten Lautsprecher. Aber beeil dich. Es wird bestimmt jemand merken, dass die Lautsprecher kaputt sind. Als hätte Harry im wahren Leben Zeit dafür gehabt. Im wahren Leben. Ähm. Ob er verrückt ist, weil er ständig mit Schlammblütern abhängt? Man sieht sich. Ähm. Ah, okay. Jeder, dem Schlecht wird, muss sich in meinem Büro übergeben. Sehr gerne. Ah, nochmal durch das Porträt. Boah, das ist ein Segen. Ein Segen, dass wir das... Ich möchte allein sein. Ein Segen, dass wir das hier freigeschaltet haben. So. Beste Abkürzung ever. Alles klar. Also, wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, mehr Panik, mehr Angst von den Schülern. Oh mein Gott, was ist hier los? Terror von Umbridge und so weiter. Das wäre cool gewesen. Dass die so wirklich verängstigt sind teilweise. Und manche sagen ja schon jetzt böse Dinge. Aber ich hätte mir mehr Drama gewünscht. Viel mehr Drama. Es ist alles besser mit Drama. Euch geht's genauso, oder? Sonst wärt ihr nicht hier. Oh nö. Also habe ich ihn zurückgestellt. Okay, er ist also auf dem Baum. Du, das passt mir gerade gar nicht so, aber... Soll ich jetzt echt eben zwischendrin diesen Sumpf hier... rausholen? Muss ich hier auf den Baum klettern? Ich hoffe nicht. Vielleicht reicht das schon. Ja, das reicht. Vengardium Leviosa! Spitze Kumpel! Wir müssen die Kiste in die Mitte des Hofes stellen. Wagt dich ja nicht! Hau ab! Du bist der Größte, hä? Nimm das, Potter! ich habe dazugelernt ich weiß jetzt dass man nur mit links kämpft dadurch alle vernichten kein problem ich kann mich jetzt wehren doch verdammt ich habe gar kein links abgekriegt steh auf steh auf oh gott oh gott friendly fire aufstehen potty okay der hat gesessen dein rang wird jetzt nicht helfen herrmine ich bin vertragsschülerin das ist aber die haben auch echt alle mich ins visier genommen komm dich habe ich jetzt du liegst schon am boden ist zwar nicht nett aber die anderen kriegen dann vielleicht angst wenn sie sehen wie weit ich bereit bin zu gehen ich hoffe dass in teil 7 und 7.1 oder so auf jeden fall das system fürs kämpfen ein bisschen verändert wurde oder verbessert wurde ach guck mal jo ach ich dachte der wäre dauernd ah der ist dauernd okay cool klasse gut gemacht danke hermine hey ich habe auch geholfen danke sehr putzi ronny putzi ronny ach wie süß putzi ronny ach der ronny ist ein schnuckel ähm ähm hä wo ist denn jetzt hier das ding er steht nicht auf dem x hallo wo ist mein sumpf ding genie mein sumpf ist weg ach ähm äh der war gerade nicht da na vielleicht braucht er den moment einmal nachspawn ja einmal wegschmeißen man sieht sich okay ähm ihr merkt ich habe heute ein bisschen viel sonne abgekriegt auf dem kopf komm nein das ist auch so laut hier des mails zaubern komm den gardion jo ähm kreuz wo bist du da so dann können wir jetzt hier versumpfen das spiel brauchen remain das sieht gut aus hauptsache keine mosten erinnert ihr noch aus teil 3 ah ne teil 4 oh gott das war der horror cool hoffen wir dass umbage damit beim ministerium unten durch ist ja sie sollen einem sumpf von beschwerden ersticken können wir jetzt gehen ich finde der ronny ist in diesem game echt so ein bisschen äh passiv können wir jetzt gehen ich will nicht mehr schön Harry ich weiß nicht ob der auf alles hier so bock hat glaubt der äh der nimmt das hier alles ein bisschen mit okay wo ist der nächste lautsprecher da das ist auch der letzte bin schon ganz aufgeregt so hier lang letzter lautsprecher wo bist du in diesen zeiten ist ist das okay wenn man grumpy ist da muss man sich nicht für verstecken ähm okay hier lang na dann kannst du uns doch mal helfen Harry wir haben ein wenig plappertrank gebraut und auch selber getrunken hier ist der trank wir passen auf dass keiner kommt Ron stell du dich da hin ich halte dort drüben ausschau okay die bank und die andere wir stapeln wieder zwei übereinander zack die zack geht ganz schnell die steht da rennen wir rüber super so die drauf oh pardon ja bitte schnell schütte den trank rein es soll daran erinnert das Bescheidige von Schuhlautsprechern ist kein Vergehen sie weiß wohl dass die Lautsprecher sabotiert wurden dann sollten wir uns schnellstens um den letzten kümmern what ach nö ich dachte das war der letzte dann hat einer von den beiden gelogen oder ich hab das falsch verstanden mich schon ein bisschen gefreut okay dann auf zur Tat auf zum nächsten weasley weasley der king und seine freunde denk was du willst voll mies ne dass die den für eine sportliche leistung so mobben echt frisch ähm aber eine Sache die ich jetzt mal testen muss also speicherstand technisch ist das ja hier bei 52% und das ist ja jetzt echt noch nicht viel ne ich bin wie gesagt ein bisschen verwirrt was da wohl noch kommen mag und ob dann nachher einfach kleine Aufgaben irgendwie 20% geben oder so kann ja auch sein aber ähm hoch hier rein gut das ist übrigens mein liebster korridor und mein liebstes bild der recycelte alte mann mit dem hut hi so wo ist der nächste draußen in irgendeinem innenhof vielleicht äh war jetzt aber eine wilde animation hier so schnell schnell ach muss ich jetzt hier erst den innenhof versumpfen der sieht noch so fresh aus ich glaube so sollte das nicht sein aber wo ist ich sehe grad keinen jetzt werde ich im ministerium anfangen mein vater hat gute beziehungen kannst du uns doch mal helfen wir haben ein wenig plappertrank gebraut ja ich weiß hier ist der trank wir passen auf dass keiner kommt wir stehen schmiere piss potter tschüss Valerie okay danke für deine hilfe harry super die bank übrigens was ich mich frage im letzten teil als der DA-Raum gesprengt wurde. Ist euch da auch aufgefallen, dass Cho Chang als Verräterin da stand? Aber ich dachte immer, das wäre eine Freundin von Cho Chang gewesen. So war die doch gar nicht, oder? Was? Hä, aber die haben doch dann nachher einfach mit einem anderen getanzt. War doch okay. Manchmal muss ich als Frau einfach weiterziehen. So, bei aller Liebe, die ich in der letzten Episode empfunden habe für das Manipulieren von Lautsprechern und für das Zerstören einer intakten Uhr, ist mir aufgefallen, dass ich einen Hof noch nicht versumpft habe und wie konnte mir das entgehen? Ich habe dementsprechend heute extra ein T-Shirt an in Sumpffarben, damit ich mich auch jeden, auf jeden Fall selbst daran erinnere, dass ich das jetzt hier noch machen muss und nicht wieder durch die Gegend renne wie so ein Ja, ne? Also ihr wisst schon und da gehen wir jetzt auf jeden Fall hin. Ich laufe da jetzt sofort hin. Ich weiß nicht genau, wie ich da hinkomme, aber ich glaube, es war über das Viadukt und ich glaube, es war irgendwo da, wo Colin Creevey mal war und deswegen glaube ich, finde ich das bestimmt. Ey, wenn jetzt nichts mehr schief geht. so, ja, 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 und Brokkoli. Ich bin so müde. Wie, sie steckt mich an. hier müsste mal geputzt werden. So, ich eile, ich eile, damit ihr euch den Weg nicht immer angucken müsst. Aber es ist ja eigentlich auch schön zu sehen, ne? Das ist ja so die Schlossatmosphäre. Im sechsten Teil weiß ich gar nicht, ob die so, ob das hier alles so ist, wie, also ob das auch so ist, so aufgebaut. Da bin ich auf jeden Fall schon ganz gespannt. Das Motivationsbild. Da war es wieder. Okay, hier raus. So, da haben wir den Lautsprecher zerstört. Und ich muss hier lang. Genau, zu dem Viadukt und dann hier vorbei und da und links und rechts und dann sind wir auch schon da. Genau. So, der Hof, der ist mir glatt entgangen. Okay. Irgendwie ist die Musik heute ein bisschen laut, ne? Die Gespräche sind relativ leise. Also, wir sollen den Sumpf finden. Und Gott sei Dank erinnere ich mich an diese Episode, wo ich schon mal oben langgekraxelt bin und wo der kopflose Nuck, wo der kopflose Nick fast dafür gesorgt hat, dass ich, dass Harry Potter frühzeitig ein Ableben hat. Mal eben kurz reparieren. War das hier hoch? Ich glaube schon. Genau, hoch und dann Genau, Ron und Hermine, die stehen nur Schmiere. Aber witzig, dass das jetzt überhaupt gar nicht mehr in der Aufgabenliste stand, ne? Dass wir hier noch versumpfen müssen. Genau, hier an den Fenstern vorbei und dann noch an den anderen Fenstern vorbei. Und Harry, der tut mir echt immer leid, dass er da in diesen luftigen Höhen rumkraxeln muss. Ich kann auch nicht reden. Junge, stöhne mal leise. Ich habe das Spiel extra hier ab. Es ist, glaube ich, ab zwölf. Ja, es ist ab zwölf. Klettern ist anstrengend. Okay. Genau, hier drauf und dann hinten in die Lücke. Du kannst hier irgendwo klettern. Achso, ja. Haben wir schon. Lauf, lauf. So, hier ist der Sumpf. Äh, Sumpf. Mein Gott. Ein Wort, das ich echt nicht häufig gebrauche. Sorry. Schweben lassen, ne? Okay. Jetzt einfach... Ach, der ist jetzt von selber geflogen. Ich habe den gar nicht gesteuert. Huch, was war das für Musik? Das klang gerade ein bisschen Witcher-mäßig. Gut, dann, ich wünschte, ich könnte mich einfach so runterlassen. Kann ich, aber nur bis hier. So. Genau, das steht ja schon richtig. Ich muss wieder nachgucken. Zauberliste und Reduktion, ne? Ja, okay. Ich mit meiner rechts-links-Schwäche. Ich, ich darf nachgucken. So, juckt aber auch niemanden, dass hier versumpft ist. Die Leute sehen das hier alles schon als absolut selbstverständlich. Okay, es wird gejubelt, aber schön. Die Natur holt sich alles zurück. Hogwarts im neuen Glanz. Das war super. Hoffen wir, dass Umbridge es endlich kapiert. Ja, nichts sagt besser, hau ab als ein tragbarer Sumpf. Super, Harry, super. Jetzt sind alle Sumpfe ausgelöst. Damit ist Filch eine ganze Weile beschäftigt. Damit werden Fred und George ein Vermögen verdienen. Die Dinger sind spitze. Okay, mal sehen, wie wir Umbridge noch ärgern können. Äh. Gar nicht. Harry Potter, was willst du, Malfoy? What? Professor Snape erwartet dich in seinem Büro. Er sagt, es ist Zeit für deine Nachhilfe in Zaubertränke. Okay. So ist das mit dir, Potter. Du hältst dich für so clever, aber du weißt noch nicht mal, an welchem Kesselende man das Feuer anzündet. Deswegen ist Malfoy auch nur der Laufbursche und wir sind Harry Potter. Und Malfoy ist nur der Antagonist. Stellt euch vor, das Buch würde heißen Draco Malfoy und die Heiligtümer des Todes. Eine Geschichte, wie er Lord Voldemort unter die Arme griff, um den falschen Mann wieder an die Macht zu bringen. Ist eigentlich mal sehr interessant. Ich würde das, ich würde das lesen. Wenn man dieses komplette Buch aus der Sicht von Malfoy erzählt bekommt. Da würde wahrscheinlich die ganze Zeit nur sowas drinstehen wie Ich sah Harry Potter dabei zu, wie dieses hochnäsige Stück durch den Schuhluft stolzierte, als hätte er was weiß ich geerbt. Irgendwie so. Achso, Snapes Büro. Ich laufe falsch. Oh nein. Ich habe mich verquatscht. Oder könnt ihr euch vorstellen, dass diese komplette Geschichte andersrum, also was wäre, wenn alle, die ihr bisher kennt, alle Personen wie Malfoy, Crabbe und Goyle, die plötzlich die Guten wären und so jemand wie Dumbledore wäre der Böse? Das wäre wahrscheinlich ein Bösewicht, vor dem ich wirklich richtig Angst und Respekt hätte, wenn der auch weiterhin so besonnen wäre und so, ja, so ein krasser, dieper Charakter ist das ja. So richtig deep und gut geschrieben. Aber stellt euch vor, diese, diese, dieser Mensch auf der falschen Seite der Macht, das wäre nicht gut. Wer kreischt denn da so rum? Wo wird hier gekreischt? Vielleicht war das auch ein Heuler. Das könnte sein, oder? Ein Heuler für die Slytherins. Oha, ich werde ganz kurz speichern, bevor alles abschmiert. Ja, unbedingt, ja. Ach komm. Dann halt mit Tastatur, ne? Oh, der hat das schon wieder nicht gespeichert. Doch, hat er wohl. Ich habe gelogen. Dann speichere ich noch hier drauf. Und jetzt gehen wir zur Zaubertränke. Wir könnten noch mal anklopfen. Haben Sie geübt? Ja. Das werden wir bald herausfinden. Ja. Zauberstab, Potter. Oh nein, dränge Snape zurück. Oh Gott, wie ging das noch? Oh Gott. Achso. Ja, ich. Okay, jetzt unten. Er kommt von unten, und ich komme von oben. Aha, aha. Hm. Ich würde sagen, entweder sind wir verdammt gut oder Snape ist total schlecht. Er hat, glaube ich, noch keine Stunde, wo er es geschafft hat, in meinen Geist einzudringen. Sieht immer aus, als würde er einen Stromschlag kriegen. Ob man sich auch irgendeine verrückte Fantasie ausdenken könnte und ihm dann einfach immer nur die zeigen? Zum Beispiel, wie Snape selbst irgendwie in... Ich weiß nicht. Also so Neville-mäßig, ne? Der hat ja, glaube ich, Angst vor Snape und als er diesen... Snape wurde besiegt. Genug. Der Unterricht ist zu Ende. Ach, ich... Raus jetzt! Fred und George wollen dich sehen im fünften Stock. Bist du okay, Harry? Ja. Gehen wir zu Fred und George. Also, ob man den Snape in so eine Erinnerung locken könnte, wo der... Du bist jetzt schon in der fünften Klasse und darfst endlich dich zu benehmen. Was ist das hier? Du fragst es, noch einem Club beizutreten, wo deine Noten so schlecht sind und deine Zeit mit Kobold steigen. Das müssen die Eltern sein. Das sind die Heuler. Hehehe. Die Slytherins kriegen hart ins Gesicht. Ähm. Was ich die ganze Zeit versuche zu sagen... Ja, ja! Geburtstag deiner Mutter vergessen. Hast du eine Ahnung, wie sie sich jetzt fühlt? Oh Gott. Okay, das ist aber auch hart. Das ist hart. Ähm. Äh. Ja. Ob man Snape in der Erinnerung locken kann, wo der so aussieht, wie der Irrwisch aus Nevils... Wie wenn ihr... Wie wenn der Neville... Mein Gott. Wenn der... Wenn der Irrwisch aussieht... Ich fühle mich verarscht. Ich kann dir nicht einen Satz sagen. Ich versuche hier ein... ein ansprechendes Let's Play zu gestalten. Wie soll ich das machen? Pass auf. Fünfter Stock. Damit hier irgendwer mal Ruhe gibt. Gehen wir hier lang. Gehen wir hier lang. Volo Forturus Anos. Volo Forturus Anos. Ach ja. Tritt ein, Freund. Volo Forturus Anos. Ähm. Ja. Snape in Oma-Klamotten. Wollte ich sagen. Der Irrwisch von Neville sieht ja so aus, weil der hat ja Angst vor Snape. Muss ein Riesenspaß gewesen sein, als Alan Rickman diese Szene gedreht hat für den Film. Stelle ich mir sehr witzig vor. Aber ich glaube, das war sowieso ein sehr charmanter Mann. Also ein netter Charakter einfach, ne? Ein cooler Typ. Äh. Ich glaube auch, dass der Schauspieler von Der Schauspieler von Draco Malfoy hat Alan Rickman mal gemalt als Strichmännchen oder der Schauspieler von Ron. Einer von beiden. Und das hat er Alan Rickman, glaube ich, sogar aufgehoben. Diese Karikatur von sich selbst. Und sich das unterschreiben lassen. Das ist auch richtig süß. Ich bin heute so müde. So, fünfter Stock. Ich komme, ich komme. Ich eile. Such dir einen anderen für alle deine Fragen. Das ist ja schon voll die voll die Leinen, die der hier droppt. Krass. Hermine. Hast du heute irgendwie einen Sprung in der Platte? Langsam glaube ich, die Slytherins haben recht und du hast echt ein großes plapper Maul. Nein. Hermine ist toll. So, Korridor. Aber wir sind doch im fünften Stock. Beruhig dich mal, Mädel. Vielleicht im Klo. Es könnte im Klo sein. Im Korridor des fünften Stocks. Hier ist die Uhr, ne? Bin ich gerade an denen vorbeigelaufen? Ich glaube schon. Mein Gott. Ich bin so ein blinden Fisch. Ich glaube, ich bin gerade echt an denen vorbeigelaufen. Warte, Hermine. Warte, wo warten Fred und George? Geht's nicht. Und dann wiederholt sie alles fünfmal und ich bin an ihnen vorbeigelaufen. Oh mein Gott. Hallo. Und dann wiederholt sie die beste Sicht. die Sumpfshow kann beginnen. Ein wenig Incendio oder Reduktio wird reichen. Ach, das soll ich jetzt... Ach, oh mein Gott. Ich bin Fred oder George? Einer von beiden? Wie geil ist denn das? Reduktio! Reduktio! Sehr dramatisch. Das war's? M. Ihr! Oh, jetzt gibt's Ärger. Dafür werde ich euch auspeitschen. Ich glaube, wir müssen uns jetzt verabschieden, Fred. Wirk im Vorbeifliegen Incendio auf die Feuerwerkskisten. Oha, oha, oha. Das ist unser ganzer Vorrat. Aber das ist es wert. Ambridge wird nicht... Ich, äh... Ich fliege ihn nicht, ne? Ich wirk nur Zauber. Oha, ich hoffe, dass ich den Verschwindelzauber versuche. Glaubst du, sie wird sauer, wenn sie merkt, dass wir uns bei mir werden? Go! Ey, komm schon. Was für ein Schwindelzauber. Moment. Ey, eigentlich drücken, schieben. So war der Plan. Drücken, schieben. Ah, drücken, wedeln. Okay. Ein bisschen Incendio. Lass krachen. Endlich geht hier mal was. Ich finde, wir hätten noch ein paar Hater hier irgendwie. Ein paar, also... ein paar hässliche Heuler an die Hater verteilen können, dass man das auch sieht. Ich incendioisiere mir hier einen ab. Was ist mit dir? Macht gar nichts, ne? Ach, ach, oh Gott. Ist schon ganz warm. Bei dem heißen Wetter. Ich kann ihn anscheinend wirklich steuern. Hab ich euch! Aber da sind ja jetzt eigentlich Prüfungen. Ey, guck mal, guck mal, die Besen sind leer. Oh mein Gott, wie geil. Oh nein, das ist so doof. Jetzt ist das hier echt verpackt. Dann seht ihr mal, mit was für einem Kram ich mich hier rumschlagen muss. Auf never wiedersehen. Ja, sie brauchen uns keine Fasskarte zu schicken. Mache die Hölle heiß, Peefs. Nimm sie für mich. Du wirst mich töten müssen. Oh, das werde ich. Aber erst Kruzio. Harry, geht es dir wirklich gut? Ja, aber Voldemort hat Sirius. Ich hab's gesehen. Aber wenn Voldemort dich das nur glauben machen will, um dich zu kriegen. Und wenn nicht, soll ich Sirius sterben lassen? Der Kamin in Umbridge's Büro. Wir können ihn benutzen, um zu Sirius zu kommen. Los jetzt! Ähm. Was? Was für ein Kamin? Sie wollten mal wieder zu Dumbledore. Ist das nicht so? Wie Sie wollen. Der Kruziatus-Fluch wird Ihre Zunge lösen. Junge, die hat mich geschlagen. Nein, das ist illegal. Selbst der Minister? Sag's ihr, Harry. Sonst stirbt vielleicht noch ein Schüler. Das darf nicht geschehen. Was genau? Ich wusste, dass Dumbledore irgendetwas plant. Eine Waffe also. Die will ich sofort sehen. Also? Wo ist diese Waffe? Hier ist keine. Ich seh nichts. Hören Sie, ich hasse Kinder. Ich kann sie nicht ausstehen, aber wenn ich es tun muss, dann werde ich es auch tun. Ich werde tun, was auch immer getan werden muss. Ihr habt ihr überhaupt nichts verloren. Das ist Ministeriumssache. Protego! Protio! Schmutzige Halbblüter! Aufhören! Hört doch auf! Ah! Hör mich nicht! Will tun! Lass mich los, du Vieh! Da ist sie aber krass weit geworfen worden. Lass mich los, ihr Biester! Ich bin Dolores Jane Uppridge, erste Untersekretärin! Lass mich los! Wir müssen zu Sirius. Kommt schon! Danke, Crop! Junge! Kannst du mir denn sagen, wie du nach London kommen willst? Wir müssen zurück ins Schloss. Die Ereignisse überschlagen sich. Hauptsache, Harry, wie wollen wir nach London kommen? Wir müssen zurück ins Schloss. Ja. Und weiter? Was kommt dann? Wie wäre es, wenn du uns den Plan mal komplett verraten würdest, anstatt immer nur irgendwie so die Hälfte von dir zu geben, damit auch niemand Bescheid weiß? Ah, da könnte ich mich aufregen. Über diese Szene könnte ich mich sowieso sehr aufregen, weil es ist ja so... Keine Ahnung. Ruf doch mal jemanden da an. Benutz dein Telefon. Schmeiß eine Münze irgendwo rein. Ruf an. Oder... Ach ja, geht ja alles nicht, ne? Okay. Die Kanäle sind ja alle blockiert. Aber ich glaube nicht, dass Umbridge damit rechnet würde, dass jemand wirklich ein Telefon mit nach Hogwarts bringt. Ich glaube, man hätte einen unfairen Vorteil. Ich würde das machen. Das wäre eine gute Idee. So, wir starten an Hagrid's Hütte. Ich speichere mal schnell. Und jetzt, meine Freunde, wird es, glaube ich, richtig wild. Oh, krass. Und das sind auch immer noch nur 56%. Das ist ja echt irre. Das Spiel ist sehr lang. Was gut ist, dann haben wir viel zu gucken. Okay, das klang gerade ein bisschen Star Wars-mäßig. Hat Harry eine Schlaghose an? Was geht hier ab? Direkt beide. Okay, let's fetz. Komm, Harry, aufstehen. Aufstehen, aufstehen. Schlafen kannst du noch. Aber nicht jetzt. Ich möchte ja gerne Malfoy treffen, aber der hat ganz gut Protego. es gilt. Aber man hat ja auch keine Lebensleistung oder so. Es läuft hier so lange, bis einer stirbt. Ich habe die Seiten gewechselt. Ich wollte echt nicht die Seiten wechseln. Hallo. Gott. Er rollte sich hier voll Batman-mäßig weg. Wer bist du denn überhaupt? Gott, ich glaube, Harry hat gerade getreten. Voll unfair. Du musst da nicht alleine durch, Kumpel. Was ist mit Ron los? Dieser emotionstote Sprecher. Okay, das ist schon alles sehr cool gemacht. Uh. Wo ist denn die Waffe, die die Todesser haben wollen? Die Tür ist am Ende des Ganges. Harry! Wir müssen Sirius finden. Warte, Halt, stopp. Er muss doch hier sein. Harry. Und wenn er nie hier war, was ist, wenn Voldemort dich reingelegt hat? Hier steht der Name drauf, Harry. Nein! Ah. Der eine mit der Macht, den dunklen Lord zu besiegen, naht heran. Der dunkle Lord wird ihn als sich ebenbürtigen kennzeichnen. Aber er wird eine Macht besitzen, die der dunkle Lord nicht kennt. Und der eine muss von der Hand des anderen sterben. Denn keiner kann leben, während der andere überlebt. Ah! Lauf! Hm. Was ist das? Todesser! Lauf! Okay. Los, rein da! Bitte einen Raum der Gehirne. Bitte, bitte, bitte. Ach nee, das kommt alles vorher, ne? Mist. Ich finde, da können die Todesser mal reinfliegen. Ob Longbottom so schnell einknickt wie seine Eltern? Warte! Gib sie mir! Lucius Malfoy! Gib mir die Prophezeiung, Potter! Oder denkst du wirklich, ihr hättet eine Chance gegen uns? Gib sie mir! Lass meinen Pakt so in Ruhe! Serious! Das war wirklich vortrefflich. Aber ab jetzt übernehmen wir! Hä? Du spielst vor Kindern den großen Helden, Malfoy! Kannst du nicht kämpfen wie ein Mann! Jetzt! So war das nicht! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Also jetzt wird Serious auf jeden Fall sterben, aber das liegt jetzt daran, dass ich einfach ein schlechter Zauberer bin. Hä? Ich drücke, ich drücke, ich drücke. Ich glaube, Harry zaubert gerade besser als ich. Mein Gott! Vielleicht laufe ich einfach schon mal in den Vorhang rein, weil der endet ja eh so. Sag mal! Das kann doch nicht sein! Entschuldigt, dass ich diesen extrem wichtigen Kampf gerade unterbrechen muss, aber wenigstens du, Pooralter. Okay. Lücke Sembra hoch und runter. Steuere ich sie beide? Steh auf! Okay. Sehr gut. Okay, dreimal treffen, dann sind die am Boden. Ach, cool. Ach, cool. Ah, die Bellatrix, die Strange, die benutzt auch Protego. Die geht auf Nummer sicher, die Alte. diese Lachen. Ihr werdet alle sterben! Kurzio! Tu es, Harry! Sie hat ihn getötet! Tu es schon! Harry! Es war unklug von dir herzukommen, Tom. Die Auroren sind unterwegs. Bis dahin bin ich verschwunden und du wirst... ...tot sein. Dumbledore! Das Gute schiegt immer! Oh mein Gott! Jetzt bin ich Dumbledore! Mein Traum wird wahr! Und ich kann nix! Das Gute schiegt immer! Als Dumbledore brauche ich keinen Protego. Ich bin Protego! Ich habe es trotzdem gezaubert. Na gut! Safety first! Krass! Ich bin erst in der fünften Klasse! Du bist vorbei! Verstehst du das nicht? Ich will Glas fliegen lassen und Wasser und Sand und Feuer! Ich will hier nicht nur Expelliarmus zaubern, Mann! Ich tue Sempra mache ich, glaube ich, die ganze Zeit. Das kann ich auch. Ich bin... Der versteckt sich da, ne? Die feige Nuss. Komm mal da raus! Ja, ich bewege mich auch so ein bisschen slow-mo. Okay, ich bin gerade ein bisschen... Wenigstens habe ich noch Haare. Bist du müde, alter Mann? Ich bin vor allem sauer, dass das hier so langsam geht. Komm, ich schilde mal eben nach. Geht bestimmt eh so lange, bis ich, äh... Hm. 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 Der versteckt sich hier hinter der Heizung, wollte ich gerade sagen. Hinter der, äh, Statue. Das ist alles Fassade. Ich würde dich ja gern mehr sehen. Komm doch mal raus da! Und jetzt reicht's aber. Was ist mit dir geschehen, Dumbledore? Schwach bist du geworden auf deine alten Tage. Ich haushalte nur mit meiner Macht. Hast du immer noch nichts gelernt, Tom? Jo. Okay, jetzt stehen wir uns mehr gegenüber. Jetzt kann man mal draufhauen. Und das soll der größte Zauberer seiner Zeit sein? Ja. Hast du immer noch nichts gelernt, Tom? So, jetzt aber. Jetzt gebe ich mir Vollgas. Ich glaub, ich mach die ganze Zeit nur Protego, ne? Die Auroren werden bald hier sein. Stupor, du Kacknasen. So, einmal schilden. Ah, guck. Oh ne, jetzt hat er sich hier. Deine Zeit ist vorbei. Ach, junger Mann. Kommen Sie da runter, bitte. Nicht auf die Statue klettern. Ich erzähl alles, Mr. Flitsch. Du bist ein schwacher Alter, mein Dumbledore. Irgendwie weiß ich jetzt gerade nicht, warum das hier so flackert. Bist du müde, alter Mann? Ah, okay. So. Gibt's da einen Trick, wo wir uns irgendwo drauf zaubern? Ich glaub, der sammelt einfach da oben auch so. Ui. Okay, das sah aber doch übel aus, ne? Was der da so gezaubert hat. Ah, okay. Ich glaub, immer wenn der sich da wegbeamt, dann ist der gar nicht mal so... Oh Gott, jetzt fliegen hier Stühle. Mir wird warm. Das Spiel im Sommer zu spielen war definitiv ein Fehler. Es ist ein Herbstspiel, meiner Meinung nach. Aber es ist saucool, dass ich Dumbledore sein kann. Oh mein Gott. So, ein bisschen Stupor. To go. Was war Expelliarmus? Mir fällt der Arm ab. Komm, hau ab. Okay, das hat der richtig gut geblockt, ne? Der kann richtig gut abkehren. Es ist vorbei, verschließt du das nicht. Ich entscheide, wenn's vorbei ist. Und ich hab noch nicht genug. Das Böse wird nie gefunden. Aber ich wünschte, die hätten die echte Stimme von Dumbledore genommen. Okay, er hält sich schon so den Bauch. Also entweder... Muss er mal wohin, oder... Oder ich hab ihn schon ein bisschen gedamaged. Ey, was... Warum schmeißt der hier mit Möbeln? Haha! Haha! Okay. Hat der grad richtig gestrauchelt? Okay, ich muss mal nachschilden. Alles klar. Ich wünschte, ich könnte euch einen anderen Blickwinkel anbieten. Aber geht leider nicht. Ich bin vor allem ein wütender Altermann. Ich find das so cool, dass der den immer noch Tom nennt. So nach dem Motto, sein blöder Pseudoname hier. Eindruckt mich einfach null. Ich kenn dich seit du so groß bist. Da warst du schon blöd. Und du bist immer noch blöd. Also wenn das Böse die längere Ausdauer hat beim Shaken mit der Maus, dann wird das Böse wohl doch gewinnen. Das Gute schiegt immer. Okay. Es muss einen Trick geben. Sekunde. Auch wenn es gerade richtig hitzig hier zur Sache geht. Aber... Oh mein Gott, ich würde alles dafür geben, Voldemort in Levi Corpus zu sehen. Alles. Das probieren wir jetzt. Shake, shake, shake zur Seite. Komm schon. Okay. Das trifft ihn aber. Ich glaub, das findet der auch gar nicht mal so cool. Zeit, die Sache zu beenden. Aber die treffen den dann dadurch auch selber, ne? Die Möbel. Und Levi Corpus geht verhältnismäßig schnell. Hab ich verloren? Du kannst mich nicht töten, alter Mann. Es gibt Dinge, die schlimmer sind als der Tod. Ich werde dich töten, alter Mann. Allerdings, wenn dein Tod völlig bedeutungslos ist für dich. Voldemort? Harry, ruhig nicht vom Flecken. Vielleicht? Oh! Oh! Ich muss ihn verdrängen. Ich seh gar nicht... Oh Gott, ich seh das gar nicht. Das ist voll nah dran. Das ist ja fies. Keine Schnitte. Guck mal. Ich dachte grad, der hat keinen Zauberstab mehr in der Hand. Okay. Ich sag euch kurz, was im Film passiert und im Buch. Wahre Freundschaft. Kann man nicht so einfach entzweien? Also, er hat ja versucht, mich von meinen Freunden zu trennen, mich von allen zu trennen, zu isolieren. Der Mann hat versucht, quasi meine Gedanken zu kontrollieren und mich mit fiesen Gedanken gefügig zu machen, mich in Angst und Schrecken zu versetzen. Aber nein. Wir lassen uns nicht einfach so... Jetzt entscheide ich mal. Wir lassen uns nicht einfach so zu einem Spielball seiner Pläne machen. Habe ich mich gerade für entschieden. Wir werden uns jetzt wehren. Jetzt gibt's richtig. Voldemort kann einpacken. Und ich muss sagen, ich schlage mich trotz meiner Rechts-Links-Schwäche gerade echt gut. Voldemort wurde besiegt. Es gibt keinen Teil 6. Niemals wirst du wahre Freundschaft spüren. Oder Loyalität. Oder Liebe. Oder wahre Freude. Und deswegen kann ich dich nur bedauern. Zu nah. Ich sah ihn. Es war Voldemort. Er ist zurück. Er, dessen Namen nicht genannt werden darf, kehrt zurück. Dumbledore. Potter Reb rehabilitiert. Albus Dumbledore wieder als Leiter von Hogwarts eingesetzt. Laut Prophezeiung kann keiner überleben, während der andere überlebt. Das bedeutet, einer von uns soll den anderen schließlich töten? Ja. Tut mir leid, dass wir serious. Sämtliche Zeitungen berichten von Voldemorts Rückkehr. Sogar der Tagesprophet konnte dem nicht widersprechen. Ist alles in Ordnung, Harry? Ich überlege gerade. Uns steht vielleicht ein Kampf bevor. Doch dafür haben wir etwas, das Voldemort nicht hat. Etwas, für das es sich zu kämpfen lohnt. Oh nein, ich bin immer so nah am Wasser gebaut. Bitte, bitte nicht, bitte nicht. Oh nein. In unserem Geheimraum gibt es jede Menge neue Sachen, Harry. Jetzt gucke ich mir an, wie viel Prozent. Und ich bin mir sehr sicher, dass das nicht viele Prozente sein werden. 61? Ist das gerade richtig gelesen? Jo. 61 Prozent, aber was fehlt mir denn noch? Was muss ich denn noch tun? Ich gehe mal in den Belohnungsraum. Und schaue mir mal an. Oder warte mal. Ey, das wurde jetzt irgendwie gefühlt gar nicht thematisiert, ne? Mit dem, ähm... Achso, guck mal. Ich muss Lunas Sachen finden. Gar nicht themat... Wir müssen irgendwie Hauspunkte verdienen. Ne, ich muss mir leider die Haare waschen. Ich bin für zig Stunden raus. Das dauert ewig. Ähm, ganz kurz. Es wurde irgendwie wenig thematisiert, dass Sirius tot ist, ne? Oder? Also... Warte mal. Ähm... Also, ja... Alles okay? Wir haben gesehen, wie der da reingefallen ist, aber was das jetzt für Konsequenzen für Harry hat. Und dass er sein Pate gestorben ist, das wurde jetzt irgendwie noch gar nicht gesagt. Also habe ich jetzt noch nicht mitbekommen, dass da irgendwer darüber gesprochen hat. Gut, Hermine hat gefragt, wie geht's dir Harry, aber... Hm... Das könnte ja auch andere Gründe haben. Okay, wahrscheinlich nicht, weil Hermine ist einfach sehr empathisch, aber... Wir helfen jetzt erstmal der Luna. Hallo Luna! Was machst du hier? Nun, meine ganzen Sachen sind weg. Die anderen Schüler nehmen und verstecken sie. Warum verstecken sie deine Sachen? Weil sie mich seltsam finden, glaube ich. Einige nennen mich sogar Looney Lovegood. Aber das ist noch lange kein Grund, dir deine Sachen wegzunehmen. Ich sag dir Bescheid, wenn ich sie finde. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was so schlimm ist an Looney? Ist das irgendwie... Auf Englisch irgendwas Fieses? Weil eigentlich finde ich Looney ganz süß. Könnte ja auch ein Spitzname sein, ne? So, wo waren die Klamotten? Irgendwo hingen Klamotten an irgendwelchen... In irgendeinem Korridor von oben an irgendwelchen Steinen. Da hingen so Turnschuhe drin. Daran kann ich mich noch erinnern. Aber... Ach, hier wollte ich mal eben rein. Ach ne, der ist das nicht. Sorry! Ja, fahr mal ruhig weg! Treppe! Ich wollte mal ganz kurz in den Belohnungsraum. Vielleicht finde ich auf dem Weg schon irgendwas von Luna. Lauf ich hier überhaupt richtig? Oder bin ich auf der falschen Seite? Oh nein! Ich bin, glaube ich, auf der falschen Seite der Treppe. Doch nicht. Hier würde ich gerne das zweite Mal rein. Ich war noch nicht oft hier drin. Schüler! Schüler! Komme auf zu meckern! Mach die Tür auf! Wer hat mir diesen Fluch auf den Hals gehetzt? Immer wenn du etwas entdeckst, tut mir der Arm weh! Das ist live! Also wirklich! So, was haben wir denn hier? Erreiche in allen Fächern ein O. Ach, das müssen wir doch machen. Was war das? Steht das da gar nicht mehr dran, was das war? Meh! Du hast fünf von zwölf Portrait-Passwörter gefunden. Echt nur? Du hast drei von fünf fliegende Geschöpfe gefunden? Sieh im Pause-Menü nach, wie viele Entdeckerpunkte du besitzt. Oh! Ja, das mache ich. Tipps und Tricks. Entdeckerpunkte. Kämpfen, Raum der Belohnungen, Raum der Wünsche. Du weißt nicht mehr weiter? Verlaufen? Endloser Tag? Oh, das klingt nach täglich grüßt das Murmeltier oder nach so einer Dauerschleife. Das würde ich ganz schrecklich finden. Raum der Belohnungen. Ach so, Magie. Entdeckerpunkte sammeln und die Magie wird mächtiger, ne? Äh... Nein. Tipps und Tricks. Entdeckerpunkte. Ach so. Ich dachte, die stehen jetzt hier. Ah. Oh Gott, ich bin voll schlecht. Entdeckerpunkte insgesamt 1.560 von... 4.360? Wo gibt's denn hier noch so viel zu entdecken? In Hogwarts entdeckt... 35%. Die Geister, die hab ich abgehakt. Äh... Aber ihr wisst ja... Auf meinem Kanal... Gibt's eigentlich immer nur die Geschichte. Also... Ich mach hier keine Games auf 100%. Sollte ich gleich herausfinden, dass die Geschichte dadurch erzählt ist... Und ich auf jeden Fall der Luna noch helfen werde. Das gehört nämlich zur Geschichte dazu, finde ich. Dann wär ich eigentlich ready. Dann würde ich schon fast mit dem sechsten Spiel beginnen. Einfach nur aufgrund der Story. Ich glaub, ihr wollt ja auch nicht sehen, wie ich jetzt hier noch 3000 Punkte sammle, oder? Das halte ich dann doch ein bisschen für übertrieben. Guck mal, das hab ich doch auch gemacht. Ja, irre. Das sind alles so Filmsequenzen, Charakterpokal... Ein kleiner Blechmann. Ähm... Was? Besiege alle? Knallpoker-Champion. Oh Gott. Nein. Ich verweigere das. Ich nutze meinen Content-Creator-Joker und sage... Nein. Ähm... Du hast 5 von 12 versteckten Paketen gefunden. Echt? Ich find's grad krass. Du hast 8 von 12 Statuen gefunden. Ich find's krass, wie... Also wie in Anführungsstrichen... Schlecht ich doch war hier, ne? 12 von... Was? 14 von 12 Tafeln gefunden. Immerhin. Eins von 3 Spuren. 90% der bekannten Orte von Hogwarts. Ich glaube, ich konnte noch nicht den offiziellen Weg in den Slytherin-Turm nehmen. Ich glaube, dass der mir fehlt. Die Alte will das Passwort auch nicht rausrücken. Du hast 4 von 12 versteckten Hogwarts-Symbolen gefunden. 4 von 6 defensiven Zaubern in einem Duell. Den ersten... Das erste Mal. Du hast 28 von 66 Hausaufgaben erledigt. Ich dachte, die Hausaufgaben wären... Diese 4 Aufgaben, die man machen musste bei McGonagall und so. Und Flitwick und Snape und Sprout. Das habe ich gedacht, wäre alles... Mir gibt es ja richtig viel zu tun. Okay. Gut, dann suchen wir jetzt erstmal... Du hast wirklich Glück, dass Porträts nicht fluchen können. Du hast wirklich Glück, dass Porträts nicht fluchen können. Aber ich habe ja schon gesagt, das ist gar nicht meine Intention. Die Story haben wir gesehen. Ich hole jetzt noch Luna Love Gods Klamotten, um das Ganze hier so ein bisschen mit so einem Abschluss zu beenden. Also das wird dann sozusagen meine letzte Tat hier in Hogwarts. Und dann geht es auch schon sehr bald weiter mit Teil 6 hier auf meinem Kanal. Ich laufe jetzt mal in die Bibliothek. Und gucke einfach mal da, ob da irgendwas von der Luna liegt. Ich habe gerade irgendeinen kleinen Text überflogen. Nein, ich habe nicht geteatet. Ich habe aber mal überflogen, wo was sein könnte. Und da habe ich auf jeden Fall das Wort Bibliothek aufgeschnappt. Und habe da so einen Verdacht. Und deswegen gehen wir da jetzt mal eben hin. Weil wir mussten ja in diesem Spiel sowieso schon sehr viel laufen. Ich weiß nicht, was mich erwartet im sechsten Teil. Ob das auch so lauflastig ist. Und, ähm, ja. Ich bin auch voll gespannt, wie im sechsten Teil die Steuerung sein wird. Und ob sich das verbessert hat irgendwie über die Jahre. Oder ob die sich dachten, es hat sich niemand beschwert. Wir machen da nichts dran. Wobei ich schon in mehreren Portalen gelesen habe, dass das, äh, so ein großes Handicap für viele Spieler war. Die haben die Steuerung zum Teil echt richtig gebashed. Also die fanden das, war ein dicker, fetter Minuspunkt. Aber wie willst du es auch anders umsetzen, ne? Klar, man könnte das so auf die Switch irgendwie mit so einem Controller so zum Schütteln. Ha! Knackt direkt mein Handgelenk. Ich alte Frau. Aber, ähm, da hätte es bestimmt Mittel und Wege gegeben. Ich hätte es auch cool gefunden mit so einem Mauszauberstab so. Ja. Mit so einem Mauszauberstab so vor mich hin zu zaubern. So, sind hier irgendwo Klamotten? Hallo, Klamotten? Das finde ich auch so süß, dieses Ding. Ich habe sie leider angesprochen. Alles im Lack. Was? Was gehört Luna? Ich habe irgendwas eingesammelt. Ach, dieses braune Ding hier. Was war das? So ein Muff. Keine Ahnung. Sah jetzt nicht aus wie ein Kleidungsstück. Egal. Dann haben wir wohl was. Ähm. Ähm, 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 ähm. Gepflasterter Innenhof. Soll ich da hin? Ja, wir machen jetzt hier so eine Runde. Glaube ich. Halte ich für eine gute Idee. Ähm, ja. Und wie gesagt, ähm, ich werde gleich, nachdem ich diese Aufnahme hier gemacht habe, Harry Potter 6 installieren. Drückt mir die Daumen, dass das auf meinem Mac zu installieren ist. Dann haben wir ein bisschen eine schönere Qualität. Falls nicht, spiele ich das auf meiner kleinen Ratterkiste, die mich bisher erschreckenderweise... Seit einem kleinen Totalausfall in Harry Potter 3, habe ich das Ding hier wieder hingekriegt. Und ich bin richtig begeistert. Also hier ist noch Windows 10 drauf, deswegen funktionieren hier manche Harry Potter Spiele noch. Und mit Windows 11 war das ja nicht mehr machbar. Ähm. Oh Gott. Und Windows 11 ist, ähm, auf meinem Macbook drauf. So als, als virtuelle Maschine. Und da werden wir, glaube ich, Teil 7 und Teil 7.2 spielen. Und dann hoffentlich mit einer netten Mac M1 Grafik. I don't know. Dann sind die Gesichter vielleicht mal ein bisschen hübscher. Oder die Zauberer laufen, äh, die Zauberer laufen insgesamt so ein bisschen flüssiger. Ich laufe mal runter. Wo zur Hölle muss ich hin? Als ob Snape dich beobachtet. Als ob Snape so langweilig ist, dass der einfach einzelne Schüler beobachtet. Ich glaube das nicht. Wo sind denn hier Kleider? Ich suche Klamotten. Warte mal. Hier liegt doch mal. Das sind die Schuhe, ne? Ey, wie, das ist so harter Mobbing-Kram, den wir hier miterleben. Die arme Luna. Gut, jetzt habe ich die Schuhe gefunden. Ich glaube, das war es auch schon. Okay, wo können wir noch gucken? Hier ist ja dieser Innenhof. Wir gucken mal in dem Innenhof einfach mal. Und Brokkoli. Ein letztes Mal in diesem Spiel. Empfehle ich Gemüse. Die Krankenschwester empfiehlt Gemüse. Nimmt euch das bitte zu Herzen. Das ist ein kostenloser Gesundheitstipp. Okay. Ja, aber die neuen Abenteuer sind erst in Teil 6. Weil das Bild gerade... Okay, ich will mal ganz kurz checken. Was haben wir denn gerade für ein Wetter? Ist das jetzt so ein... Oh, oh. Oh, ich wünschte, man könnte richtig da hochgucken. Aber so richtig, richtig, ne? So ganz. Geht gar nicht. So, wir führen. Ich kann es selbst kaum glauben. Wie ist das passiert? Oh Wunder. Die Gryffindors haben gewonnen. Gibt es eigentlich auch ein Jahr, wo die verlieren in den Büchern? Ich erinnere mich gar nicht. Aber ich muss dringend die Bücher nochmal lesen. Doch auch schon wieder sehr lange her. Ich glaube, ich höre mir die als Hörbuch an. Da gibt es auch zwei Versionen. Welche findet ihr denn besser? Ich glaube, die wurden von zwei unterschiedlichen Personen gelesen, ne? Einmal von Rufus. Was ist das? Ich glaube, das gehört Luna. Gut. Jetzt haben wir vier... Ne, drei. Drei Sachen. Drei Kleidungsstücke. Wie viel sucht die Arme? Sind das... War das schon alles? Warum verstecken sie deine Sachen? Weil sie mich seltsam finden, glaube ich. Einige nennen mich sogar Looney Lovegood. Aber das ist noch lange kein Grund, dir deine Sachen wegzunehmen. Ich sag dir Bescheid, wenn ich sie finde. Okay, offenbar fehlt noch was. Also, wo war ich? Welche Version von den Hörbüchern findet ihr gut? Findet ihr besser? Welche soll ich mir kaufen? Welche empfehlt ihr mir? Damit ich im Garten beim Hörbuchhören Unkraut rupfen kann? Yay. Ist übrigens echt ein guter Tipp. Wenn irgendwer von euch auch Gartenarbeit machen muss, Betonung auf muss, dann am besten mit Hörbuch. Hi. Hey. Hast du das mit der Kreditsmannschaft von Rufus? Kann man den Blätterhaufen hier irgendwie auf? Wühlen? Oh. Ich hatte ja... Das war ja gar nicht meine Absicht. Erstmal schützen. Was haben wir gelernt? Während wir mit Dumbledore gekämpft haben? Hier, Schillebühne. Uh, Levi Korpus bin ich immer noch am Bissen. Boah, der geht richtig in die Knie. Das ist krass, dass man so aufs Opfer tritt, während das schon am Boden liegt. In der Zauberer Welt ist auch ganz schön bezeichnend. Er fasst sich an die Brust. Warte, wer schlägt denn da noch auf mich zu? Äh, also auf mich drauf. Ja. Gut, äh, haben wir das auch. Ich spick jetzt. Nimmts mir nicht übel. So. Die, eine angebliche Mütze von Luna liegt in irgendeinem Zugang zum Innenhof. Unter Laub. Aber das ist doch dann hier, oder? Unter Laub? Das ist der einzige Ort, den ich kenne, wo es Laub gibt. Und bei dem anderen oben waren wir ja gerade schon. Hier ist doch gar nichts. Ja, vielleicht. Wie kann ich das denn jetzt da wegpusten? Ach, weißt du was? Ich nehme mir den Besen. Komm mal her. Wir schrubben. Ja. Oh. Ey, das wollte ich jetzt aber nicht. Suche eine Mütze. Okay, dann noch hier so ein bisschen aufräumen. Ach. Hier ist nix. Ah, das Wutschen und Wedeln. So die Karate-Kit-Saubermachen-Methode, die bringt's ja auch. Wie war das? Einölen, lackieren? Nee. Einseifen, lackieren? Einseifen, abwaschen? Ach, keine Ahnung. Ihr wisst, welchen Film ich meine, ne? Ron, du stehst im Weg. Oh Gott, könntet ihr kurz... Danke. Okay, da war nix. Vielleicht da hinten. Hm. Ich brauche diese Mütze. Wo ist diese Mütze? Jetzt komme ich auch nicht mehr an den Besen dran. Hallo, wo habe ich denn den Besen jetzt hier hingeworfen? Ah! Oh ja. Oh ja. Schon ein krasser Krampf mit der Maus. Muss ich echt ehrlich sein. So, schrubb, schrubb, schrubb. Hier vielleicht, ne? Huch. Der Besen wird abtrünnig. Du hast ein verstecktes Hocker-Symbol gefunden. Ja, wollte ich ja gar nicht. Ich wollte eine Mütze finden. Was mache ich auch mit diesen Symbolen? Was bringt mir das? Jetzt habe ich zwar so ein Symbol gefunden. Ja. Die Maus-Sensibilität, die ist echt sehr extrem. So, das sieht nach einer Mütze aus. Ja. Na, komm. Oh Gott sei Dank. Oh Gott, ich war kurz davor völlig... Oh. Sehr gut. Nein. Ah. Haben wir schon vier. Jetzt gucke ich noch ganz schnell im Internet nach. Das liebe Internet wird mir helfen. Okay, wir müssen noch zum sprechenden Porträt am Zugang des Viadukts. Gehe ich mal darüber. Und da liegt angeblich noch die Zeitung von Luna. Und dann haben wir alles. Und dann ist die Arme auch wieder... Hat die Arme auch ihre Klamotten zurück. Das war mir jetzt noch wichtig. Damit möchte ich das Thema Harry Potter und der Orden des Phönix gerne damit beenden. Also das Spiel gerne damit beenden als Aufruf, dass Mobbing kacke ist. Und falls ihr Leute seht, die gemobbt werden, setzt euch unbedingt für diese Menschen ein. Mobbing ist ein schweres Vergehen. Nein, das ist einfach... Das macht man einfach nicht. Das ist furchtbar. Keiner soll gemobbt werden. So. Zurück. Ach komm, Mädels. Lass mich mal. Ist ja gar nicht wahr. Ich habe ja nur drei Pünktchen gesammelt und einen kleinen Pokal. So, ab zu Luna. Ab in die große Halle. Zugang zum Innenhof. Große Treppe. Da irgendwo, ne? Naja, passt schon. Okay. Okay. Sobald ich die Sachen abgegeben habe, läuft leider kein Outro, aber... Es war auf jeden Fall mir ein inneres Blumen pflücken, mit euch zusammen dieses Spiel zu genießen und Hogwarts zu erkunden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei allen, die zugesehen haben, die mir Tipps in die Kommentare geschrieben haben, die mich abonniert haben, die das hier mitverfolgt haben, auch wenn sie nur geguckt haben, nichts geschrieben haben. Trotzdem vielen, vielen Dank. Und es war sehr schön mit euch. Und ich freue mich auf Teil 6. Das wird bestimmt auch wieder sehr schön. Ich wünsche euch auch schöne Ferien. Nein, aber ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch einen wunderbaren Tag. Genießt das Wetter. Es ist ja noch Sommer. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Da bin ich hier. Ich wünsche euch das. Vielen Dank.